So Leute, also wer das jetzt hier quasi in der Aufzeichnung guckt, der sollte sich besser erst noch als besseres Verständnis den Hangout Saloon 6 war es glaube ich angucken, weil das steht irgendwie im direkten Zusammenhang heute. Also ich würde euch ja gerne was sagen jetzt, aber ich weiß eigentlich nicht so wirklich viel, um was es überhaupt jetzt genau geht. Ich wurde so ein bisschen angeteasert, aber ja, wir haben ein paar Leute eingeladen und ich habe ein paar Leute näher und nicht geschickt und könnte sehr spannend werden die Sendung heute, aber ich lasse jetzt einfach mal die anderen erzählen, also was es eigentlich geht, weil ich es nicht so wirklich weiß. Also hier, haut einfach mal irgendwas raus. Also ihr wisst ja glaube ich mehr als ich. Ja, es sind eben du oder ich? Wer sagt jetzt was? Ja, fang du an. Ich bin der Januar, bis er gestern geschlachtet wird. Nein, du wirst ja nicht geschlachtet. Keine Angst. Also das hier, wie gesagt, wie vorhin im Privaten gesagt, das hier ist ein freier Diskussions, also ja, kann jeder sagen, was er will. Also ihr habt ja die Kritikpunkte, beziehungsweise du, deswegen denke ich mal, fang du lieber an. Mary Jane kommt vielleicht auch noch rein. Ich habe mit ihr geschrieben, sie hat den Link auch bekommen. Ja, wenn sie schaut, wenn sie Zeit hat, dass sie reinkommt dann, also wenn sie das jetzt dazwischen schieben kann. Aber fang du mal an, bitte. Jetzt muss ich fragen, das ist aber das Mädel, mit dem wir, oder die Damen, mit dem wir vorhin gesprochen haben, im Sprachchat. Ja, genau. Okay, also Mary heißt die. Gut. Ja, dass ich das auch nochmal so auf dem Schirm habe, so ein bisschen. Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin hier neu zugegangen. Ich war gestern beim ersten Hangout und ich bin eigentlich nicht in der Position, hier groß was zu kritisieren. Ich war vorhin mit Sam, mit Archibald und mit der Mary waren wir im Sprachchat gewesen und da haben sich so ein paar Dinge rauskristallisiert, über die wir so geredet haben. Was auch viel, eigentlich Mary hat mit diesem Thema angefangen und da bin ich eigentlich so mit ihrer Meinung so ein bisschen über diese ganze, erst mal das Bewusstsein der sogenannten Wahrheitsbewegung und diese Streitkultur, die bei dir Let's Play eigentlich so in den Hangouts in letzter Zeit so stattfindet. Das sind auch sehr viele konstruktive Gespräche. Ich habe dir gestern gesagt, ich habe mir eigentlich so gut wie fast jeden angehört, aber ich habe so manchmal das Gefühl, es dreht sich sehr, sehr viel immer wieder um das gleiche Thema irgendwie so. Es drehen sich manche Sachen so ein bisschen im Kreis irgendwie so, ja. Ich lehne mich heute sehr, sehr weit aus dem Fenster, weil ich möchte nicht eine gewisse Person angreifen, ja. Warte ganz kurz, immer so ein bisschen auch konkretisieren, welche Themen dreht sich denn meistens oder so. Also dann immer auch am besten so ein bisschen ausführen, damit man auch weiß, worum es geht. Ja, ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit und das sind jetzt Dinge, die wir nicht in so einer Minute besprechen können oder so irgendwo, ja. Doch, das kann man. Also bring doch einfach Sachen, also nicht so viel rumschwurbeln, sondern einfach immer Sachen auf den Punkt bringen. Immer sagen, das und das. Stell dir einfach vor, stell dir einfach vor, du wirst irgendwo in einem Vorstellungsgespräch, so einem Assessment Center oder sowas und dann sagst du irgendwas und dann begründest du es aber auch. Oh, gut, du, lass gehen, dann hau ich jetzt rein. Dann hau ich jetzt rein, die Langweilschaft. Dann hau ich jetzt rein. Ja, mach, also sag einfach, sag einfach so, genau, sag einfach hier, es geht, warte mal gerade, warte mal gerade, sag einfach hier, es geht, kannst du zum Beispiel sagen, es geht immer um die, oder relativ um die gleichen Themen oder was, und zwar um folgende, dass man auch immer weiß, was, was das halt bedeutet, so, was, was ich meine. Es geht um den Charakter Tony Mahoney und deine Funktion als Moderator. So, war das jetzt mal kurz und bündig mal als Einstieg? Also darum, also du hast jetzt gesagt, es geht immer, also es geht meistens immer nur um ein paar gleiche Themen und das ist quasi jetzt das, wo es immer darum geht, um meine Funktion als Moderator oder was und um Tony oder wie, oder was weißt du, weil du hast ja gesagt, es geht immer, um welche Themen geht es? Was dreht es denn immer? Was dreht sich denn immer alles? Naja, ich muss jetzt mal halt auch mal die Erfahrung machen, die ich gestern geschildert habe und das, was auch Mary da gesagt hat oder so und auch andere Leute kritisieren, du bist ein Moderator, ja, du machst wirklich einen super tollen Kanal, ja, ich muss jetzt mal so anfangen, ja, und ich mag dich wirklich als Typ, obwohl ich nur deine Stimme kenne. Du bist richtig crazy abgefahren, so bin ich auch. Lass das einfach weg, lass das einfach weg, das ist wie, ich weiß, man bekommt das so erzählt, wenn sie Kritik anbringen, dann sagen sie zuerst was Positives. Und dann sagen, aber lass das einfach weg, also einfach nur mal auf den Punkt bringen, ja, also das, einfach knallhart, das ist mir immer am liebsten. Ja, was soll ich da jetzt im Endeffekt knallhart sagen? Was mich im Endeffekt eigentlich stört und warum eigentlich viele Leute vielleicht auch nicht in die Hangouts reinkommen, ist, weil sie sich in erster Linie mal mit Honi Mahoni auseinandersetzen müssen, ja, weil es bei ihnen nur um die flacke Erde geht. So, jetzt fahre ich mal eine andere Schiene. Und das habe ich gestern am eigenen Leib gespürt, ja, und das finde ich irgendwo schade irgendwo, weil es ist wirklich relativ schwer, sich mit einem Menschen konstruktiv zu unterhalten, der so eine festgefahrene Meinung hat, ja, der nur auf der flachen Erde rumleitet. Ich habe mich heute Mittag mit anderen Leuten eine halbe Stunde wunderbar unterhalten, es war sehr entspannt gewesen und das habe ich mir gestern auch gewünscht, ja, aber das ist mit diesem Mann, und ich schätze ihn wirklich sehr, ja, aber das ist mit diesem Mann absolut nicht möglich, ja, der Mann ist so kontrovers irgendwo und es ist schade, dass sich dein ganzer Hangout immer nur um ihn dreht. Manchmal habe ich das Gefühl, wer ist denn bei euch eigentlich der Moderator? Ich höre deine Stimme richtig gern, ja, du hast eine Art zu reden, Let's Play, die ist sehr angenehm, ja, und Toni ist eine Streitkultur, ja, und Toni trägt, ich habe heute gehört, ja, du willst es vielleicht so, ihr seid ja auch im Diskurs, aber er bringt Streitthemen rein, wo man manchmal, es ist ein bisschen anstrengend irgendwo. Ich würde mir manchmal gerne ein Hangout wünschen, wo Toni vielleicht komplett mal ein bisschen im Hintergrund ist und wo sich drei, vier, fünf Leute unterhalten, richtig konstruktiv, ohne dass es, dass er immer wieder die Jesuiten und die, ich habe manchmal Hangouts gehört, der hat eine Viertelstunde Prolog gehalten über die Jesuiten und sonst irgendwo, ja. So, was mich auch ankotzt, sage ich der ganze Zeit, ich bin nicht in der Position, mein Gott, ich bin neu hier, ja, habe ich heute Sam gesagt. Toni hat in einem Hangout mal gesagt zu Leuten, das hier ist ein anarchistisches, libertäres Forum. Ich weiß nicht, ob er Forum gesagt hat, ja, das kam von ihm. Und wem das nicht passt, der hat ja nichts zu suchen. Das kam von Toni, aber nicht von dir. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das so ist, was er da gesagt hat, habe ich eigentlich hier auch nichts zu suchen. Ja, man kann mit mir konstruktiv reden, aber ich greife damit viele Leute ganz extrem an. Deswegen auch so eine kontroverse Persönlichkeit. Und es geht mir viel zu sehr, ich höre immer nur Toni, Mahoni, Toni, Mahoni. Und gewisse Themen gehen einfach verloren so ein bisschen irgendwo. Guck mal, zum Beispiel, ich würde gerne mal, ja, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde, dann, ich vergesse uns hier, sonst müssen wir das aufschreiben. Zum Beispiel Thema, mit dem Flat-Earth-Thema halt, ne? Zum Beispiel. Guck doch mal, ich würde sogar sagen, dass die Leute, die hier in der Sendung drin sind, ich weiß gar nicht, ob wir überwiegend Leute drin haben, die gar keine Flat-Earther sind. Ich müsste jetzt nochmal genau überlegen, aber es ist so ausgewogen halbwegs, ne? Also, das ist, wir haben ja viele Leute, guck mal, der Alex Krüger ist kein Flat-Earther, der Sam Jones, ich bin auch kein Flat-Earther. Dann, ja, wer ist denn noch alles? Also, ich müsste jetzt nochmal gucken, ja? Aber auf jeden Fall, aber das funktioniert ja auch. Da gibt es ja jetzt nicht, weil wir jetzt keine Flat-Earther sind, irgendwie dann einen dauernden Stress deswegen. Guck mal, das akzeptiert der Toni ja auch. Also, verstehst du, was ich meine? Also, irgendwie scheint das ja doch zu gehen halt, ne? Was halt noch so ein Ding ist, dass es ja ein anarchistisch-libertäres Forum ist oder so, stimmt auch im Grunde genommen, ja? Denn, ich meine, wir haben da, wir fahren da wirklich eine ganz klare Linie, konsequente Herrschaftsablehnung halt und das ist halt einfach so. Aber das heißt ja nicht, dass da keine anderen Leute reinkommen können, die das vielleicht anders sehen oder sowas, ne? Nur, das ist halt eben so unsere Linie, das vertreten wir halt eben, ja? Das ist halt einfach so, ne? Und wer, und das stimmt sogar, was der Toni da gesagt hat, denn, weil, wenn da jemand ein Problem damit hat, wenn da jemand zum Beispiel sagt, nee, damit komme ich überhaupt gar nicht klar, ne? Oder so, ja, der braucht ja nicht hier reinzukommen. Also, das ist ja, also, wenn das so schlimm ist für jemanden, ne? Also, dass das echt jetzt, dass man jetzt gleich zu weinen anfängt oder was auch immer oder sich jetzt irgendwie vor den Zug schmeißen will, deswegen haben wir es gar nicht mehr verkraftet, dann ist ja niemand dazu gezwungen, in die Sendung reinzukommen oder so. Wir freuen uns immer, wenn Leute reinkommen, die auch mal anderer Meinung sind, mit denen man auch mal konstruktiv da drüber reden kann, über bestimmte Themen halt auch, ne? Aber, ja, wie gesagt, das stimmt im Grunde genommen schon, ja? Das wollte ich noch sagen. Egal, mach einfach mal weiter. So, nee, Quatsch, warte, warte, warte. Jetzt hat man es ein, also hier mit dem Moderatorzeug und so, ne? Was glaubst du denn, warum das so ist? Was glaubst du denn, warum ich mich da, es gibt ja manche Sendungen, die habe ich sehr dominiert, in anderen halte ich mich ziemlich zurück. Übrigens, die Sendung, wo du angesprochen hast, du würdest gerne mal sowas sehen, wo ich und der Toni relativ wenig sagen, das ist, die Sendung gibt es übrigens, ne? Die nennt sich Rätselhafte Phänomene, die schrittweise Transformation unserer Welt, auf allen Ebenen heißt die, glaube ich. Da ist das tatsächlich so. Also ich habe dann am Schluss, habe ich dann nochmal mehr erzählt und sowas, ne? Aber das war eigentlich nicht mehr so wichtig. Aber im Grunde genommen, wo es da wirklich darum ging, um das Thema, da habe ich ganz am Anfang mal ein bisschen was gesagt und das haben eigentlich nur andere Leute gesprochen, ne? Der Toni hat da auch nicht so viel gesagt, ne? Ich habe sogar gesagt, das ist hier wahrscheinlich ein Rekord, das ist die Sendung, wo wir am wenigsten gesprochen haben. Und wie gesagt, solche Sendungen gibt es halt, ne? Das kommt halt immer drauf an, ne? Weil das war auch so eine Sendung, das war nicht so unser Schwerpunkt. Da konnten wir auch nicht so viel dazu sagen. Aber da hat zum Beispiel Livia drin und ich finde, die hat das sehr schön gemacht als Co-Moderator, ja. Ich finde, die hat sehr schön die Sendung moderiert. Was glaubst du denn, warum das so ist? Also, warum moderiere ich denn da so wenig? Oder wie erklärst du dir das? Es gibt ja wirklich so Sendungen, wo ich mich da echt zurücklehne und lass das einfach so laufen. Warum ist das so? Was glaubst du? Wie reimst du dir das zusammen? Dann sag mal. So, jetzt noch mit Tonis Worten, ich relativiere jetzt erst mal, ja. Ich war erst mal, bevor ich dich beantworte, vorhin im Sprachchef gewesen mit drei anderen Leuten und wir haben uns über Gott weiß was in der Welt unterhalten und da kamen wir auf gewisse Themen. Und ich bin nicht, und auf einmal hieß es ja, jetzt wird ein Hangout gestartet. Und jetzt bin ich hier als Erster drin und muss hier irgendwas sagen, als wenn ich hier komplett dich kritisieren will. Ich komme jetzt an die Prange, weil es sind auch noch andere Leute, glaube ich, die so... Nein, du stehst hier nicht. Nein, du stehst hier nicht am Pranger. Wir wollen einfach nur mal ein bisschen drüber reden und du musst gar nichts sagen. Niemand zwingt dich dazu. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen und auch die Zuschauer würden sich sehr freuen, wenn du halt eben was sagst. Aber lass das einfach weg. Also einfach nur mal, warum... Was denkst du denn über den Salon gestern? Wie das so gelaufen ist? Nein, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Also ich hätte ganz gerne, wenn ich dir eine Frage stelle, dass du die halt eben auch beantwortest. Und wenn du dann wieder eine Frage stellst, dann beantworte ich die halt eben auch. Aber bitte nicht auf Fragen... Ich stelle mir nochmal die Frage und dann beantworte ich sie. Ja, was glaubst du denn, warum das so ist? Hier meine Tätigkeit als Moderator, die ja doch vielleicht den Augen vieler doch sehr zu wünschen übrig lässt, weil ich einfach gar nicht moderiere. Ja, oft. Warum ist das so? So, ich habe das vorhin im Semmer erklärt. Ja, du bist ein Moderator. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Mainstream. Ja, ich vergleiche das jetzt mal ganz blöd. Ja, das ist ein Moderator und da sitzt Partei A und da sitzt Partei B da. Ja, und jede Woche wird eine andere Partei A und eine andere Partei B eingeladen. Ja, das heißt, man hat jede Woche eine andere Diskussionskultur. Ja, das Problem ist nur, was ich sehe. Und wie gesagt, das ist nichts gegen Toni persönlich. Ich sehe ja auch, er ist jetzt auch wieder hier drin. Er hört mir ja auch zu. Er kriegt das, denke ich, schon mit hier momentan. Nur was halt irgendwo schwierig ist, um hier reinzukommen, um erstmal konstruktiv, muss man erstmal an ihm vorbei. Könntest du, könntest du mal vielleicht meine... Nein, du bist jetzt ruhig. Warte mal, Begriff du gerade. Was hältst du denn davon, wenn du einfach Fragen beantwortest direkt und dann nicht irgendwas schwafelst? Ich habe dir zum Beispiel die Frage gestellt, warum glaubst du, warum ich das mache? Ja, und da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Missstände anzubringen oder zu erzählen, wie es woanders läuft, sondern einfach mal konkret, was stellst du dir darunter vor? Warum mache ich das? Wie erklärst du dir das? Warum? Warum mache ich sowas? Warum halte ich mich da so zurück? Ja, weil du mit Sicherheit nur... Vielleicht geht meine Antwort schon ein bisschen weiter irgendwo, ja? Du willst Leuten eine Plattform geben. Batsch. Das ist doch klar, ich war das Erste. Du möchtest Menschen eine Plattform geben. Du möchtest Partei A der Partei B oder gewissen Leuten eine Plattform geben, dass sie sich hier äußern können, dass man darüber reden kann, dass auch Menschen danach die Möglichkeit haben, weil du das ja auch ins YouTube dann direkt reinstellst, die nicht live dabei sein können, sich das auch anhören können, ja? Das machst du als Moderator. Das ist deine Intention. Und die machst du auch im Großen und Ganzen auch ziemlich gut. Sonst wäre ich ja auch nicht hier drin. Nur ich kritisiere ein kleines bisschen irgendwie so die Art und Weise, weil es ein bisschen zu einseitig ist. Und jetzt bin ich auch schon wieder weitergegangen. Du willst Leuten eine Plattform geben. Was setzt du denn mal konkret für Verbesserungsvorschläge, ja? Wie man das denn besser machen sollte oder sowas? Mach doch einfach mal, wenn du sagst, okay, wie das so läuft, das ist vielleicht superoptimal. Da bist du übrigens nicht der Einzige, der das so sieht, ja? Genau, genau. Mach doch mal, mach doch mal. Ja, sag doch einfach mal, sag doch einfach mal, okay, wir haben jetzt hier das und das, das läuft irgendwie superoptimal und so. Aber ich hätte da jetzt folgende Ideen und so, das könnte man halt so und so machen, ja? Weißt du, was ich meine? Da kommt man schon mal wieder einen Schritt weiter. Erzähl mal ein bisschen, was setzt denn so für Ideen da? In denen wir ganz einfach, in einer freien Diskussion gehören auch Dobermänner und Hunde, die beißen können dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber zu einem Moderator gehört es, diese Hunde auch manchmal ein kleines bisschen an die Leine zu nehmen. Und das hat mir persönlich zum Beispiel gestern ein kleines bisschen gefehlt. Nur mal so, du bist relativ spät eingestiegen. Ich wollte mich mit Toni auch, deswegen bin ich ja auch reingekommen, weil ich diesen Mann kennenlernen wollte und auch mit ihm mal direkt mal reden wollte, wie sich das anfühlt, wenn man direkt mal mit ihm spricht, weil wenn ich das so, was ich das so alles gesehen habe, aber als Verbesserungsvorschlag, mich hätte es gewünscht, wenn du vielleicht auch zwischendrin mal so mal ein bisschen reingegangen wärst, weil ein Moderator lehnt sich nicht komplett immer zurück. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass du mal ein bisschen reingegangen wärst, weil ich habe gemerkt am Ende, warte mal kurz, ich habe gemerkt am Schluss zu dem Thema flache Erde, sind wir komplett auf einer Meinung. Du sagst auch, das kann sein und das kann sein. Und dann ist man mit Toni in einem Gespräch und der tut einen komplett zerlegen und du lehnst dich zurück und guckst zu. Und dann kann man doch mal zwischendrin krätschen, kann man sagen, Moment, ich bin ein Moderator, muss auch mal reingrätschen. Ja, das ist ja zum Beispiel ein wirkliches Beispiel jetzt. Wen hat denn der Toni zerlegt und wie hat er das gemacht, inwiefern? Indem man zum Beispiel auf konkrete Fragen, die ich ihm gestellt habe, nicht eingegangen bin. Was denn zum Beispiel? Kannst du die Fragen jetzt nochmal stellen? Wollen wir jetzt den Hänger von gestern nochmal wiederholen, ja? Es ist ganz schwierig. Ich will einfach nur ein bisschen quatschen, um das einfach, um den Kern der Sache zu reden. Ja, klar. Aber wenn man quatscht, muss man auch mal ein bisschen ausholen und du willst immer konkret sein, ja? Aber man kann gewisse Dinge nicht immer einem Satz so erzählen, ja? Also viele Dinge schon, also die Dinge, wo wir drüber reden, da kann man schon relativ konkret drauf eingehen, ne? Ja, aber es ist relativ schwer, wenn du ein Freigeist bist, ja? Und du dir alle Möglichkeiten offen hältst, ja? Ja, aber das klingt für mich eher nach irgendjemandem, der denkt relativ... Aber weißt du, weißt du, du sagst dir, dass es relativ schwer, wenn du ein Freigeist bist, ne? Weißt du, das klingt aber für mich, also wie du oft redest, das klingt für mich eher nicht Freigeist-mäßig, sondern einfach, dass du da irgendwas schwurbelst oder dass du dir noch irgendwelche Hintertüren offen lässt oder dass du irgendwie diplomatisch sein willst oder sowas oder irgendwie so oder drumherum redest, wie die Katze um den heißen Brei oder wie sagt man dazu, das hat ja, du kannst ja trotzdem Freigeist sein, aber auch auf den Punkt bringen. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich ein Freigeist bin, aber ich bringe ja auch Sachen auf den Punkt, ja? Und damit komme ich immer am besten klar, weil das ist eine sehr anstrengende Gesprächsführung, wenn du zum Beispiel Leuten eine konkrete Frage stellst und dann erzählt er immer bla 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 und dann musst du dann erst nochmal sagen, nee, das funktioniert so nicht, bitte beantworte die Frage und das kommt dir öfter mal vor. Das ist so, das ist sehr anstrengend. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was mich jetzt erstmal generell grundrechtssätzlich stört, dass wir eigentlich hier so eine Diskussion führen, weil ich habe eigentlich nie heute Mittag die Intention gehabt, mit dir so ein Gespräch zu führen. Ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war überhaupt nicht lang. Bitte? Ja, warum bist du denn hier, wenn du das eigentlich nicht machen willst? Weil ich vorhin mit Leuten mich unterhalten habe und auf einmal hieß es, ja, es wird ein Hangout gemacht und dann sage ich, ja gut, okay, ich gehe rein, weil ich habe gegen dich persönlich eigentlich so überhaupt nichts, ja. Nur, es sind halt, es geht eigentlich mehr um eine andere Person, ja. Es ist schwer, wenn jemand komplett dafür überzeugt ist, dass die Erde flach ist, ja. Und das reduziert eigentlich das Diskutieren auf einen minimalen Punkt irgendwo runter. Und das finde ich irgendwo schade bei dieser ganzen Sache, ja. Und das nimmt auch ein bisschen Luft raus. Und ich glaube, das sehe auch nicht nur ich so, sondern auch viele andere Leute auch, ja. Und das finde ich schade. Was soll ich denn groß noch dazu sagen? Es hat ja auch seine Gründe, warum ich hier drin bin. Ich bin nicht hier drin, um euch zu dissen oder sonst irgendwo. Ich habe euch gestern gesagt, ich habe auch nicht so viel Zeit, ja. Und das bisschen Zeit könnte ich mir dann noch mit einer anderthalb Stunden Serie verbringen, ja. Will ich aber nicht. Es hat ganz seine Gründe, warum ich hier drin bin. Weil ich mit Leuten sprechen möchte. Und ich hatte auch die Intention, mit Toni zu sprechen. Ich wusste ganz genau, worauf ich mich einlasse, ja. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig irgendwo, immer nur dieses Thema Flagge Erde. Mir wurde heute gesagt, ich war gestern nicht direkt genug. Kai, Kai, wenn der irgendwo... Oh yeah, ich grüße dich, Toni. Ich grüße dich erstmal. Lass uns doch erstmal Hallo sagen. Lass uns erstmal nochmal Hallo sagen. Kai, 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 Kai. Ich bin gerade am Katzenfüttern, weißt du? Wenn dir irgendwas nicht cool ist, aber dann sag doch erstmal... Kai, wenn dir irgendwas nicht passt, verpiss dich. Okay, das hat schon wieder gelangt, Toni. Und genau das war schon genau der Grund, warum nämlich die Problematik besteht. Weißt du, ich war jetzt diplomatisch gewesen und hab gesagt, sag doch erst mal Hallo. Und du sagst jetzt zu mir, ich soll mich verpissen. Und genau, Toni, das ist dein scheiß Charakter. Ja? Und es ist genau diese Ebene in den Hangouts. Es wird nur gedisst, ja? Es kommen Fäkalworte irgendwann raus. Nein! Dreh mir bitte nicht die Worte im Mund herum. Ich habe nicht gesagt, dass du dich verpissen sollst. Ich habe gesagt, wenn dir irgendwas nicht passt, dann verpiss dich. Okay. Und weißt du, und genau diesen Hangout habe ich nämlich vor einiger Zeit schon mal gesehen, wo dir das auch jemand angekreidet hat. Ja, weißt du, du redest von Herrschaftsgesaie und das ist nämlich auch Herrschaft, wenn dir was nicht passt. Ja? Nee, nee, pass auf. Das Problem ist einfach... Nee, nee, nee. Weißt du, warte mal, warte mal. Weil du siehst nämlich nicht... Ja, warte mal. Warte mal. Nein, nein, das ist keine Herrschaft. Herrschaft, ja. Verstehst du? Das Problem ist einfach, dass viele Leute sich mit diesem Begriff Herrschaft nicht wirklich auseinandergesetzt haben und den benutzen sie auch oftmals falsch und die verstehen auch dann nicht, wenn wir das irgendwie klarstellen wollen oder sowas, ne? Ich kann auch wirklich nur allen Leuten hier empfehlen, jetzt die Sendung gucken oder die sich vielleicht die Aufzeichnung angucken, aber denen immer noch nicht dieser Herrschaftsbegriff klar ist, am besten einfach mal dann ausmachen und einfach auf die Seite hier freiwillig freigehen oder auf den YouTube-Channel, ja, und die haben da unheimlich viele Videos gemacht, da ist auch im Grunde genommen fast schon alles gesagt dazu, was die da gemacht haben und einfach sich das mal reinziehen, ja, das ist die einfachste Möglichkeit. Man kann da auch mal Bücher lesen von Roland Bader oder Janich oder was, ja, auch wenn ich damit hier einverstanden bin, was der Olli dann in letzter Zeit so raushaut mit AfD-Wählen und so, kann man schon sagen, dass er in Büchern da schon gut diese Zusammenhänge da beschrieben hat, ja, aber wie gesagt, einfach mal sich damit auseinandersetzen, damit man das dann immer mal versteht, weil ansonsten wird man sich immer nur umkreis drehen und da würde ich mich sogar noch mehr dann drüber freuen, wenn noch mehr Leuten das klar wird oder sich damit auseinandersetzen, auch wenn ich dann vielleicht ein paar Klicks weniger habe oder so, ja, aber da würde ich mich noch mehr drüber freuen, weil dann bringt das irgendwie auch was, ja, also wie gesagt, Leute, guckt euch das echt mal an, ja. Ich stelle jetzt mal die Frage, guck mal, was verstehst du denn unter Herrschaft, Kai? Was ist das denn? Ja, und genau das ist wieder der nächste Punkt, jetzt werde ich wieder in die Konkret, die Frage stellt ihr in jedem Hangout, Herrschaft ist, wenn ich keinen freien Willen mehr habe, wenn jemand über mich bestimmt und ich keine Wahlmöglichkeit habe, dann ist das Herrschaft für mich, ganz einfach ausgedrückt. Ja, jetzt hört sich doch ganz gut an, ja. Also, wenn jemand mit dir oder deinem Eigentum ist das quasi ein Bestimmtes von jemandem, ja, und du hast einfach gar keine Wahl und der macht das, was vielleicht sogar noch legitimiert ist, dann vielleicht sogar noch durch die Gesellschaft oder sowas, durch Wahlen oder sowas, ja. So, pass auf, und so, jetzt hast du ja gerade eben gesagt, unter was du unter Herrschaft verstehst und da verstehen wir auch so ziemlich dasselbe drunter, aber ich will jetzt mal wissen, warum ist denn das Herrschaft, wenn jetzt der Toni, die irgendwas sagt dahingehend und dann sagst du, es ist Herrschaft, aber wie nimmt er dir denn deinen freien Willen oder deine Handlungsmöglichkeit? Du kannst doch trotzdem immer noch machen, was du willst. Also, wie macht er das denn? Weil der Toni sitzt ja wo ganz anders als du, ja, und du sitzt da jetzt vor dem Bildschirm. Wie nimmt er dir deinen freien Willen? Erklär mir das mal. Oder wie meinst du das? So, ich gehe einfach vor dem, das Let's Play, es geht da drum. Du hast einen Discord-Server. So, und da sind Leute angemeldet. Und ich habe jetzt erstmal die Möglichkeit, ohne diese Hangouts, ja, mich mit den Leuten zu connecten. Und ich habe das auch heute Mittag sehen, habe ich das erklärt, ja, jetzt nur mal als Beispiel, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel-Prophezeiung, ja, ich reihe da nicht drauf rum, ja. Aber wenn ich da jetzt gern drüber reden würde und mich interessiert ist, dann kann ich mich mit dem, jemanden connecten und er sagt, ah, nee, das ist nicht so mein Ding und so, bla, 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 und keine Ahnung, und dann kommt der Nächste und dann treffe ich, und dann kann ich mich konstruktiv mit dem unterhalten, ja. Das sind für mich Freigeister, ja. So, wenn ich aber bei euch dann in die Hangouts reingehe, muss ich immer erstmal an Toni und an diesem flachen Erdethema vorbei mich schiffen, um über... Ja, kannst du jetzt bitte auf den Punkt kommen? Nein, 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 nein. Da durch das das gut ist... Du bringst mich wirklich gerade echt ohne Scheiß. Also du hast doch schon Sendung gesehen und sagst ja angeblich, du hast fast alles gesehen und dann weißt du doch, dass mir einfach bestimmte Sachen nicht passen, ja. Und das ist, wenn immer drum herum geschwurbelt wird, ich eine Frage stelle und es kommt immer irgendeine ausweichende Antwort oder jemand erzählt wirklich was anderes. Ich habe dir eine konkrete Frage gestellt. Ich will jetzt wissen, inwiefern der Toni auf dich Herrschaft ausübt. Ich will das jetzt wissen, weil du das vorhin gesagt hast. Indem ich mich in dem Hangout nicht wirklich frei äußern kann. Das hat gestern schon angefangen. Damit stell dich mal vor, was hältst du von der flachen Erde? Batsch. Das ist für mich keine Grundlage. Und somit nimmt er mir die Freiheit, mich eigentlich frei zu entfalten. Sage ich dir ganz ehrlich. Aber das kannst du doch. Aber du kannst dich doch immer noch frei entfalten. Er kann dich doch nicht muttot machen. Du sitzt doch da und kannst immer noch reden. Ja, du kannst doch hingehen, du kannst zum Beispiel einen eigenen Hangout aufmachen und dann mit der Öffentlichkeit reden oder sonst irgendwas. Verstehst du, was ich meine? Er hält dich doch nicht davon ab, das zu machen. Verstehst du, was ich meine? Du hast doch nicht den Anspruch darauf, es gibt doch keinen Anspruch darauf, wenn du bei irgendwelchen Leuten in einem Hangout bist oder sonst wo, dass du dann so und so viel Redezeit haben musst oder irgendjemand muss jetzt auf deine Bedürfnisse eingehen oder so. Das Recht gibt es nicht. Ja, du sagst, er macht dich mundtot und das wäre Herrschaft und das macht er ja nicht. Du kannst dich doch, guck mal, du bist doch jetzt auch wieder hier, du konntest doch gestern, du konntest dich doch die ganze Zeit frei äußern, das kannst du jetzt. Und der Toni hat doch gar nicht die Mittel dazu, dich mundtot zu machen. Der Staat hat die Mittel dazu. Let's play, let's play, ganz kurz, jetzt kretsch ich mal rein. Aber woher, ich hab mich heute, geh mal von den ganzen Trollen weg, ja, da sind auch noch andere Leute da draußen. Woher kommen denn diese ganzen Kritikpunkte wegen Toni? Und das ist einfach nur die Frage, wo ich mir stelle. Aber wieso darfst du das jetzt immer noch nicht beantworten, wie feine Herrschaft aussieht? Weil er hat dich nicht mundtot gemacht. Ich hab dir jetzt gesagt, dass du dich trotzdem noch veräußern könntest. Weil ich weiß, Hätte ich gesagt, die flache Erde, ich bin für die Kugel. Dann hätte er schon wieder angefangen zu lachen. Ja, und das stimmt nicht. Und dann hätte er wieder im Prolog angefangen. Und das ist ein Problem. Weißt du, wer dich hier zensiert? Nicht der Toni. Nicht der Toni. Mach dich mundtot. Du machst dich selber mundtot. Und du erklärst jetzt auch gerade eben, warum. Weil wenn du das gemacht hättest, dann wäre das und das passiert. Und dann hast du es lieber nicht gesagt. Ja? Aber das bist doch du selber. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch nicht, die anderen sind doch jetzt nicht das Problem. Ja? Oder der Toni oder wer auch immer. Sondern du legst ja doch diese Ketten freiwillig an. Und eben du dich dann nicht äußerst. Aber das sind doch nicht die anderen schuld. Ihr seid so geil, ey. Ich mag euch wirklich. Ja? Ich mag euch wirklich, ja? Nur egal, was du guckst in dieser ganzen sogenannten Wahrheitsbewegung. Ja, Frank Stoner. Was du alles guckst. Nur wieso? Ja, da steht ja auch nur drauf. Überall wird nur gedisst. Toni disst jeden an. Und überall nur Flat Earth, Flat Earth. Soll ich ganz ehrlich was sagen? Let's play. Ich kann dieses Flat Earth-Thema nicht mehr hören. Weil es wird alles nur noch auf die Flat Earth reduziert. Ja. Ich würde aber trotzdem gerne, gerade, ich würde das gerne trotzdem noch, merke da, was du sagen wolltest, ich würde es gerne trotzdem noch ein bisschen ausführen. Weil wir haben ja vorhin gesagt, Herrschaft ist quasi, wenn andere quasi über dein Eigentum bestimmen. Ja? Oder auch über dich halt, in die wir sich einsperren können oder was auch immer, ne? So, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, das ist Herrschaft. Ja? Und, äh, so, jetzt sind wir ja quasi hier, hier drin. Ja? Du bist ja jetzt quasi, das ist ja jetzt nicht dein Hangout, du machst jetzt nicht Design, sondern du bist halt bei jemand anderem drin, also bei mir. Ja? Äh, so. Und, und, und da ist jetzt jemand, also Eigentümer kann man eigentlich nicht sagen, weil mir gehört ja nicht der Server oder was, aber Besitzer oder Tempogea ist das jetzt der Hangout oder was auch immer, ja? So, und, und, äh, das ist ja doch klar, weil du sagst, Herrschaft ist, wenn, wenn fremdbestimmt ist, was du mit deinem Eigentum machst, ja? Und in diesem Fall übe ich ja einfach nur mein, mein Recht aus, damit zu machen, was ich will, also mit, mit meiner eigenen Sendung zum Beispiel. Ja? Verstehst du, was ich meine? Und das ist ja, das ist ja keine Herrschaft. Ja? Herrschaft wäre, wenn wir irgendwie, wenn du eine Sendung machst und wir jetzt das irgendwie dich dazu zwingen würden, äh, unsere Wünsche zu erfüllen oder sowas, oder dass du über die Sachen reden musst, wo wir drüber reden, oder was auch immer, in deiner eigenen Sendung. Das wäre dann irgendwie, aber das können wir natürlich nicht, die Möglichkeit besteht nicht, aber, ne, verstehst du, was ich meine? Also, da ist ja nichts fremdbestimmt hier oder sowas. Ich mache einfach nur eine Sendung und ich quatsche halt über Sachen, wo ich Bock drauf habe und, äh, oft mache ich halt die Sendung zusammen mit Toni oder so, ja? Und, äh, das spielt doch eigentlich gar keine große Rolle, ob wir jetzt die Sendung irgendwie bei ihm im Kanal machen oder bei mir oder sonst irgendwas. Man könnte das sogar die Let's Play und Toni Maoni Show nennen, überspitzt gesagt, ja? Und, äh, ja, und da machen wir das einfach. Und wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ja, äh, der Toni kann hier ruhig alles raushauen, aber das trifft ja nicht nur auf den Toni zu, ne, sondern eigentlich im Grunde genommen auf alle hier, ne, weil jeder kann hier echt raushauen, was er will oder sowas, ja? Ja, und, ähm, dann ist das doch, dann ist das doch völlig okay und das ist doch keine Herrschaft, wenn ich Leuten die Möglichkeit gebe, sich frei zu äußern. Also, wie gesagt, ich kann das, ich kann das echt nicht nachvollziehen, den Einwand, ja? Das ist, das ist keine Herrschaft. So, du hast gerade von materiellen Dingen gesprochen und die interessieren mich jetzt momentan gar nicht. Weißt du, worum es geht? Meinungsfreiheit. Ja, hast du doch. Nein, wie habe ich? Hast du doch. Nein, nein. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ich will mal was erklären. Warte mal, warte mal, warte mal, weil Leute es nämlich falsch verstehen, warte, ich sage jetzt, ich sage jetzt was, warte mal gerade, weil Leute es nämlich nicht kapieren, ne, pass auf, ähm, Redefreiheit oder für mich ist Meinungsfreiheit, ja, äh, das existiert quasi für den öffentlichen Raum, sage ich jetzt mal, ne, sobald wir uns in deinem Haus aufhalten, ja? Und du keinen Bock mehr hast, dir unser Geschwafel anzuhören, wie die flache Erde oder Herrschaft oder was auch immer, ja? Und du dann sagst, nö, ich habe keinen Bock, entweder du lässt jetzt die Klappe oder ich schmeiße dich raus oder so, ja? Ja, dann ist das erstens mal keine Herrschaft, weil du nämlich, äh, auf deinem Grund und Boden machen kannst, was du willst. Das ist nämlich ein ganz wichtiger, äh, grundlegender Baustein der Freiheit, ja, dass du das nämlich machen kannst, ja? Wenn du es nicht machen könntest, das wäre dann Herrschaft, wenn jemand fremd über dich bestimmt. Und es ist auch, und es hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, denn du bestimmst, wer in deiner Bude jetzt ist und was die Leute raus haben, wenn es dir nicht passt, da hast du jedes Recht, die einfach aus deiner Bude zu entfernen, ja? Und da können wir sagen, Zensur, Zensur, es herrscht keine Meinungsfreiheit und so, ja, aber der Begriff Meinungsfreiheit oder Redefreiheit ist dafür nicht gedacht halt eben, ja? Dafür, was du, du hast auch, wenn du dir das mal anguckst oder sowas, ja, äh, was ist denn das höherwertige Gut, ja? Und das ist natürlich, dass du bestimmen kannst, äh, wer da sich aufhält oder so und, und wie gesagt, wenn es dir nicht passt, dann ist das auch völlig okay, ne? Du musst ja nicht jeden in deiner Bude drin haben und dich da vollquatschen lassen von jedem Idiot. Ich meine, wo wollen wir denn hinkommen, ja? Und so ähnlich ist das jetzt hier auch mit den Hangouts, verstehst du, was ich meine? Ja, und es hat nichts mit Zensur zu tun. Wenn du zum Beispiel, ich habe da doch schon mal Leuten erklärt, ja, du hast jetzt einen, von mir aus auch einen Kanal oder sowas, ja? So, und da schreiben Leute Kommentare. Und ich muss sagen, ich lasse ja wirklich fast alles durchgehen, außer hier Martin Hüller abschlachten oder sowas, das habe ich dann gelöscht. Und, äh, so, und selbst wenn ich jetzt hingehen würde und würde da alles löschen oder so, selbst das ist keine Zensur, weil eine Zensur, ich weiß nicht, ob Leuten das klar ist, ne? Oder hier mit Meinungsfreiheit oder sowas, ne? Das ist eine übergeordnete Stelle, ja? Eine übergeordnete Stelle, die dann anderen das aufdrückt, ja? Was sie sagen dürfen oder was sie mit ihrem Eigentum machen dürfen oder nicht, ja? Oder sonst irgendwie sich äußern dürfen, ne? Das ist dann von oben, das ist Zensur. Aber doch nicht, wenn jemand eine Wohnung hat oder ein Haus oder ein Hangout oder was auch immer und da oder ein Kanal und da bestimmt mit seinem Kanal, was da geschrieben wird und was nicht. Das ist doch keine Zensur. Ja, aber das verstehen Leute nicht, ja? Und deswegen empfehle ich wirklich, sich auch mal mit Freiwillig-Frei-Videos auseinanderzusetzen oder sowas, ja? Oder nicht mal mit dieser Grundthematik. Weil solange das nämlich Leute nicht verstehen, ja, drehen wir uns immer nur im Kreis und kommen nicht weiter. Und dann verstehen auch Leute unsere Aussagen nicht, weil die da, weil nämlich der Empfänger ja die Botschaft bestimmt. Und die betrachten das durch irgendwelche Filter und da kommt was völlig anderes an, als das, was wir senden. Aber erzähl ruhig Worte. Was soll ich mal erzählen? Ja, ich habe halt wirklich nur den Eindruck, Let's Play, dass es halt in deinen Hangouts, du hast recht, was du sagst, du hast das Hausrecht. Du hast das absolute Hausrecht, das ist richtig, ja? Aber es geht mir halt in den Hangouts. Relativierungsge... Was soll das jetzt, Toni? Siehst du, und das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich sage, was soll das? Ja, was soll das? Ist das eine vernünftige Diskussion? Weißt du, was ich schade finde? Weißt du, ich labere mir hier momentan gerade den Ast ab. Es ist auch, glaube ich, noch Mary drin hier oder so, die auch vom Bewusstsein geredet hat, ja? Ich rede hier momentan allein vom Ast, ja? Es geht bis zum Bewusstsein. Natürlich, wenn mir das hier nicht passt, was hier abgeht, dann muss ich gehen. Ist richtig. Aber ich war nicht die Erste, wo gesagt hat, verpiss dich, sondern das war Toni gewesen. Und da fängt es nämlich schon an, diese Fäkalsprache. Nein, das habe ich nicht. Doch, du hast gesagt, wenn dir das, was hier drin nicht passiert, passt, dann verpiss dich. Ja? Und du hast das Wort verpiss dich gesagt. Und das habe ich nicht gesagt, Toni. Ganz einfach, ja? Tu mal ein bisschen an deiner Sprache mal ein bisschen arbeiten, wie du mit den Leuten arbeitest. Ich habe gestern schon mal gesagt, ja? Ich habe viel Wissen mir reingeballert, aber ich weiß heute eigentlich auch nicht wirklich viel. Ich habe so viele Bücher gelesen, ja? Ja? Das ist das, was ich vielleicht gar nicht so viel weiß. Aber ich gehe dir mit dem Text vor gegenüber. Und ich würde dir zu den Leuten sagen, verpiss dich, ja? Und da fängt es schon an. Und das ist das Problem in den Hangouts und warum manche Leute auch Probleme damit haben. Mit dieser Fäkalsprache, die du hast, Toni. Guck mal, ich will dir mal was sagen, ne? Jetzt stell dir mal vor, so, jetzt ist da irgendwas und das hat dir zum Toni nicht gefallen und er sagt das halt, ne? Klar hätte man sich gewählt ausdrücken können, wenn dir das nicht hier gefällt, dann hast du jederzeit das Recht, natürlich den Hangouts zu verlassen. Er könnte sich auch so ausdrücken, aber er hat so gesagt. Warte, 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 warte. Aber er hat es jetzt halt eben so gesagt und das finde ich auch okay, aber das war halt nur ein bisschen drastischer. Ja, es war nur ein bisschen drastischer. Oh, bla, 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 lass mich doch bitte, wenn ich rede, ja? Und, ja, hat es jetzt halt nur ein bisschen drastischer ausgedrückt. Aber jetzt mal nochmal den Inhalt, nochmal, weil Leute den vielleicht nicht verstehen, ja? Auf jeden Fall, toll, jetzt hast du mich rausgebracht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja. Also, ne, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht fällt es mal wieder ein. Ja, Behauptung. Lassen wir mal den Toni reden. Komm, gib ihm mal einen vom Saft. Laber mal zehn Minuten und knallen wir mal richtig einen rein. So wie du es schon in tausenden Hangouts gemacht hast, wo du die Leute nie mehr machst. So, gib ihm mal einen vom Feinsten. Weil du brauchst es nämlich. Du bist nämlich so ein streitbarer Charakter. Du darfst jetzt einfach oder nicht? Nein. Und du willst mir erzählen, dass du zum allerersten Mal hier so, solche Kommunikation betreibst, ja? Sehe ich nicht so. Du bist total geschult. Du hast komplett eben den Zusammenhang rumgedreht. Und ich habe dich getriggert. Und du hast den Trigger aufgenommen und hast ihn komplett rumgedreht. Ich würde mir niemals erdreißen, dir zu sagen, verpiss dich. Ich habe gesagt, wenn dir was nicht passt, dann verpiss dich. Das ist ein großer Unterschied. Da ist nämlich ein Hätte-Hätte dazwischen. Was wäre wenn? Okay? Das ist keine Behauptung. Ich habe niemals gesagt, verpiss dich. Wer bist denn du eigentlich? Was ertreistest du dir, mit einer Frechheit hier reinzukommen und öffentlich meine Aussagen rumzudrehen? Wer bist denn du? Was fährst denn du für ein LKW? Erzählst du es mir mal? Schnelle, direkte Antwort. Mercedes, Nissan. Komm, erzähl mal. Erzähl mal von deinem Truck. Was interessiert dich das denn? Keine Gegenfrage, keine Gegenfrage. Hör mal zu, Toni. Hör mal zu, Toni. Das kannst du mich auch nicht ausreden lassen. MAN? MAN? Mercedes? Scania? Was macht denn das für einen Sinn? Was willst du dir jetzt mit sagen? Ich fahre ein MAN. Gut, ich fahre ein MAN. Momentan fahre ich ein MAN. So, was willst du mir jetzt damit sagen? Dass Mercedes besser ist? Ich wollte damit gar nichts sagen. Ich wollte lediglich wissen, was du für ein Auto fährst. Ich fahre ein MAN LKW. Und weiter? Was bringt das jetzt in den Kontext? Alter, nichts weiter. Alter, so funktioniert Kommunikation. Also der eine stellt eine Frage und der eine beantwortet sie. Aber du drehst es rum. Du schwobelst. Du bist ein Schwobelprinz. Gott, wie du meinst? Komm klar drauf. Weißt du, worum es nur geht, Toni? Mir geht es darum, wie man mit Menschen redet. Und du hast manchmal eine Art und Weise mit Menschen zu reden, die ist unter der Gurtlinie. Und jetzt lässt du mich auch mal ausreden. Die Botschaft bestimmt der Empfänger. Ach, ey. Du haust hier Phrasen raus. Du haust immer nur Phrasen raus. Herrschaftsgesseier, die Botschaft bestimmt der Empfänger. Sag mal, was bist denn du für ein Guru? Alter. Ja? Und jetzt machst du hier irgendwelche Bilder. Ja? Sag mal, ey, von welchem Bett bist du denn gefallen? Warte, es fehlt nur einen. Warum streiten die Leute mit dir, Toni? Mach dir mal Gedanken darüber, warum es so viele Menschen gibt. Ey, du tust die ganze Wahrheitsbewegung total auf den Kopf stellen. Ja? Wegen dir sind manche Dinge überhaupt nicht möglich. Du greifst jeden an. Du disst jeden. Ja, das ist mir die Knopper. Ja, das ist mir die Knopper. Ja, das ist mir die Knopper. Sollst du mir was sagen, Toni? Hörst du mir eine Minute zu? Komm. Meine Freundin, die arbeitet in der Psychiatrie und die kriegt das hier gerade alles mit. Oh, jetzt nimmst du das auch. Die kriegt das heute zum ersten Mal mit und die denkt sich gerade ihren Teil, Toni. Ey, warum disst du jeden, wo der draußen ist in der Wahrheitsbewegung? Ey, da sind so viele Menschen, die wirklich eine wertvolle Arbeit machen. Du disst jeden an, ja? Und es geht in jeden Hangout, geht jedes rein. Ja, heul doch. Heul doch, ja? Meinst du, du hast die Wahrheit gepachtet? Bloß, weil du denkst, die Erde ist flach? Meinst du, und deswegen, das ist die Wahrheit? Ey, du bist so krank, Toni. Du bist wirklich krank. Bist du fertig, oder kommt da noch was? Nö. Ich übergebe den Stab, den Zepter an dich, weil du bist ne König. Nein, nein. Nö. Ich bin doch kein König. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Herrschaftsgesäuhe. Alter, du bist so fertig, hey. Ja, und jetzt? Ich nutze die Gelegenheit mal. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Also, Let's Play hat ein ganz tolles Video geteilt. Und ich habe das dann auch gleich gespiegelt. Das ist ein Ausschnitt von einer gestrigen Sendung. Ich muss jetzt mal gucken, wie der heißt. Ich vergesse das immer wieder. James Bond. Er schaut seinen Namen immer umgekehrt, aber es heißt James Bond. Achso, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Oh, das ist total cool. James Bond, ja. Ein ganz tolles Video. Ich muss ehrlich zugeben, ich war gestern von diesem heliozentrik Bullshit so sehr getriggert, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, Let's Play, was für eine gute Arbeit du da gestern hingelegt hast. Übrigens alle da zusammen. Und das wurde jetzt gekrönt durch so einen ganz, ganz tollen Schnitt, der da gemacht wurde. So erinnert mich so ein bisschen auch an meine Arbeit. Und das finde ich total cool. Also, checkt das mal aus. Auf meiner Homepage, Tonimahuni.de, gleich der erste Eintrag. Gravitation. Ja, wobei ich doch sagen muss, also Leute, guckt euch die komplette Sendung an, weil ja, der Zusammenschnitt, wie gesagt, guckt euch einfach mal das komplette Gespräch an. Also das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, weil nämlich dieser Zusammenschnitt natürlich nicht die ganze Konversation einfangen kann. Aber wie gesagt, mach euch weiter. Nee, das war's schon. Also wie gesagt, es ist ein Ausschnitt von der gestrigen Sendung und ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Es ist auch wirklich zu empfehlen, nicht nur diesen einen Ausschnitt da zu sehen, sondern ein bisschen mehr den Gesamtzusammenhang setzen zu lassen, weil ja, totale Selbstentlarvung. Und wir gehören halt nicht zu den Leuten, die dann halt da, also bei meinen Begriffen ist das so, dass das zwar sich aufgetan hat und er es selber halt auch eingestanden hat, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da ewig drauf rumgeritten haben. Also er kam immer wieder da mit. Also ich finde die Sendung wirklich ziemlich cool, aber ich habe es einfach irgendwann an einem gewissen Punkt nicht mehr ertragen können, diesen Irrsinn da weiter. Sag mal, Toni, kannst du dich überhaupt selbst noch ertragen? Geht das noch? Ich komme super mit mir klar, also ich mag mich, also so wie ich bin, das ist ganz toll. Ganz toll finde ich das. Ja, ich liebe mich, ich finde mich toll, ja. Ich würde mich aber nie über andere hinwechseln. Alter, das ist Narzissmus, was du hier gerade erzählst, Alter. Du bist so fertig an die Welt. Nein, Kai, zum Thema Narzissmus haben wir wunderbare Sendungen und Hangouts gemacht. Zieh sie dir rein in Bezug auf Basti. Ja, also du hingst wirklich hinterher. Also wenn du hier reinkommst und mir Narzissmus vorwirfst und erzählst, du hättest alle Videos gesehen, ja, dann überführst du dich selbst der Lüge. Toni, hör mir mal zu. Du sitzt da in Erfurt in deinem Zimmer und du willst den Menschen die Welt erklären. Wirklich? Nein, das haut er ab. Du willst den Menschen die Welt erklären? Du hast die absolute Wahrheit? Du weißt, wie es abläuft? Gib ihm eine Antwort. Du weißt, wie alles abläuft. Das habe ich nie behauptet. Ich sage nur, das ist was. Ich sage nur, das ist was. Doch, behauptest du, indem du sagst, die Erde ist flach. Batsch. Die Frieden sind an Schuld. Batsch. Damit hast du einen Standpunkt geschaffen, woran viele Leute dich kritisieren. Und ich glaube, auch wenn ich momentan der Einzige, wo hier was sagt, ja, es gibt viele Leute da draußen, die meine Meinung teilen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das sieht man an manchen, ohne die Trolle mal abgesehen, ja. An Chatverläufen und sonst irgendwo, weil dein Bewusstsein ist wirklich nicht gerade sehr hoch. Allein in diesem ganzen, ich bin, ich sage dir ganz ehrlich, Toni, hör mir mal zu, ich werde laut, ich bin auch gerade laut. Das ist in Ordnung. Du wirst auch gerne laut. Wir sind beide Hitzköpfe. Das habe ich gerade heute Mittag mit Sam geschrieben, ja, weil er gesagt hat, ich war nicht direkt gewesen. Und ich habe gesagt, ich war gestern nicht direkt gewesen, weil wir sind beide Hitzköpfe. Und wenn ich mal loslege, und dann gibt es Krawall, ja, und den haben wir dann heute ganz einfach mal, ja. Aber ich habe, es ist egal, in welchem Zusammenhang, nie das Wort verpiss dich erwähnen. Und dann ist es egal. Let's Play hat recht gehabt, man hätte das auch anders formulieren können, ja. Also, dann solltest du mal ein bisschen überlegen, wie du redest. Und jetzt sagst du wieder, heul doch. Warte mal, warte mal. Weißt du was? Klar hätte man das anders formulieren können, aber ich fand eigentlich ganz gut, wie er es formuliert hat. Weißt du auch, warum? Ich sage dir warum. Weil, guck mal, kennst du das, kennst du das so, du hast mit jemandem zu tun und der hat da jetzt irgendwas gegen dich, aber der ist nicht so jemand, der Leuten das offenes Gesicht sagen kann. Und dann merkst du aber, dem passt jetzt trotzdem was nicht. Und das ist doch, das ist doch scheiße, sowas, ja. Das ist doch scheiße. Das ist doch, das ist doch viel besser, wenn jemand das knallhart sagt. Sogar hier mit dem verpiss dich oder sowas, dass er das einfach rauslässt, ja. Und dass er nicht hinterm Berg hält oder sowas. Oh, ich muss jetzt diplomatisch sein oder sowas. Das ist doch kacke, sowas, ja. Ich finde das viel schöner, wenn Leute einfach Dinge auf den Punkt bringen. Verstehst du, was ich meine? Nein, nein. Ich mag das. Ich finde das erfrischend. So, ich sage dir nur mal als Beispiel, der Hangout gestern. Ich sage dir ganz ehrlich, weißt du, wen ich richtig gut getrickt habe? Das war Markus gewesen, ja. Der sagt auch, die Erde ist flach. Aber wie ich dann gemeint habe, wie ist es dann, gibt es einen Schöpfer, geht das Ganze mal weiter? Er ist drauf eingegangen. Wäre jetzt Toni gestern nicht in diesem Hangout gewesen, hätten wir ein richtig konstruktives Gespräch gehabt. Ja, weil Markus ist wirklich, ich muss sagen, das ist ein ganz toller Mensch. Und er ist auch auf das, was ich gesagt habe, eingegangen. Er hat gesagt, er versteht mich. Ja, das war super top gewesen. Der einzige Streitpartner ist immer nur Toni. Toni polarisiert von vorne bis hinten. Und das müsste, das ist wichtig, Let's Play. Und das muss auch in deinen Hangouts auch beibehalten werden. Aber tut diesem Tiger mal ein kleines bisschen die Zähne ziehen. Und ich glaube dir, wenn du dem Tiger mal die Zähne ziehen würdest, dann würden auch viel mehr Leute in den Hangout reinkommen, was für dich auch wieder wertvoller wäre. Und das ist doch, das ist doch, viele Leute trauen sich doch überhaupt gar nicht mehr reinzukommen. Das ist doch das, was ich an dir kritisiere. Du hast einen super tollen Kanal, du bist ein super toller Charakter, ja, was du da auf die Beine gestellt hast, ja. Du klemmst dich dahinter, du musst auch deinen Job machen. Du machst Nächte durch, ja. Ich finde das wirklich ganz toll, was für eine Arbeit du leistest, ja. Aber es könnten noch mehr Leute reinkommen, ja. Was ich konstruktiv finde, ja. Aber diesem Dobermann müsste nun mal ein kleines bisschen, ein kleines bisschen mal die Zähne gezogen werden, ja. Aber er musste beibleiben. Er ist wichtig, ja. Das ist ganz wichtig, wie du gerade vorhin gesagt hast. Die Let's Play und Honi Mahoni Show, ja. Aber er schreckt viele Leute ab. Er schreckt sie einfach ab. Und das ist das, was ich kritisiere. Seine Meinung ist wichtig, ja. Aber guck doch mal, guck doch mal, das ist doch, wer hat denn jetzt ein Problem? Wer hat denn jetzt ein Problem? Wir oder die, die sich abgeschrägt fühlen? Verstehst du, was ich meine? Das ist doch denen ihr Problem, wenn sie sich abgeschrägt fühlen oder sowas, ne. Dann können sie zum Beispiel hingehen und die Sendung einfach nicht gucken. Ja, aber wollt ihr die Leute aufwenden oder nicht? Aber ihr könnt euch doch nicht in eine Wattewolke einbunkern und sagen, das, was hier geredet wird, das interessiert mich. Ihr wollt doch auch die Leute oder seid ihr nicht so drauf? Weißt du, ihr tut nur wie so kritisieren. Also gerade Toni, ihr tut, Toni tut eigentlich alle alternativen Medien kritisieren. Das Einzige, was ich ihm für gut erhalten muss, dass er Frank Stoner nicht kritisiert. Also habe ich bis jetzt noch nicht gehört, ja. Sam hat ihn heute ein bisschen kritisiert, muss ich mal so sagen, weiß ich nicht. Ich finde, Frank Stoner macht eine richtig gute Arbeit. Amok Alex und Frank Stoner Show, richtig geil, was da abgelaufen ist. Aber ansonsten kriege ich nur mit, dass Toni alle alternativen Medien bis von vorne bis hinten, ja. Und dann heißt es wieder, wenn was bei euch geredet wird, dann darf man nicht reingehen. Ihr wollt doch, willst du nicht, dass noch mehr Leute reinkommen? Hättest du nicht gern mal einen coolen Hangout, wo 10, 12 Leute drin sind, wo wirklich konstruktiv was läuft? Aber das geht nicht, weil Toni so dominant ist, ja, dass sich viele Leute gar nicht reintrauen. Und das ist das Problem. Ich bin erst seit gestern dabei, aber wenn ich die Leute direkt im Sprachchat oder wenn ich mit denen schreibe, sind ganz andere Gespräche. Das ist viel entspannter. Und die Hangouts, die sind so, weiß ich nicht, die sind ganz anders, wie das, was im Discord abläuft. Und das versuche ich dir nur mal zu erklären, Netzplay, dass du mal guckst, wie die Leute denken und wie sie reden irgendwo. Und das mal, das mal, was in dem Discord abläuft, wie die Leute sind, auch mal in die Hangouts überträgt. Aber das geht nicht, wenn der Toni mit seiner Fäkalsprache und sonst die Leute abschreckt. Darum geht es nur. Du willst doch auch eine Reichweite, oder? Also pass auf, unser Lebenssinn, ja, ist es nicht, deine Wünsche zu erfüllen oder die Wünsche anderer Leute zu erfüllen, sondern genau umgekehrt, unsere Wünsche zu erfüllen, ja. Und wir machen dann einfach so, wie uns das jetzt so gefällt, ja. Und, äh, verstehst du, also wenn mir das so nicht gefallen würde, wie das läuft, oder was der Toni Wonsig gibt, oder auch nicht, oder was auch immer, ja, dann wäre es nicht so, ja. Oder wenn Toni das nicht in seiner Sendung gefallen würde, was ich da von mir gebe, dann wäre das auch nicht so, ja. Es ist aber so. Und offensichtlich gefällt uns das so, ja. Und, äh, und, äh, hier wird doch nicht irgendjemand in die Zähne gezogen oder sonst irgendwas, oder Leute hier den Maulkopf verpasst oder so, ja. Ja, äh, was soll das, ja. Was, was, ich finde das, ich finde das echt, äh, da muss man echt was sagen, ist abenteuerlich. Aber es ist einfach, äh, nee, verstehst du. Und, äh, wir haben einfach unsere Linie, wir ziehen dann einfach knallhart durch, ja. Und wer da auch Bock drauf hat oder wer sich das antun will, der kann ja gerne in die Sendung gucken, der kann auch gerne hier reinkommen, wir labern auch mit Leuten. Bestimmte Leute holen ich hier nicht mehr rein oder das ist halt denen ihr Problem, weil sie irgendwas verbockt haben hier, ja. Und, ähm, da gibt's aber wirklich nicht viele, ja, davon. Und, ähm, ja, das ist doch gar kein Thema. Und wie gesagt, und wenn jemand zum Beispiel sagt, äh, nee, das gefällt mir nicht, es wird hier nicht genug moderiert oder was auch immer. Und den hab ich wirklich, für die hab ich eine sehr gute Alternative. Den nennt sich Ian Hiob, ja. Hiob-Botschaft, Bankfabrik oder sowas, ne. Das ist immer alles schön strukturiert und so. Da reden dann auch die Leute, die drangenommen werden und ansonsten halt eher nicht und so, ne. Und ich finde, das ist, äh, ist eine sehr gute Alternative dazu. Es fasst schon mehr oder weniger die Antithese zu dieser Sendung, ja. Und, äh, den kann ich das dann wirklich nur wärmstens empfehlen. Aber hier ist es halt leider nicht so. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut, wie das hier ist, ja. Das hier ist so ein bisschen wie, wir hängen jetzt bei irgendjemandem ab, wir sitzen rum im Wohnzimmer oder was, ja, und labern irgendwas. Und ich möchte gar nicht diese Strukturierung, ich möchte das gar nicht in dieses Korsett zwängen, ja. Wenn, wenn mir mal irgendwas wichtig ist oder so, dann gehe ich halt mal mehr drauf ein oder so, dann hebe ich da so ein bisschen mehr vor. Wenn mir irgendwas nicht so gefällt, dann halt wieder nicht, ja. Oder ich lasse mal komplett andere Leute machen, wie zum Beispiel Lidia oder sowas, die da sehr schön die Sendung moderiert hatte, ja, mit diesen Rätsel auf dem Phänomen, so hieß sie, ja. Und, äh, und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich vollkommen okay, ja. Na, aber jetzt, wir lassen uns mal kurz mal was einwerben. Also, es wird uns beschwert, was du gerade gesagt hast. Ihr macht euren Dings nach euren Wünschen. So, das finde ich schade, so. So, ich finde das, was ihr macht, sehr, 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 sehr wichtig, ja, sonst wäre ich nicht hier. So, ich finde das, was Toni immer wieder kritisiert, nur wieso und das ganze andere Kraft, das geht ihm nicht zu weit, ja, oder im Kulturstudio. So, aber gebt diesen Leuten, ja, und da sind wir wieder bei Robert Stein, lasst dieses Thema jetzt einfach mal weg. Diese Leute haben auch ihre Berechtigung, ja, weil du musst die Leute von ganz unten abholen. Und ihr, hier in diesem Hangout, ihr könnt die Leute nicht von ganz unten abholen. Aber die Leute, die vielleicht Kulturstudio schon mal von unten abgeholt haben, die haben dann die Möglichkeit, zu euch zu kommen, ja, aber dann fangt nicht an, um dann zu sagen, ja, ihr tut nur eure eigenen Wünsche hier befriedigen oder so. Ja, super, ihr seid vielleicht eine Stufe höher und das ist doch auch gut so. Ich sehe euch auch als eine Stufe höher wie diese anderen Kanäle, ja. Das ist doch jetzt auch mal wieder eine positive, was ich für euch sage, ja, weil hier werden über ganz andere Themen geredet, ja. Und das ist doch auch ganz wichtig, nur ihr, hier in diesem Hangout, ihr könnt das Schlafschaf von unten, von der Basis nicht abholen, ja. Und ich werfe jetzt mal was in den Raum, Toni, guck mich mal an. Ich werfe was in den Raum. Weißt du, wie du letztens im Hangout, wo du gesagt hast, lass uns mal über den Holocaust reden? Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Können wir gerne drüber reden. Und ich glaube, da bin ich einer von den wenigen, ganz von den wenigen, alle haben abgeblockt. Abgeblockt, ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten, weil ich schon so weit bin, ja. Aber du kannst nicht, du kannst nicht von nur, wieso, weil, nein, lass mich, lass mich mal kurz ausreden. Toni, bitte, nein, ich habe gelernt, hier gibt es eine Rede-Kultur. Man darf ausreden. Nein, nein, das kannst du vergessen. Ich will gar nicht darüber reden. Ach, hast du aber letztens gesagt in einem Hangout. Ich habe eine Frage gestellt, ja. Warum darf nicht offen über dieses Thema geredet werden? Nein, hast du so nicht gesagt, lass uns mal darüber reden. Nein, dann stelle ich das jetzt hier an dieser Stelle klar. Ich will darüber gar nicht reden. Das Thema werde ich überhaupt nicht bearbeiten. Aber ich stelle die Frage in den Raum, warum wir eine Gesetzgebung haben, die Gedanken- und Worte knebelt. Okay, warum werden Rede- und Denkverbote in unserer Gesellschaft nicht nur breit getragen, ja, auf Schuld und Angst, sondern auch staatlich, gesetzlich mit Gewalt verfolgt? Ja, und dann können wir auch gerne darüber reden. Dann kann ich mal das Thema reden. Das Thema ist nur der Aufhänger sozusagen, ja. Ja, Moment, Roni, Moment, Moment. Du hast aber diesen alternativen Medien vorgeworfen, warum sie dieses Thema nicht ansprechen. Und das ist genau der Punkt. Nein. Du musst Schritt für Schritt gehen. Also, deine ganzen Unterstellungen sind einfach nur widerwärtig und zum Kotzen. Warum nicht? Ich habe Fragen gestellt und du stellst es so hin und drehst es rum. Ja, und ich stelle auch noch Fragen. Was soll denn das? Ich stelle doch genau hier auf Fragen. Nee, du programmierst, nein, du programmierst die Zuschauer, ja, ob bewusst oder unbewusst, ja, indem du permanent irgendwelche behaupten kannst. Und der Witz ist, wenn dann so ein Redeschweimer vorbei ist, ne, dann kann man zwar einige Dinge noch aufgreifen, aber einiges vergisst man und das bleibt dann einfach im Raum stehen, ne. Und du stellst hier einfach Dinge, du verkaufst den Leuten quasi Dinge als Tatsachen, die aber so eigentlich nicht formuliert wurden. Die wurden vielleicht so ähnlich formuliert, ne, aber die Bedeutung ist doch nochmal eine andere, wenn man sich das genau anhört. Und ich kann wirklich nur empfehlen, Leute, guckt euch wirklich die Sendung selber an, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Kulturstudio. Wie hießen die überhaupt noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war so eine Doppelfolge mit Frank Höfer und sowas, ja. Ihr könnt doch einfach gucken, die Sendung, die war nochmal im Zusammenschnitt, das Kriegsbeil begraben, ja, könnt ihr mal eingeben. Da wird ihr finden mit Frank Höfer und bla bla bla, ne. Also, ja, ne, guckt euch das einfach mal an und guckt euch mal selber an, was da halt gesagt wurde und sowas, ne. Also, mach ruhig weiter, ja. Was hat die Sendung gebracht? Gar nichts. Was die Sendung gebracht hat? Nichts. Also, ich muss dir, ich muss dir leider, ich muss dir den Zuschauern überlassen, das musst du den Zuschauern überlassen. Deine persönliche Meinung schön und gut dahingestellt, aber ob das für die Leute da draußen Sinn ergibt oder es ihnen gefällt oder sie es kritisieren, das musst du ihnen überlassen. Und weißt du, was du in meinen Augen bist, ja, ein kleiner, widerwärtiger Denunziant, okay? Du betreibst offenkundiges, vorsätzliches Denunziantentum, okay? Das bist du. Darf ich da etwas dazu sagen? Ganz einfach. Sag mal, Toni, mal eine ganz konkrete Frage an dich. Nähme mal eine ganz konkrete Frage an dich. Wahrheit, ganz klar. Was bedeutet für dich Wahrheit? Und jetzt möchte ich auch mal eine klare Antwort werden. Du hast jetzt hier zwei Stunden geblabbert. Ja, jetzt bist du ruhig. Du bist jetzt einfach mal ruhig. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Und du bist das beste lebende Beispiel dafür. Das hast du gerade in der letzten halben Stunde hier super bewiesen. Ich sage das, was ich denke, okay? Auch in Bezug auf andere Menschen und ihre Arbeit und wie sie sich benehmen, okay? Und du kannst ja machen, was du willst. Auf mir haben schon versucht, so Typen wie Knacki und Jabba in den Kübeldreck auszukippen. Es funktioniert nicht mehr, okay? Die Leute da draußen erkennen das. Kannst du auch schöne Grüße an deine Psychologenfreundin setzen, ja? An dieser Stelle unbekannterweise. Sollst du dich mal hinsetzen, Video zusammenschneiden und meine Neurosen und Psychosen mal auswerten? Bitteschön. Mein gesamtes Material ist Creative Commons. Ihr könnt es komplett rumdrehen und machen, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr damit erreicht, ist, dass ihr euer eigenes Denunziantentum damit manifestiert. Nichts anderes. Das ist echt eine Schande. Du solltest dich was schämen. Du solltest dich was schämen, Leute, die die Wahrheit suchen, mit Dreck zu beschmeißen. Eckehaft. Das sind die widerwärtigsten Subjekte, die ich mir vorstellen kann. Und du gehörst dazu. Entweder du musst dich bezogen. Boli, stopp. Zwei Fragen. Zwei Fragen. Und Let's Play hat gesagt, konkret beantworten. Wie lange bist du in der Wahrheitsbewegung und was bedeutet für dich Wahrheit? Konkrete Antworten. Auf den Punkt. Ja, ich bin seit drei Jahren oder so. Was war denn das? Ja, das ist irgendwie gerade ein Anfall oder sowas. Alles noch okay bei dir. Was gibt es denn da zu lachen? Ich glaube, ich habe ein Anfall. Ich glaube, ich habe es am Krampfen oder sowas. Geht es dir gut? Hast du dir was getan? Ja, wir müssen jetzt nicht mehr. Und die zweite Frage war, warum ist das wichtig? Na ganz einfach, weil es das Wichtigste ist. Also hier, Dualitäten. Gut und Böse. Schwarz und Weiß. Rechts und Links. Ja, und ich habe mich für eine Seite entschieden. Jetzt ist er fort. Hast du ihn rausgeschmissen? Nee. Oh, was war das jetzt? Was war das jetzt? Jetzt er fort? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er muss wieder da sein. Seid ihr noch da? Geht es dir irgendwie gut, gesundheitlich? Das hast du angehört, als wärst du irgendwie, als hättest du einen Anfall oder sowas. Nee, bei mir ist nur gerade die Verbindung abgebrochen. Ach so. Ach so. Na dann, mach dich weiter. Deswegen habe ich gerade nicht gehört, was er gesagt hat. Bei mir, ich habe keinen Ton mehr gerade gehabt. Ich habe gelacht und ja. So, jetzt noch mal bitte auf meine zwei Fragen nochmal die Antwort. Sorry, aber ich hatte dich. Das hast du ja schon gehört. Da hast du ja so abgefeiert. Ja, so seit zwei, drei Jahren bin ich Wahrheitszureiher. Okay. Gut. Und was ist für dich Wahrheit? Was für mich Wahrheit ist, das Gegenteil von Täuschung und Lüge. Wahrheit. Die Realität. Die Wahrheit ist die Realität. Das, was ist. Ganz einfach. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ja, und ist die Realität dein Gefühl? Oder das, was du in Büchern liest? Ne, das ist ja nicht so. Gehst du in die Natur raus, siehst du die Natur, hast du Erlebnisse, die dir sagen, das ist die Realität. Lassen wir mal Bücher weg, weil das sind alles nur Autoren, die irgendwas schreiben, ja. Was sind deine eigenen Erfahrungen, wo du sagst, das ist für dich, wonach du Realität definierst? Ja. Ja, alles, was ich mit meinen Sinnen begreifen kann, ja. Und was ich halt auch physisch, was ich physisch erreiche, ja, das ist die Realität. Die Bäume, die Luft, das Wasser und das Auto, alles, ja. So, jetzt stelle ich dir mal eine ganz blöde Frage. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced. Findest du das cool, mal einen Baum zu marmen? Ja, das habe ich auch schon gemacht. Cool, finde ich cool. Die Natur zu spüren, ne? Ja, ich versuche das hier mal jetzt mal auf eine andere Linie, mal so, dass wir mal ein bisschen den Streit jetzt mal ein bisschen rausbekommen. Weil, Toni, im Großen und Ganzen sind wir auf einer Linie, ja. Du bist halt fest auf dieser Flat Earth. Ich bin halt relativ... Der Einzige, der hier ein bisschen runterfahren muss, das bist du, ja. Also, die Botschaft bestimmt einfach... Einzige. Ja, natürlich. Und du hast hier komplett überreagiert. Und nicht ich oder wir haben ein Problem oder regen uns auf, sondern du. Also, komm du einfach mal runter. Also, was willst du eigentlich? Ich verstehe. Ich bin nicht zu dir gesagt, verpiss dich oder sonst irgendwas. Jetzt komm doch mal runter. Wir haben es nicht nur für dich, sondern auch für alle Zuschauer jetzt mehrfach erklärt, dass es einen Unterschied zwischen dem Auf... der Aufforderung gibt, sich zu verpissen. Toni, 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 hör mir mal zu. Warum fängst du... Was soll denn das? Es ist weggehaft. Nur drei Minuten. Gib mir mal drei Minuten. Ich will dir mal was erklären. Du hast gesagt, du bist seit drei Jahren in dieser Wahrheit zu leben. Ich glaube, wir sind im gleichen Alter. Ja? So. Ich bin seit 20 Jahren jetzt schon mit dabei. Damit will ich mich nicht brüsten. Ja, scheiß jetzt nicht... Nein, lass mich jetzt bitte mal ausreden. Ja? So, du hörst mich noch, ne? Hallo? Hallo? Ja, wir hören dich. Erzähl ruhig weiter. Ja, aber ich habe von ihm keinen Kommentar gehört. Ja? Es geht mir ganz einfach nur darum, ich will mich nicht damit brüsten, dass ich schon seit 20 Jahren dabei bin. Es ist einfach nur, ich habe in den 20 Jahren Bücher gelesen, Dinge gelernt. Ich habe zum Beispiel mal geglaubt, dass die Anunnaki uns erschaffen haben. Das Sitchin-Thema. Das Sitchin-Thema, ja? In den Anunnaki, das ist die wahre Wahrheit. So war ich auch mal drauf gewesen vor ein paar Jahren. Aber irgendwann, man wird älter und man denkt mehr nach und irgendwann habe ich dann gemerkt, Moment mal, was weiß ich denn eigentlich? Und das ist das, was ich euch eigentlich gestern in dem Hangout erklären wollte, dass ich seit 20 Jahren Bücher gelesen habe, mir Wissen reingeballert habe. Aber heute der Meinung bin, was weiß ich denn eigentlich? Was hat mir dieses ganze Bücherlesen eigentlich gebracht? Vielleicht hast du ja an die falschen Bücher gelesen. Und ich war auch mal so festgefahren. Ich finde das total interessant. Also wenn ihr euch mal den Chat so anguckt, wie das Denunziantentum hier auch sich wirklich richtig auf den Chat auswirkt. Sie kommen alle aus den Löchern gekrochen. Schaut euch das doch mal bitte ein. Das ist so geil. Toni lebt von... Toni Mahoni, Zeitungsausträger, lebt vom Geld seiner Eltern. Ja, wenn Toni das macht, ist es okay und so weiter. Es ist wirklich voll geil. Und ihr könnt euch gerne hier Mühe geben, sowohl die Leute hier drin und auch da draußen, uns jetzt hier hinzustellen, dass wenn wir hier so eine Schlangengrube sind, ja, aber ihr seid die Schlangen. Ihr, ihr rührt den Dreck. Das ist so geil. Das ist so geil. Eine Frage. Darf ich mal an Kai eine Frage stellen? Hallo. 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 Ich werde es. Ich bin extra wegen dem Kai jetzt reingekommen, weil da wurden zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist mit der Herrschaft, was die Vor sagt. Das andere ist deine Einstellung zum Toni Kai. Jetzt gleich die Frage, was hat dich dazu gebracht, aus dieser, wie du sagst, Festgefahrenheit rauszukommen? Ist da jemand gekommen und hat gesagt, pass auf, du liegst völlig falsch oder bist selber draufgekommen? Da bin ich eigentlich, das ist eine schöne Frage, da bin ich selber draufgekommen mit der Zeit, weil du musst dir mal überlegen, du bist ein junger Mensch, ja. Du merkst schon im Kindesalter, irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt, ja. Das kannst du überhaupt komplett nicht fassen und begreifen, ja. Dann wirst du älter, dann bist du 17, 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, dann hast du einen Freundeskreis und du philosophierst schon über Dinge über die Welt, wo du so eigentlich gar nicht, wo du dann überlegst, woher habe ich eigentlich dieses, wo kommen diese Gedankengänge her, ja. Und dann geht das Ganze noch ein bisschen weiter und dann kam der 11. September. Und dann bin ich ins Internet gegangen und dann habe ich gemerkt, Moment mal, das stimmt ja gar nicht so, wie die uns ist da. Und dann bin ich an Bücher gekommen, Jan van Helsing, Geheimgesellschaften, und habe mir das dann alles natürlich gelesen. Und Hohlwelttheorie, also diese ganze Verschwörungsmasse, die es eigentlich gibt, habe ich mir dann auf einmal reingezogen. So, dann ging das so einen kleinen Schritt weiter. Und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, es gibt Logen, es gibt das, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet, ich weiß, wie die Welt läuft und bin durch die Welt gelaufen und habe mir gedacht, warum begreift die Welt da draußen das eigentlich nicht? Ich kenne doch die Wahrheit. Wie kann ich diese Leute erreichen? Es funktioniert aber nicht. Hier war die Frage von Kurt nochmal. Lass mich jetzt mal bitte ausreden. Und dann ging das Ganze dann noch ein bisschen weiter. Und dann, wo ich dann mit den Büchern so ein bisschen aufgehört habe und dann gibt es Dings. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Moment mal, irgendwie, ich habe jetzt so viel Wissen, die sagen mir das, die sagen mir das. Ich habe meine persönlichen Erlebnisse, wie auch Toni das gesagt hat. Ja, die Natur, eigene Eindrücke, aber irgendwie passt das alles. Und da habe ich mich gefragt, was weiß ich eigentlich? Ich weiß gar nichts. Ich kann nicht sagen, ob die Erde eine Kugel ist. Sag mal, was jetzt? Also wenn du sagst, dass du nichts weißt und deine Dummheit manifestieren möchtest, bitte schön, aber sprich nicht für mich. Ich sage nicht, dass ich alles weiß, aber ich weiß auch nicht nichts. Also das ist total am Mumpitz. Wir wissen nichts. Ja, dann wird es Zeit, es rauszufinden. Genau, es wird Zeit, es rauszufinden. Aber momentan wissen wir gar nichts. Du kannst doch nicht behaupten, dass die Erde flach ist. Hast du irgendwelche wirklich grundsätzliche Beweise dafür? Nein! Wasser, Wasser, na klar, guck dir doch mal Wasser ein. Wenn ich hier am Wasser ein... Ey, komm mir jetzt bitte nicht mit Details. Und es sind nämlich genau diese Hangouts, wo mit Sachen gekommen wird, wo irgendwas bewiesen wird. Ach komm, ey. Erkennen wir doch mal. Ich habe eigentlich die Frage, ich habe eigentlich die Frage, seinen gewissen Grund gestellt. Ich wollte wissen, ob es Sinn hat, jemanden anderen zu bedrängen. Er soll doch seine Meinung ändern. Und ich sage euch, es hat keinen Sinn. Ich kann einen anderen nicht dazu bringen von außen, dass er seine Meinung ändert. Ich kann ihm Anstöße geben. Und klar, ich habe dir jetzt eine halbe Stunde zugehört. Und ich muss sagen, ich möchte eine... Gut, mal ganz kurz. Was sind das für Geräusche da bei dir? Kannst du das irgendwie reduzieren? Also jetzt würde da immer so ein Stuhl verrückt werden oder sowas. Ganz komisch jetzt, Jan. Keine Ahnung. Ich freue mich aber ja, ist auf dem Schreibtisch schlau. War egal, ich mache einfach weiter. Also, was wollte ich jetzt sagen? Deine Motivation möchte ich nicht in den Update stellen. Aber ich habe den Eindruck, du bist völlig schief gewickelt in deinem Vorgehen. Ich kann mir vorstellen, du möchtest irgendwas erreichen. Ich habe das Gefühl, du bist fast das Sendungsbewusstsein für euch daraus. Und du richtest dich jetzt speziell gegen den Toni. Oder nicht gegen den Toni, sondern gegen die Art, wie der Toni auftritt. Und du glaubst, das ist nicht... Da war jetzt die Suche nicht dienlich. Das heißt, unser Ziel oder was du als unser Ziel empfindest, hast du das Gefühl, der Toni... Und ich muss sagen, ich habe selten jemand gehört, wie jemand so dämonisiert wurde, wie jetzt der Toni in der letzten halben Stunde. An dem, gerade hast du nicht nur für den Weltuntergang verantwortlich gemacht, dass du nicht für den Weltuntergang, für den kommenden noch verantwortlich gemacht hast, wer nämlich die Lösung blockiert oder so. Weißt du, immer treibwärts bewusst ein bisschen, aber du weißt, was ich meine. Also ich möchte heute wirklich darauf hinweisen, im Endeffekt liegt die Lösung in jedem von uns. Und wir dürfen nicht andere dafür verantwortlich machen, dass sie uns behindern oder uns nicht... Das ist ja das, was der Letzberg gesprochen hat mit der Herrschaft. Im Endeffekt, wir selber sind uns die größte Bremse. Und jetzt sage ich euch ein Muster, das haben die meisten Menschen in sich. Und das ist, was wirklich die Menschen bremst. Das ist, wenn du doch nur mir ähnlicher wärst. Warum bist du nicht so wie ich? Die Welt könnte so schön sein, wenn du genauso wärst wie ich. Und das sollten wir lieber aus dem Kopf bringen, dieses Muster, weil es blockiert die Lösungen. Dann führt das nämlich genau zu diesen Dialogen, die du jetzt mit Toni geführt hast. Warum kannst du nicht das machen? Warum kannst du nicht das machen? Let's play. Warum bremst du nicht den Toni aus? Warum grätschst du nicht rein? Das ist immer, tu doch das, tu doch das, mach doch das, mach doch das. Dann, dann, dann. Und in Wirklichkeit ist, wie soll ich sagen, um es kurz zu sagen, der Toni ist schon richtig, so wie er ist. Der Display ist richtig, wie er ist. Und du bist richtig, wie du bist, Kai. Du bist schon richtig. Das behindert uns aber nicht daran, dass wir Fehler machen. Wir machen alle Fehler. Jeder von uns macht täglich Fehler. Das ist jetzt kein allgemeines Geschwafel. Das ist die reine Praxis, wenn ihr überlegt. Also die Ehrlichen zumindest unter uns, die wissen, dass wir täglich Fehler machen. Kleine, große, etc. Wo ich raus will, wir kommen nicht weiter, wenn du bei den anderen Ansätzen sagst, Toni, du musst anders werden, dann kommen wir weiter. So klappt das nicht. Das klappt so nicht. Du kannst Anstöße geben, kannst sagen, nach meinem Eindruck könnten wir weiterkommen, wenn wir so und so diskutieren. Ich bin ja selbst eigentlich ein Anhänger der, wie soll ich sagen, gemäßigten Diskussionen. Aber um es gerade zu sagen, mit mir diskutiert der Toni sehr vernünftig. Ich habe mich auch noch nicht beleidigt. Das würde mich auch freuen. Kurt, weißt du, was mein Problem ist an dieser ganzen Wahrheitsbewegung? Und das sind zwei Zeichen, sind wieder Symbole. Und das ist das Ausrufezeichen und das Fragezeichen. Es gibt viele Leute in der Wahrheitsbewegung, und da zählt leider auch Toni mit dazu, die hinter ihre Wahrheit, was sie propagieren, ein Ausrufezeichen stellen. Ich bin aber ein Typ, wo hinter meiner Aussagen lieber ein Fragezeichen stellen, weil wir zu dem momentanen Zeitpunkt nicht wissen, was los ist. Und ich habe heute Mittag auch mit Sam im Chat geschrieben und habe ihm gesagt, zu dem momentanen, jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, was Wahrheit ist. Wir müssen weiter forschen und weiter nachdenken. Und wenn irgendwann in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wirklich die Wahrheit rauskommt, dann wünsche ich mir, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch am Leben bin und das miterleben darf. Das wäre für mich die größte Erfüllung, in dieser Zeit geboren sein zu dürfen. Aber ich stelle hinter alles, was ich sage, ein Fragezeichen. Und mich stören einfach diese Menschen, die hinter ihre Aussagen ein Ausrufezeichen stellen. Weil das heißt, ihre Meinung, das, was sie jetzt sagen, ist richtig wichtig und das ist die Wahrheit und so muss es sein. Ich bin der Fragezeichen-Typ, ich bin der Detektiv-Typ, weil zu dem momentanen Zeitpunkt, wir wissen es nicht. Und das stört mich an der Wahrheitsbewegung. Jeder kommt aus seinen Löchern gekrochen und meint, er hat jetzt die Wahrheit gefunden und so ist das Weltbild und so ist das Weltbild. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Welt so ist momentan. Wir leben in einer ganz schwierigen Zeit. Vielleicht sind es wie Geburtswehen. Vielleicht gehen wir in ein neues Zeitalter. Vielleicht sind es Geburtswehen. Und Geburtswehen tun weh. Und jeder möchte in dieser Zeit den Finger nach oben zeigen. Und das ist für mich auch dann wieder sowas wie Macht oder so. Und zu sagen, ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit, ich weiß es, ich weiß es. Und das funktioniert für mich nicht. Lass mich mal kurz mit dem Kurt diskutieren. Verstehst du Kurt, was ich meine? Ganz verstanden. Ja, ja. Ich habe es verstanden. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich möchte das jetzt nicht unterbrechen, eure Diskussion. Aber so wie ich die Mary Jane verstanden habe, hat sie heute nicht gerade viel Zeit. Ich würde sie jetzt fragen, ob du noch genug Zeit hast, um deinen Kritikpunkt noch abzuwarten für deinen Kritikpunkt. Es wäre schön, wenn auch jemand anderes mal was sagen würde. Ja, wäre ich auch dafür. Eben. Weil. Aber ich wollte jetzt nicht kurz Antwort jetzt hier. Da würde ich sowieso keine kriegen. Hast du schwer auch dafür, Mary? Darf ich das noch schnell sagen, damit das jetzt abgeschlossen ist? Kai, du sagst ja selbst, dich stören das. Und der Ansatz dazu, dass es das nicht stört, das zwei Möglichkeiten wird, du überzeugst alle anderen, bis sie sich so verhalten, wie du das verrichtig hältst. Oder du änderst deine Sichtweise und sagst, ab jetzt stört mich das nicht mehr und ich konzentriere mich auf meine eigene. Das ist das, was ich jedem rate, weil das zielführender ist. Weil wir werden nie alle anderen Menschen dazu bringen, dass sie das tun, was wir von ihnen erwarten. Das ist eine ganz simple Wahrheit. Aus der Praxis. Von jeder täglich ausprobieren. Wir werden die anderen Menschen nicht dazu bringen, nicht alle das zu tun, was wir von ihnen erwarten. Und wenn wir diese Erwartungshaltung einstellen, mindern, zurückschrauben, dann haben wir ein wesentlich zufriedeneres Leben. Und ich halte diese, ich bin eher auf deiner Linie, ich sage auch, großes Fragezeichen. Hinter allem steht praktisch ein großes Fragezeichen. Genau. Aber wenn ein anderer überzeugt ist, dann lass ihn doch. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn doch auch. Ja. Eben nicht. Du hast dir gerade gesagt, das stört dich. Und du hast jetzt eine halbe Stunde den Toni und den Let's Play überzeugen, zu versuchen, dass sie das anders machen. Und ich sage, machst du anders und lass denen ihren Weg. Verstehst du das? Das ist für mich ein Herz. Ja, das ist auch richtig, was du sagst. Ich möchte den Toni doch nicht verändern. Das will ich doch auch gar nicht. Ich fände es einfach nur schön, wenn man mal in diesen Hangout reingehen könnte, ohne dass halt Tonis direkte Meinung so diese Vorherrschaft hat, irgendwie so ein bisschen irgendwo. Dass da auch mal wirklich mal so ein bisschen was anderes irgendwo. Ach, kein Hangout. Ich bin nicht hier viel am Platz. Mag sein. Nee, 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 nee. Das ist die Jaule. Ich kann es nicht mehr hören. Mary, kannst du bitte. Lass die Mary jetzt mal reden. Lass sie mal reden. Ja. Ich grüße euch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen soll. Hallo. Hallo? Hört man mich? Wir hören dich. Ja, sprich nur. Ja, ich grüße euch erst mal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was sagen soll dazu, weil anscheinend ist Kritik ja nicht erwünscht. Ich hatte Kritik geäußert, nämlich auf Discord über die Sendung mit diesem Martin Höhler. und die Witze. Und darüber hatten wir eigentlich nur auf Discord vorhin mal kurz gesprochen. Ganz genau. Und dazu habe ich was gesagt. Ja, dazu habe ich was gesagt. Und ich dachte eigentlich auch, ich hätte es eigentlich soweit. Und es geht bei mir halt so um die menschliche Sicht. Aber ich will auch eigentlich gar nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe gerade das Gefühl, Kritik Ja, du hast es mir gesagt, aber es ging ja auch um Let's Play dann noch dabei, ne? Also du hast es ja nur um mir gesagt, aber ich kann ja nicht für Let's Play mitreden. Also wenn du da Kritik hast. Und es geht ja hier jetzt darum, das so transparent wie möglich zu machen. Ja, und was habe ich über Let's Play gesagt? Ich habe gesagt, dass ich das gut finde, rede, dass er auch eine gute Stimme hat. Das habe ich ihm ja auch schon mal persönlich gesagt, dass er die richtigen Fragen stellt. Ich habe auch gesagt, dass ein Tony Mahoney auch gut, weil ihr habt halt so Persönlichkeiten, was vielen halt in diesen Hangouts halt fehlen. Ja, und das ist das, was euch interessant macht. Und wenn ihr dann ja auch Content bringt, ist die Sendung auch top. Und auch wenn ihr manchmal ein bisschen, ja, Humor mit reinbringt, ist das ja auch alles völlig okay. Na, aber, ähm, ja, aber mehr habe ich auch gar nicht über Let's Play gesagt. Also ich habe ihr nicht irgendwie, ich habe ihr jetzt nichts Negatives gesagt. Nein, aber du hast das, die Sendung, wo wir die Witze gemacht haben, da mit Martin Hüller, hast du kritisiert. Und da bin ich aber nicht alleine gewesen. Da kann ich ja nicht, ich kann ja nicht für einen anderen mitsprechen. Also ich möchte schon eigentlich, also, dass du dann da dieselben Kritikpunkte an Let's Play bringst, wie dann an mir eigentlich. Ich habe dir meine Antwort da schon gegeben. Mehr ist das nicht. Ja, das ist aber auch kommunikativ, total destruktiv und sinnfrei, hier reinzukommen und zu sagen, ja, hier darf man ja seine Meinung nicht sagen. Obwohl wir alle gerade hier sitzen und sagen, ja, sag doch mal deine Meinung. Was ist denn das für ein Kindergarten? Sag doch einfach, nutz doch die Gelegenheit. Also du kannst jetzt ja auch mal austeilen. Also, ja, also wenn du das irgendwie doof findest, dann sprich ruhig drüber. Deswegen sind wir ja hier. Nein, Toni, das ist meine ganz subjektive Wahrnehmung. Gerade, dass ich das gesagt habe, vielleicht äußere ich besser keine Kritik. Weil manchmal muss man ja so ein bisschen auf sich gucken. Lohnt sich das jetzt dafür, Energie aufzuwenden? Ich habe nur gesagt, ich fand die Show, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, die über Martin Hüller, wo es dann wirklich, ja, schon irgendwann ins Fremdschirm irgendwann ging. Ich fand es halt menschlich nicht okay. Also Martin Hüller hin oder her, ich kenne den Menschen, ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Findest du es denn menschlich okay, wenn Martin Hüller davon, ich mache es, ich grätsche jetzt einfach mal kurz rein. Findest du es denn menschlich okay, wenn Martin Hüller fortwährend behauptet, Let's Play ist ein Psychopath? Findest du das menschlich okay? Nein, finde ich auch nicht okay. Ich meine, ihr spielt euch ja die Bälle hin und her und irgendwo. Ich meine, ich schaue mehr so eure Sendung und das bestimmt auch... Es gibt einen Unterschied, Mary. Es gibt einen Unterschied. Pass auf, es gibt folgenden Unterschied. Ich teile aus, Toni teilt auch aus, aber wir können auch einen stecken. Guck mal, wie viele Hangoutperlen es schon über uns gab. Guck mal, wie oft Leute was gesagt haben. Auch mit dem Martin Hüller. Guck mal, ich gehe zum Beispiel nicht hin und würde jetzt ein Video melden, wo der Martin Hüller gesagt hat, Psychopath oder ansonsten irgendwelche Unwahrheiten über mich verbreitet. Würde ich nie machen. Toni macht das auch nicht. Im Gegenzug aber werden meine Videos gemeldet über Martin Hüller. Und rate mal, wer das war. Das ist doch einfach dieses Rumgeheule auch. Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe oder sowas, dann muss ich auch irgendwie damit klarkommen, dass vielleicht auch mal Leute einen Witz machen oder sonst irgendwie. Ansonsten kann ich auch hingehen und einfach keine Hangouts machen und mich einfach gar nicht mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen, damit gar keiner weiß, wer ich bin. Und dann wird sich auch keiner mehr mich lustig machen. Aber wie heißt es? That's the fucking life of public. Es ist ganz einfach so. Ja, um jetzt mal einen Toni nochmal zu zitieren. Aber das ist, ja mein Gott, damit muss ich einfach rechnen. Und es ist ja auch, was nicht vergessen werden darf eigentlich, es ist ja auch Promo für Martin Hüller. Ja, ich mache Werbung für den. Ich meine, Leute kennen den vielleicht gar nicht, der eine oder andere. Und gucken dann, wer ist das? Oh, der macht tolle Inhalte, den gucke ich jetzt oder sowas. Es gibt eigentlich in dem Sinne kaum negative Werbung, sondern die negative ist auch positiv trotzdem. Es ist genauso, wie Toni mal ein Promo-Video gemacht hat für den Basti, wo er dann da hier, wenn ihr Hilfe braucht, ruft Basti an. Ich fand das so schön. Ja, und dann ging noch mal die Abozahlen nach oben bei ihm. Also ich meine, das ist doch, es ist ja sogar noch vorteilhaft. Ich könnte ja jetzt auch hingehen und rumheulen, bei Leuten über mich machen oder so. Was soll das denn? Ich denke, wir sind doch irgendwie erwachsen oder so. Dieses Rumgeheule. Und außerdem, wenn das so schlimm ist für Martin Hüller oder sowas, dann muss er ja nicht die Sendung gucken. Aber er scheint sie ja anscheinend zu gucken, weil genaue Timecodes angegeben werden, wo ich was gesagt habe. Ja, bei den Beschwerden. Ja, und wenn er sich das dann antun will oder sowas, dann ist das doch sein Ding. Und wenn du dir so eine Sendung anguckst, Mary, und das findest du jetzt so ergreifend oder es zerstört dein ganzes Leben, dass du das jetzt gesehen hast oder was auch immer, dann guckst du dir doch nicht an. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ja, du unterbrichst mich. Das habe ich so gar nicht gemeint. Mir geht es einfach. Ich sehe das Ganze aus der menschlichen Perspektive. Und wenn ich mir denke, so man schießt sich so auf einen Menschen ein, dann ist es erstens Zeitverschwendung für einen selber. Ich meine, ihr bringt ja Content. Und das habe ich auch zu Sam vorhin auch im Sprachchat auf Discord gesagt, dass ich das interessant fand. Das eine Mal, wo ihr über bineurale Bits gesprochen habt. Aber ja, das ist so Zeitverschwendung. Ich habe ja auch zwischendurch einfach weggeschaltet oder bin rausgegangen, habe das zugemacht und zwischendurch bin ich wieder rein und habe gedacht, so vielleicht habt ihr jetzt mal irgendwie wieder ein Thema mit Inhalt gefunden oder so. Aber war nicht. Ich sehe das einfach aus der menschlichen Perspektive. Früher hat man in der Schule sich jemanden gesucht oder so und hat irgendjemanden gemobbt, sich darauf eingeschossen und seine Zeit mit... ja, so einer Kacke verschwendet. Und das war auch einfach nur unmenschlich und scheiße. Also ich will ja mal einen Unterschied sagen zwischen der Schule und zu dem, dass wir vielleicht mal ein paar Witze gemacht haben. Folgendes. Es gibt einen Schulzwang. Das Kind kann sich der Situation gar nicht so wirklich entziehen, weil es muss ja immer wieder dahin gehen und kommt da nicht wirklich raus. Martin Müller braucht sich die Sendung aber nicht anzugucken und die anderen Leute auch nicht. Also inwiefern wird er dann da jetzt gemobbt? Er kann sich doch jederzeit aus der Situation rausziehen und dann hat er doch damit gar nichts zu tun. Das ist genauso wie wenn Knacki irgendwas macht über Toni oder über mich oder so. Ich kann dann natürlich den Knacki abonnieren und mir alles reinziehen. Oder ich sage einfach, nee, ich ignoriere das einfach, weil es uninteressant ist. Das kann doch Martin Hüller auch sagen. Das können doch die anderen Leute auch sagen. Ja, Moment, jetzt war hier eine Sendung über Bino alle Beats oder das war ganz interessant, aber das, was jetzt kommt, das spricht mich einfach nicht an. Und deswegen schalte ich das ab. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Wo wird der hier gemobbt? Ich finde den Vergleich irgendwie, ich finde, der hinkt irgendwie etwas. Es geht einfach um Menschlichkeit letztendlich. Aber hör auf, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Toni, siehst du, ich wusste das und komme, deswegen hatte ich gar keinen Bock mehr rein. Hör auf mit dem widerlichen Geseier, es ist ekehaft. Der Hüller hat Morddrohungen verbreitet, okay? Kapierst du das? Kapierst du das? Und du besitzt die Frechheit, hier reinzukommen und uns was von Menschlichkeit zu erzählen? Hast du, dein Moralhorizont ist total verschoben. Ja, dann stellst du dich auf die gleiche Stufe. Wer bist du? Ganz ehrlich, denk mal nach, Toni. Du bist einfach nur psychisch, hast du echt einen Weg. Ganz ehrlich, du merkst das nicht. Guck dir mal alte Videos von dir an. Du hast eine ganz andere Stimme jetzt. Du bist krass im Kopf. Ja, natürlich, gebe sie. Du sitzt mit deinem Zimmer und postest die ganze Zeit nur Sachen. Es pisst mich an. Und denkst im Internet eigentlich. Und diese Frechheit, diese Frechheit, die bringt mich auf 180, sage ich dir ehrlich. Und dass du die Frechheit besitzt, immer wieder auf die Menschlichkeit zu kommen. Dabei ist es total unmenschlich, was du tust. Du bist total moralisch verrottet, wenn du so etwas sagst. Du ignorierst total den Zweifel. Sag, Toni, findest du es eigentlich, eine Frau, so ruhig zu machen? Halt die Fresse! Toni, nicht die Fresse! Halt dich raus! Halt dich raus! Halt dich raus! Du bist nur von abgefuckt, der Töte rumgeblabbert. Und jetzt hält die Fresse! Das hat mit mit Röte rumgeblabbert zu tun. Du hast ja auch ganz sie eine Frau rumzugehen. Hast du da eine Frau? Es ist egal, ob sie eine Frau ist. Ja, sie ist rotzfrech. Du hast damit nichts scheißegal zu tun. Sie macht genau das Elbe, was du auch machst. Sie dreht die Zusammenhänge völlig rum. Ihr beide könnt euch zusammentun. Ihr seid widerliche Realitätsvertreher. Und ihr habt keine Ahnung von Moral. Widerlich. Aber du, aber du, du bist der Gott im ganzen Universum hier auf der flachen Erde. Mach mal die Schnauze zu mir, weil ich eure Manipulation nicht mehr ertragen kann. Ey, so redet man nicht mit einer Frau, Toni. Hör mir mal zu. Das ist die Frechheit. So redet man nicht mit einer Frau. Du kannst mich mal. Ganz einfach. Du kannst mich mal. Verpiss dich. Sie kann auch rausgehen. Jederzeit, wenn ihr das hier nicht passt. Und wer, wer, wer bist denn du eigentlich? Was mischt denn du dich ein? Ich denke, sie ist unter die eleganten, eloquenten Lug. Geh du doch raus. Ja? Nein, ich geh nicht raus. Du kannst es anscheinend nicht mit Kritik einzustecken. Hä? Was? Was? Dir passt es anscheinend, dich nicht mit Kritik auseinanderzusetzen. Man kann sich ja nicht normal mit dir unterhalten. Es geht nicht. Du beleidigst. Nein, man kann nicht mit dir normal reden. Was? Du fängst an zu beleidigen. Du gehst, du ziehst Grimassen. Das ist kindisches Verhalten. Tut mir leid. Das ist nicht mein Horizont. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Erpiss dich. Erpiss dich, wenn dir das nicht passt. Okay? Hau ab. An Argumenten hast? Du hast nichts anderes an Argumenten, so mal mit Inhalt, außer verpissend. Ich habe nur anderthalb Stunden Video über die Kindheit gemacht. Nein, jetzt bist du still. Nein, du bist jetzt still. Ich habe mal ein anderthalb Stunden Video über die Kindheit-Geschichte gemacht. Während da draußen die ganzen Leute dämlich rumseiern, stecke ich den Finger in die Wunde und bringe Dinge ans Tageslicht, von denen ihr überhaupt keinen Schimmer habt. Und ihr kommt hier rein und erzählt mir was von Moral. Es ist total widerwärtig. Martin Hüller, um den es hier ging. Und Let's Play hat das gerade wirklich versucht, deutlich zu machen, dass es hier nicht um Personen geht, sondern um konkrete moralische Zusammenhänge. Und ihr besitzt die Frechheit, ständig uns, die wir einfach nur unsere Meinung sagen, vorzuwerfen, wir wären unmoralisch, und wir sind die Herrscher, und wir bestimmen darüber, was Moral ist. Nein, wir drehen euch nur eure widerlichen Verdrehungen genau wieder rum. Wir halten euch den Spiegel vor. Und wir zeigen es euch. Und ihr kommt nicht drauf drauf. Komm doch selbst in den Spiegel. Was? Was sagt die Verdrehung? Mein Gott, es geht um den Ton. Toni, du legst einen Ton an den Tag. Du hast gute Argumente, du hast gute Argumente, die sind richtig. Das will ich auch nicht verwerfen. Du hast gute Argumente, nur dein Ton, du hast eine Tonart an dir, die ist unter alle Sau. Du redest mit Menschen, als wenn sie das Allerletzte wären. Heul doch, heul doch. Du kannst ja auch nicht sehen. Und du besitzt die Person, ein arrogantes Arschloch. Ja, da bin ich halt ein arrogantes Arschloch. Und what do you wanna do about it? Krieg doch wieder zurück in dein Loch, aus dem du gekrochen bist. Entweder du kommst mit der Stimmung hier, klar, die hier ab und zu mal weht, wenn solche Denunzianten nun realisiert werden. Alter, ich würde mit einer Frau nie so reden, die du gerade mit Mary gerät. Ja, komm mir jetzt nicht. Das ist unter aller Kanone. Ja? Das ist schuldkuschelt. Alles. Ich kann nichts von nur auf Frauen. Nee, 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 nee. Ich betreibe hier Gleichberechtigung, indem ich mich auf Augenhöhe... Gleichberechtigung? Alter, du bist ja wie so ein Islamist. Du drückst die Frauen gerade runter. In dem du... Ich? Wie innerlich... Wo ist denn die Frauen runter? ...betreibst. Du blöder Vogel, schäm dich. Ach, kipp dich doch, du Arschloch. Ah, genau, lass es doch machen. So, und jetzt kriegt der Hangout hier mal einen richtig guten Style. Vielleicht kriegt der Lesbler auch mal richtig... ...dass dir mal richtig die Post geht. Dass dir mal auch einer mal zeigt, wie die Post abgeht, ja? Du kannst mit der Frau doch nicht so reden. Alter, das machen Islamisten, die den Frauen... Oh, jetzt wird's richtig... Mit Gewalt assoziieren. Dabei lehne ich initiierende Gewalt ab, du blöder Vogel. Das ist ja richtig widerlich. Wer steht denn gerade hinter dir und legt dir diese Fragen und Antworten vor? Widerliches Gatekeeper-Pack. Verpisst euch aus den Hangouts. Wir identifizieren euch und wir machen euch platt noch, bevor ihr euren Dreck verbreiten könnt. Verpisst euch. Ihr seid im Blau. Aber du bist in der Wahrheitsbewegung der größte Psychopath, der rumläuft. Ohne Scheiß. Wer so mit Frauen redet, wer so mit Frauen redet, auf dieser Ebene. Ohne Scheiß, hey. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das geht gar nicht. Troll doch. Troll doch. Troll doch, genau. Troll doch. Es klappt nicht mehr. Echt, es klappt nicht mehr. Also der Tonio hat insofern ganz recht. Dieses Rittertum, also für eine Frau eintreten, ich bin auch noch so gepolt. Ich komme auch aus der Generation, wenn man Frauen beschützt hat. Und ich finde es auch nicht falsch. Und ich muss sagen, deine Direktion macht mich eher sympathisch. Nur, du musst auch ganz klar sehen, da steckt auch was Unterdrückerisches in dieser Beschützerfunktion. Die Frau ist gar nicht fähig, sich allein zu verteidigen, da muss der Mann einschreiten. Also das kenne ich Feministinnen, die weisen das weit von sich. Es geht um Respekt und nicht darum, ob man Frau oder Mann oder was auch immer bin. Es geht einfach um Respekt. Respektvolles miteinander reden und auch Kritik mal einstecken und sich hinsetzen, hm, könnte da was dran sein. Ich meine, ganz ehrlich, wieso sind denn so viele Leute nicht mehr dabei? Warum hat es denn diese Vivi abgehauen? Also einfach mal sich hinsetzen und zu sagen, hm, vielleicht ist da ja was dran, dass wir uns ein bisschen unmenschlich verhalten. Ich meine, ich kenne euch doch nicht persönlich. Ich greife euch persönlich doch gar nicht an. Es geht einfach darum, dass mir, euer Content gefällt mir teilweise, wenn es nicht darum geht, über irgendjemanden abzulässern oder was auch immer. Und selbst, wenn ihr irgendwelche Witze einwerft, ich finde die Lockerheit und die Persönlichkeiten bei euch interessant. aber dieses, wie man miteinander umgeht, menschlich und immer dieses verpiss dich, das ist einfach, ich weiß nicht, ich dachte, auch ihr seid einfach Leute, die nach der Wahrheit suchen und sich mit anderen verbinden wollen. Dann bin ich vielleicht falsch hier, wenn es nicht so ist, ja? Gut, aber ich muss mich auch nicht beleidigen lassen hier. Und das ist nicht, weil ich eine Frau bin. Nein, es hat mit einer Frau nichts zu tun. Das ist jetzt wirklich so. Wenn du dich in den Hangouts umhörst, das herrschen halt in unterschiedlichen Hangouts, herrschen unterschiedliche Töne, Töne, sagen wir es so, unterschiedliche, wie die Menschen miteinander umgehen. Und ich sage, ich bin, ich habe von Anfang an, habe ich versucht, für eine freundlichere Gesprächskultur einzutreten, wo man den anderen ausreden lässt, wo man sich nicht beleidigt. Und der Toni dagegen sagt, nein, er beleidigt ganz bewusst, er folgt damit ganz bestimmte Ziele. Und ich sage, ja, okay, mach du deins, ich mach meins. Und es ist halt wirklich so, wenn ich nicht will, dass ich beleidigt werde, gehe ich halt nicht in so einen Hangout. Das ist halt wirklich so brutal, muss ich das halt sagen. Ich finde es auch nicht richtig, Menschen zu beleidigen. Aber der Toni kommt ja nicht zu mir ins Wohnzimmer und beleidigt mich. Habe gesehen, dass er mich eh, wie gesagt, noch nie beleidigt hat. Sondern ich gehe so in den Hänger, wo er drin ist. Ich würde mal gerne eine Frage aufwerfen. Sehr gut. Kurt, du hast ja jetzt schon mehrfach erwähnt, der Toni hat dich noch nie beleidigt. Und ich habe mich da auch schon mal über Sachen aufgeregt, wo dann irgendwas war, wo gerade auch die Zeit mit ihr und so wurde gesagt, das ist ein netter Kerl, wo ich dann gesagt habe, nö, ein netter Kerl steht für seine Leute und das ist ein netter Kerl. Aber wo ich mich auch aufgelegt habe, aber ich habe dich auch noch nie beleidigt. Es gibt andere Leute, die haben schon gesagt, du dumme Sau oder sowas. Wie der Klaus Kinski. Nee, aber bei dir ist das komisch, aber das ist doch mal sehr interessant. Warum ist denn das so? Warum gibt es denn Leute, die wir beleidigen in der Toni und andere wiederum nicht? Warum haben sich Leute nicht mal Gedanken darüber? Ist das einfach nur wahllos? Oder ist das nur bei ganz bestimmten Leuten, die auch vielleicht bestimmte Dinge von sich geben? Ja, vielleicht auch schwachsinnige Sachen. Oder Worte verdrehen oder was auch immer. Ich meine, das doch mal, anstatt permanent darüber rumzuheulen, dass beleidigt wird oder sowas, vielleicht mal eine Ebene weitergehen und sich die Frage stellen, warum machen die das? Und warum nur bei bestimmten Leuten und bei anderen eben nicht? Warum ist das so? Habt ihr euch jemals die Frage gestellt? Es geht an Kai und an Mary und an alle Leute im Chat, die jetzt hier rumblöken. Habt ihr euch jemals diese Frage gestellt? Ja, ich habe mir diese Frage gestellt. Man hat einfach selber ein Problem, wenn man andere Leute beleidigt. So, man hat sich selber nicht unter Kontrolle. Sein Scheiß-Fucking-Evo hat man nicht unter Kontrolle, wenn man andere Leute beleidigt. Und ich bin hier in diesen HO nur gekommen, weil du, Let's Play, mir eine... ...gesprochen hat und er unbedingt... ...wollte, dass das transparent ist und wo ich ja auch kein Problem mit habe. Ich habe kein Problem, das in der Öffentlichkeit auszudiskutieren, aber ich muss... Mary, wir verstehen dich kaum noch. Du bist ja abgehakt. Ist dir jetzt besser? Mary, pass auf, aber geh wirklich mal darauf ein, weil du hast jetzt zwar erklärt, warum jemand generell beleidigt, aber wir beleidigen... Es geht ja an ganz bestimmten Adressen halt. Aber warum so selektiv? Warum bei dem einen, bei dem anderen nicht? Das würde mich mal interessieren. Warum ist das? Hast du darüber mal Gedanken gemacht? Nicht nur generell, dass jemand ein Problem mit sich selber hat, dass andere beleidigt, sondern warum so selektiv? Warum nur bestimmte Leute? Warum ist das so? Das würde mich mal interessieren. Ja, ist doch normal. Das ist, glaube ich, natürlich, dass man mit dem einen Menschen kann und mit dem anderen weniger. Aber man muss nicht gleich beleidigend werden, auch wenn der Mensch mal vielleicht was... Ja, ein bisschen Kritik in die Richtung wirft. Ja, man kann trotzdem dort sitzen, vielleicht auch, wenn es gerade in einem brodelt, und dort sitzen und vielleicht einfach mal schlocken. Wir müssen... Also, ich will dir mal was sagen. Ich will dir mal was sagen. Ich merke das ja auch, dass viele Leute was Unterschiedliches unter Beleidigung verstehen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, du blöder Vogel oder sowas, da ist jeder direkt mit dabei. Das ist eine Beleidigung. Es gibt aber noch ganz andere Beleidigungen oder Sachen, die ich als sehr beleidigend empfinde. Und andere übrigens auch. Das ist nicht so offen. Ja, da muss man ganz genau hingucken. Zum Beispiel finde ich, wenn ein Gespräch geführt wird, ja, wo du auf die Fragen des anderen eingehst, konkret, aber das eine Einbahnstraße ist. Zum Beispiel, aber du stellst dann Fragen und die werden zum Beispiel nicht beantwortet. Da wird immer rumgeschwurbelt oder sowas. Oder es werden Sachen verdreht oder sowas. Oder sonst irgendwas. Das finde ich auch sehr respektlos und beleidigend. Aber das sehen zum Beispiel Leute nicht, weil sie nicht genau hingucken. Und du siehst das auch nicht. Denn das hast du noch nie kritisiert. Und darüber würde ich mir mal Gedanken machen. Was habe ich nicht kritisiert? Kannst du das nochmal auf den Punkt bringen? Ich habe gerade nicht ganz alles verstanden. Das habe ich das nicht verstanden. Akustisch nicht, oder was? Ich habe dir gesagt, ich kann es nochmal gerne wiederholen. Also diese offene Beleidigung, du dumme Sau oder du blöder Vogel oder so. Ich finde, wir sollten T-Shirts rausbringen. Also die Let's Play Edition, dumme Sau und dann Toni, dummer Vogel. Aber jedenfalls, ja, aber das sind so Sachen, das kriegt jeder mit. Aber zum Beispiel, wenn da rumgeschwurbelt wird, wenn immer permanent ausgewichen wird, wenn jemand eine Frage stellt und dadurch keine vernünftige Kommunikation zustande kommt, aber wenn jemand die Zuschauer programmiert mit irgendwelchen Aussagen, die einfach so nicht stimmen, oder so Sachen. Das ist auch eine Beleidigung. Das finde ich auch sehr, sehr respektlos, auch du Gesprächspartner gegenüber. Und solche Dinge habe ich doch nie mitbekommen, dass du das kritisiert hast. Und das ist übrigens nicht nur bei dir so, da bist du nicht alleine. Das ist übrigens auch bei anderen Leuten so. Das kriegen sie nicht mit. Wir kriegen das aber mit und wir fühlen uns dadurch beleidigt und es kann sein, dass wir dann auch mal zurückbeleidigen, wenn uns irgendwann der Kragen platzt. Ja, aber das passiert meistens erst dann, nachdem wir mehrfach darauf hingewiesen haben, dass uns das so nicht gefällt, der Gesprächsstil oder sonst irgendwas. macht dir mal Gedanken darüber, weil das höre ich nie in der Kritik. Das sehe ich auch nie im Chat oder sowas, dass da irgendwelche Leute schreiben oder in den Kommentaren, weil sie es offensichtlich nicht mitbekommen. Aber ich kann euch nur sagen, achtet mal darauf. Und ein Paradebeispiel dafür war, was die Wolf, es gab so schöne Sendungen, immer mit diesen passiv-aggressiven Angriffen halt, permanent. Unterschwellig, das kriegen die Leute nicht mit. Permanent. Angriff, 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 Angriff. Und dann sagst du was, ich hab doch gar nichts gemacht. Und dann wieder, Angriff, 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 ich hab doch nichts gemacht. Und immer wieder. Und die Leute kriegen es nicht mit. Und da sollte man wirklich mal ein bisschen drauf achten, glaube ich, wenn man das verstehen will. Also es ist absolut, ja, also nicht immer nur auf das Offensichtliche gucken, sondern auch noch, was passiert da eigentlich sonst noch so. Ja, also nicht nur beim Kennedy drauf gucken, dass ihm jetzt der Schädel wegfliegt, sondern was ist da rundherum noch? Ja, was passiert vor ihm? Was passiert da sonst noch? Ja, und sowas. Und das gilt auch für die Diskussion, wie man mit einem Schachspiel oder sowas. Nicht nur den einzelnen Zug betrachten, sondern was steht da noch dahinter? Warum macht er jetzt den Zug? Was kommt da sonst noch? Verstehst du? Und das wird nicht gemacht. Ja, das wird nicht gemacht. Also das ist, nur mal um irgendwie ein bisschen, als Anregung würde ich das nur mal sagen. Ja, aber das wird gemacht, Let's Play. Das stimmt nicht. Das fällt mir, das ist ja nicht nur bei euch, dass mir das auffällt. Das ist allgemein, die Gesprächskultur ist heute so, dass wir eben nicht mehr zuhören, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Ja, wir legen uns schon gleich unsere Antworten parat in unserem Kopf, aber hören gar nicht zu, was der andere sagt. Da gebe ich dir auch recht. hast du ja auch gerade teilweise so gesagt. Auf jeden Fall. Das fällt mir schon auf, aber es geht jetzt gerade hier darum, wie mit mir geredet wird. Es geht jetzt gerade mir nicht darum, wie andere mit anderen reden, sondern wie gerade mit mir geredet wurde. Und das fand ich sehr respektlos, weil ich bin nicht hier reingekommen, mich zu beleidigen. Es ging darum, das Thema, was wir auf Discord hatten, hier auf YouTube zu verlagern. Kannst du die Beleidigung benennen, bitte, Mary? Was? Kannst du die Beleidigung, die hier in deine Richtung stattgefunden hat, aus welcher Richtung war noch mal? Papistisch und denunziant und keine Ahnung. Okay. Also ich weiß nicht. Du wolltest noch mal wissen. Weiß ich nicht. Also wozu man das äußern muss, keine Ahnung. Also man kann einfach mal Kritik, vielleicht auch einfach mal, wenn es einen nicht interessiert, ein Ohr rein, ein Ohr raus. Aber was war denn vorher? Jetzt stellen wir uns mal die Frage, das ist ja das, wovon ich jetzt vorhin gesprochen habe. Was war denn davor, bevor der Toni das gesagt hat? Bist du denn hier reingekommen und Toni ist direkt auf dich losgegangen? Oder war da irgendwie vorher was? Hast du da vielleicht vorher bestimmte Sachen gesagt? Und es war eine Reaktion darauf, seitens Toni. Also was hast du denn da vorher gesagt? Jetzt haben wir das mal ein bisschen zurückspulen, dass wir da mal rausfinden, warum war das eigentlich so? Ja, aber meine Äußerung, guck mal, das ist wie gesagt, ich wurde hier eingeladen und meine Äußerung bezieht sich ja auf und meine Kritik auf den vergangenen. Was hast du denn gesagt? Folgendes, folgendes, ich bring's jetzt auf den Punkt, ich bring's jetzt auf den Punkt, ja, ich bring's jetzt, ich bring's jetzt mal auf den Punkt, damit dir nicht so lange geschwobelt wird. Bist du hier reingekommen und so ziemlich das Erste, was du gesagt hast, ist, Kritik ist hier nicht erwünscht oder sowas, ne? Das ist eigentlich schon eine Beleidigung. Ich könnte mich jetzt auch als Beleidigung auffassen an uns, ja, und zwar verdrehst du die Tatsachen um 180 Grad. Denn wir machen ja hier eine Sendung, es geht ja hier um Kritik, ja, dass Leute irgendwas bringen und die können sich ja hier äußern und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen oder sowas, weil du da auch was sagen wolltest und sonst hätte ich dir doch wohl nicht den Link geschickt, sonst wärst du doch gar nicht hier drin und das ist auch so ein Ding, das ist auch schon eine Beleidigung und zwar eine richtig krasse Beleidigung, womit du auch die Zuschauer programmierst, oh, Kritik ist den nicht erwünscht und die sehen dann nur mal das Offensichtliche, ja, da hat jemand gesagt, dann ist das so, ne? Und die sehen den Kontext gar nicht mehr, ne? Und das ist auch so, da könnte ich ja auch sagen, mi, 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 ich bin beleidigt, oh, ja, aber ich sag halt eben, ja, okay und so, ne? Und verstehst du, und wenn du das dann eben dann sofort führst mit irgendwelchen Aussagen, die nicht stimmen oder die irgendwie den Zusammenhang gar nicht widerspiegeln oder sowas, ja, dann kommen dann irgendwann solche Aussagen vom Toni halt, verstehst du? Aber das kriegst du selber gar nicht mit, dass das eigentlich auch eine Beleidigung oder eine Respektlosigkeit ist, was du teilweise raushaust. Das merkst du gar nicht. Andere Leute merken das auch nicht, ja? Ich bin denen auch nicht böse deswegen oder sowas, weil sie kriegen das einfach nicht mit, ja, aber ich will das nur auch mal sagen. Also damit die Leute mal einen Zusammenhang herstellen können, ja? Einfach immer. Ihr spielt einfach den Ball wieder zurück und dreht einfach, ja, die Waffe um sozusagen. Und also das, was man euch entgegenbringt, äußert ihr als Kritik wieder zurück. Ich hab einfach nur, ich bin auf Sams Vorschlag eingegangen. Ich kann dazukommen, können wir öffentlich machen. Deswegen bin ich da. Mehr nicht, weil ich nicht, nicht, dass es wieder heißt dann, in einem Hangout, ja, die wollte nicht kommen, die hat Angst, sie will sich da nicht zu äußern. Nein, ich hab da kein Problem mit. Ich äußere mich gerne. Kein Problem, aber es ging... Ja, Entschuldigung, aber ich wusste ja nicht, dass du arbeiten möchtest. Deswegen habe ich das dann falsch verstanden. Ja. Tut es mir leid. Ja, es ging darum, wie gerade mit mir gerade umgegangen wurde. Und das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Nicht nur bei euch, bei vielen Leuten. Du musst selber lachen, ne? Nein, Toni, muss ich nicht. Also Leute, die, die sich jetzt die Auszeichnung angucken, ne? Geht mal hin, spult das wirklich mal zurück, spult das wirklich mal zurück, wo das Gespräch anfing mit Mary. Ja, guckt euch mal das genau an, was von ihr kam und was da wiederum als Reaktion kam. Guckt euch das wirklich mal ganz genau an, ja? Und das ist sehr ausschlussreich, finde ich, ja? Also das ist... Mach das auf jeden Fall mal. Es lohnt sich, ja? Ich muss da ein bisschen an mein Kennedy-Video denken. Das ist auch sehr viel Katschnäuzigkeit da dabei, ja. Ja, aber Mary, Mary... Unbewusst wahrscheinlich, unbewusst. Diese unterschwelligen Beleidigungen, dann beleidige mich nicht so unterschwellig. Das ist so amtlich, was du machst, Toni, ohne Scheiß. Ja, komm, nee, jetzt hast du... Aber du bist ein Stück älter als ich und du redest so respektlos mit deinen Mitmenschen. Das ist Wahnsinn. Ja, das mache ich ganz genau so. Muss ich jetzt mal einwerfen, sehe ich ganz genau so. Zwei, drei Jahre bist du aufgewacht oder wie lange? Zwei, drei Jahre, wie lange bist du aufgewacht? Drei Jahre hat er gesagt. Ja, da muss ich drüber lachen, ganz ehrlich. Und wenn ich sehe, was in den Chatverläufen gerade so abgeht, wie die Leute über mich herdissen, 20 Jahre Bücher gelesen, ich hätte die falschen Bücher gelesen, sonst irgendwas. An Frank Goldmann oder sonst irgendwo, wie die über mich herziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ey Leute, sag mal, geht's noch oder was? Also ich muss sagen, das Denunziatentum im Chat geht eher in meine Richtung. Also jetzt heute... Ja, ich musste heute... Toni, 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 dann jetzt mal ganz fair, dann gebe ich dir jetzt mal die Hand. Also ich musste heute auch einiges einstecken. Ja, also ein fairer Ringkampf, wir sind im Ring. Es geht nicht darum, dass du nur gedisst wirst. Geh mir vom Chat aus, Was soll das? Was soll diese Bemerkung schon wieder? Ich musste auch einiges einstecken. Ja? Es geht doch nicht darum, dass die Leute auf deiner Seite sind oder auf meiner Seite sind. Toni, ey, das ist doch wirklich mit diesem Heul doch, mit diesem... Sag mal, wie bist du denn drauf? Ey! Mein Gott! Sag mal, wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem? Darf ich nochmal an die Mary die Frage stellen, wie sie auf den Gedanken gekommen ist, dass sie hier keine Kritik äußern darf? Was ist dazu? Ja, hört man mich? Mein Internet ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen schlecht. Ja. Ja, Verständigung klar und deutlich. Okay, das ist nur meine positive Wahrnehmung, mein Gefühl, das, was ich persönlich fühle, das ist meine Wahrnehmung. Ihr könnt ja eine andere Wahrnehmung haben. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich sage euch, und es ist nun mal so, dass Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Ja? Und Dinge anders wahrnehmen. Und Dinge gar nicht wahrnehmen. Ja? War das jetzt eine Antwort oder habe ich was vergessen? Ja, du meinst, das hast du jetzt im Verlauf des Zuhörens erkannt oder hast du vorher schon gehabt, den Eindruck? Ja, das habe ich so manchmal natürlich auch schon vorher so ein bisschen das Gefühl gehabt. Aber ich dachte, okay, vielleicht versuche ich es heute einfach mal. Also wie gesagt, ich wollte mich ja auch nicht davor drücken, das jetzt irgendwie öffentlich hier auszutragen. Ja, das ist richtig. Oder zu diskutieren. Naja, ich habe heute Erfahrung gemacht, ich habe den Toni auch schon öfter kritisiert, kann man erinnern, einmal wer mit dem Jaber den Knacki zerstören wollte. Da hat man übereinander gesprochen über die Folgen von negativer Sprache. Und ich habe ihm gesagt, ich halte es für falsch, so diese Sprache zu militarisieren. Man könnte das auch milder ausdrücken und trotzdem den Punkt treffen. Und da hat der Toni das irgendwie durchaus anerkannt, meinen Punkt. Aber wie gesagt, wir sind halt auf einer Augenhöhe, ich kann ihm seins lassen, er kann mir meins lassen. Versteht ihr? Das ist eigentlich für mich der Punkt, ich kann ihm genau sagen, was mir nicht passt oder was ich für falsch halte, aus meiner Sicht. Er kann mir auch sagen, was immer mir nicht passt, oder was, das ist, was immer mir nicht passt, das ist zu subjektiv. Aber was er an meinen Punkten für falsch hält, sagen wir es so, das ist treffender. Und da habe ich noch keine Probleme gehabt. Darum habe ich das nicht verstanden, warum, was ich aber auch verstehe natürlich, es herrscht halt beim Toni ein anderer Ton. Der ist halt frei heraus, der hat keine Hemmungen, Schimpfwörter zu benutzen, oder was die Menschen nicht. Aber wenn der Kai jetzt sagt, Toni, was stimmt mit dir jetzt nicht? das ist in meinen Augen eine genauso große Beleidigung, wenn ich sage, du blöder Vogel. Könnte man da folgen? Ja. Könnte man da folgen? Auf den Punkt. Das meine ich. Und der Kai hat das wahrscheinlich jetzt nicht als Beleidigung gemeint. Der hat das jetzt wie ein Analytiker gemeint, Toni, was stimmt mit dir nicht? Aber das hat diesen beleidigenden Unterton und es kommt als Beleidigung an. Das sollte uns schon klar werden. Und ich sage halt auch, ich möchte lieber wenn ich schon beleidigt werde, dann lieber mit einem Schimpfwort oder offen und nicht so, also mein Psychiater sagt immer, Menschen, die so handeln wie du, die können ganz falsch liegen oder irgendwie so auf die tun. Kai, kannst du nachvollziehen, was ich meine. Kannst du dich was nachvollziehen? Ja, soll ich dir mal was ganz ehrlich dazu sagen? Ich habe gerade mal den Chatverlauf geguckt da und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal auch mal was anderes. Ja, weil wir streiten uns hier, mag ja sein. Ja, aber auch mal ein ganz großes Lob an dich, Toni. Ja, das was ich hier, ich weiß nicht, wer Frank Goldmann ist, ja, was der im Chatverlauf über mich schreibt, ist wirklich über unterste Gürtellinie. Da bist du, Toni, wirklich noch zart beseitigt. Ja, ich weiß nicht, wie du denkst, Toni. Ja, ich kritisiere dich ganz extrem, aber ich sage aber auch, du bist ein cooler Typ. Ja, das heißt, ich bin doch komplett nicht gegen dich. Ja, darum geht es doch gar nicht. Ja, aber was ich so in diesem Chatverlauf hier so ein bisschen lese, ja, da ist ein Frank Goldmann, was der so über mich schreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, alter Vater, ich weiß nicht, wer das ist, soll der doch auch mal reinkommen? Soll der mal reinkommen? Und da kann ich mich mit dem mal diskutieren. Weißt du, man kann sich auch gerne in der Chat verstecken, sonst irgendwo. Ja, aber, Kurt, was hast du jetzt gerade nochmal gemeint? Ein Moment, dazu muss ich aber kurz was sagen. Ich finde den, okay, den Goldmann, den kannst du auch nicht ab, aber den Ivan Meister, was der hier für eine Scheiße abzieht, finde ich eigentlich noch schlimmer, weil der fängt hier so eine Stalker-Scheiße an mit der Mary da zu machen. Und ich sage, wenn der noch einmal so ein, was mache ich, ich blocke den ganz, sowas kann ich nicht ab. Sam, hau dich raus. Ja, also Warnung habe ich mir mittlerweile auch schon abgewöhnt. Okay. Weil ich möchte jetzt nochmal was klarstellen, dass ihr mich mal versteht. Ja? Und an dich, Toni. Ja? Du wohnst in Erfurt. Ja? Das habe ich so ein bisschen mitgekriegt, das ist ja auch relativ offen. Und ich wohne hier in drei Jahren. Was denn von mir? Toni, hör mir bitte mal ganz kurz zu. Ja? Du bist ein Mensch, ja? Wir sind sehr kontrovers, aber ich hätte kein Problem damit, mich mit dir mal persönlich zu treffen. Ja? Da habe ich überhaupt kein Problem damit, ja? Weil ich mag, ich mag, hör mir mal zu, ich mag. Ich habe daran kein Interesse. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt gar nicht weiterzureden. Gut. Gut. Und das ist jetzt auch wieder schade, dass du so reagierst, ja? du musst damit... Nein, nein, konstruktiv ist für mich, dass du jetzt vielleicht mal drauf eingegangen wärst und dir vielleicht mal angehört hättest, was ich darüber denke irgendwo. Wie könnte so ein Gespräch stattfinden? Du kannst deine Schwurbeleien behalten, ich habe da keinen... Ja, für dich schwurbelt, Toni, für dich schwurbelt doch jeder, oder? Gibt es irgendjemanden, wofür dich nicht schwurbelt? Und das ist genau das Problem, ja? Und das ist genau... Der ist sogar hier, das Let's Play, der schwurbelt nicht. Oh, und ich liebe das, ich finde das total geil, ja? Wenn Leute einfach so sind, wie sie sind und sich gegen Heuchelei und Falschheit einfach stellen und sagen, ich vertrete die Wahrheit und die fängt bei mir selber an, in der ich erst mal ehrlich zu mir selbst bin, ja? Super, das finde ich total geil, das ist total sexy, weißt du das? Ist so. Und ich sage dir mal ganz ehrlich was, wenn sich... Das ist keine Arroganz, das ist einfach nur gesundes Selbstbewusstsein. Ein großer Unterschied. Und Narzissmus ist ganz weit davon entfernt, ja? Narzissmus basiert auf etwas Falschem, ja? Auf einer Illusion. Man macht sich selbst was vor. Tue ich nicht. Ich bin verdammt ehrlich zu mir selbst. Du bist... Ich habe auf das Gesprobe, was du hier bringst, das hat... Du hast verbockt. Habe ich das? Ja, dann sperrt mich, ist auch kein Problem. Da lebt doch... Das ist ein schönes Beispiel. Also, mal gucken, wie das läuft, ich bin da entspannt. Ja, weil das ist nämlich euer Prinzip und da sind wir wieder bei der Herrschaft, weißt du? Die Herrschaft hat nämlich die Möglichkeit zu sperren, zu sperren, weißt du? Wenn dir eine Meinung nicht passt, dann sperrst du. Ich muss jetzt wirklich mal was sagen. Du hast zwar vorhin, ich habe zwar vorhin mal gefragt, was ist Herrschaft und du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, aber anscheinend hast du es trotzdem nicht verstanden. Das ist wie so eine Phrase, die du da einfach aufgesagt hast und ich glaube nicht, dass du den Sinn verstanden hast, weil du das Wort nämlich ständig falsch benutzt. Und jetzt mal wirklich im Ernst, du erzählst uns immer, ich bin schon 20 Jahre dabei, ich habe die Bücher gelesen. Ja, dann lest du mal ein paar vernünftige Bücher, verdammte Scheiße. Dann befass dich doch mal damit, damit dir das Wort endlich mal klar wird. Das ist nämlich unheimlich wichtig, dieser Zusammenhang. Ja, das ist einfach so. Ich kann doch 20 Jahre irgendeinen Bullshit lesen, ja, oder 20 Jahre mich mit irgendeinem Müll befassen und das ist ein anderer, der befasst sich vielleicht, du bist jetzt mal ruhig gerade. Bis du hältst die Klappe, wenn ich rede. Ja, du hältst die Klappe, wenn ich rede. Ich finde, das ist eine absolute Respektlosigkeit. Ich müsste dich jetzt leider hier rausschmeißen. rausschmeißen, das geht nicht so. Das geht einfach nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich damit möchte, wenn er, es ist einfach eine Respektlosigkeit, dem Gastgeber ins Wort zu fallen. Das ist doch eine Respektlosigkeit, den anderen Gästen ins Wort zu fallen, aber dem Gastgeber ist eine besondere Form der Respektlosigkeit. Ja, Mary, kritisier das doch mal. Ja. Ihr faltet euch immer alle gegenseitig ins Wort. Das ist, glaube ich, menschlich, ne? Also, keine Ahnung. Alala, relativierungsgesprobe. Ja. Alala. Ja. Nee, also das ist einfach meine Wahrnehmung von allen. Das ist das, wo wir Menschen dran arbeiten müssen. Aber wir Menschen, lalalala. Ich habe ihm jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass er bitte den Mund halten soll, wenn ich als Gastgeber rede. Ja, und er quatscht einfach weiter und ist absolut respektlos. Kritisier das doch mal, Mary, oder findest du das toll? Hm? Das ist eine Vereinigung an die Intelligenz. Nee, habe ich doch gerade kritisiert. Ja, du hast absolut relativiert. Wir machen ja alle mal irgendwas. Alala. Ja? Nein, ich habe nur gesagt, ja, wir könnten... Bist du so ein bisschen wie irgendjemand, irgendwelche Kulturbereiche haben, eine Frau vergewaltigt? Aber die Deutschen machen das auch. Hahaha. So kommt mir das irgendwie vor. Nee, so bin ich mit Sicherheit nicht und das lasse ich mir auch nicht vor. Darum geht das nicht. Aber das ist genau die Diskussion, wo willst du anfangen? Wer macht hier jetzt alles perfekt und darf überhaupt das System quasi an sich kritisieren? Du verstehst es einfach nicht. Wärst du, Mary, ich finde ja wirklich, ich glaube nicht, dass das Absicht ist von dir. Aber ich glaube, du begreifst das einfach nicht. Ich glaube, du verstehst, glaube ich, in keinster Weise, worum es geht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, das ist so, als ob da irgendwie jetzt ein Aufsatz zu schreiben ist über irgendwas und du schreibst über ein ganz anderes Thema. Und der Aufsatz ist wunderschön, aber das ist irgendwie voll das Thema verfehlt. So kommt mir das irgendwie manchmal vor. Wir reden auch, glaube ich, ganz oft aneinander vorbei oder bestimmte Dinge. Das ist hier eigentlich böse gemeint. Ich kann dir das eigentlich gar nicht vorwerfen, aber das ist einfach so, das ist dir einfach nicht klar. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich kann da aber auch nichts dran machen. Das kannst nur du. Oh, also ich bin da echt machtlos, glaube ich. Ja, ich möchte da jetzt, weil ich das zweite Grund, warum ich rein bin, das ist die Wahrnehmung von Herrschaft. Und das hat sich jetzt, wie soll ich sagen, Herrschaft, wir haben es ja geklärt, wenn ich einem anderen die Freiheit nehme, wenn ich Druck drauf habe, wenn ich ihm den freien Willen nehme, das ist Herrschaft. Aber in der Praxis werden Menschen oft dadurch beherrscht, dass sie sich einbilden, sie werden beherrscht. Vorauseilender Gehorsam, dass sie sozusagen glauben, keine Alternative zu haben, sie müssen das machen, weil sonst passiert das und das und das. Und das ist einer meiner zentralen Anliegen immer. Die größten Bremsen sind wir selber. Also der Feind steckt in uns. Wir nehmen uns selbst am meisten die Freiheit durch das, was wir denken. Darum entsteht auch immer der Eindruck, die Mary hat absolut recht, die Wahrnehmungen unterscheiden sich. Das ist auch keine Relativierung, das ist einfach eine Tatsache. Jeder Mensch hat andere Wahrnehmungen. Jeder Mensch sieht das Leben anders. Durch seinen Blickwinkel, durch seine Filter, durch seine Erfahrungen und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist halt, ich möchte das nicht wieder auf Schulsystem, aber wir werden schon so aufgezogen, dass wir uns anpassen, unterordnen und so weiter. Und das führt dazu, dass die Menschen sich Herrschaft unterwerfen, selbst wenn keine da ist. Also die gehen, bleiben an einer roten Ampel stehen, wenn mitten um drei in der Nacht, wenn kein Verkehr ist. Weil sie fühlen sich dazu verpflichtet, sie müssen jetzt da warten, weil das ist Gesetz und Ordnung und Rechte, etc. und das führt dazu, dass jemand wie der Kai, ich finde es schade, dass er jetzt nicht da ist, weil deswegen bin ich eigentlich hier. Der Let's Play herrscht in keiner Weise und der Toni beherrscht ihn in keiner Weise. Er, er legt sich selbst das auf, indem er das so sieht. Er verinnerlicht praktisch dieses Bild, das er hat und bildet sich eine, jetzt beherrscht mich der Toni, dabei beherrscht der Toni ihn nicht. Weil jetzt gleich hat es ja schon angesprochen, nicht? Was Herrschaft ist, ist klar, aber de facto, und das ist halt auch das Teuflische in unserem System, die, die uns beherrschen, die uns unterdrücken, die uns kontrollieren, die machen das auf subtile Weise. Es geht nicht mehr mit Sklaven und Heer und etc., sondern in erster Linie durch Täuschung und Manipulation und vor allem eben auch durch Selbstunterdrückung. Eben, Musterbeispiel, Hamsterraut sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Die Menschen haben das so verinnerlicht, das System, dass sie glauben, erstens, es gibt keine Alternative mehr dazu, also muss zum Beispiel Geldsystem, wie es jetzt abläuft und vor allem, dass sie, wenn sie da sich nicht dran halten, an diese echten und auch nur vorgeblichen Normen, dann passiert ihnen ganz was Schlimmes. Und in welcher passiert ihnen gar nichts Schlimmes? Sie könnten raus aus dem Käfig. Wir könnten jederzeit raus aus dem Käfig und anfangen zu fliegen, aber wir tun es nicht, weil wir uns ständig unsere Grenzen selbst auferlegen. Und anstatt das System dahinter zu erkennen, bekämpfen wir uns gegenseitig, einer gegen den anderen. Spalte und herrschen, das alte Prinzip. Und deswegen wäre es mein Anliegen, dass wir versuchen, das System zu erkennen, zu durchschauen und zu erkennen, wo die eigentliche Herrschaft liegt. Und die steckt im System, systemimmanent drin, durch die Vorgaben, die uns gegeben werden. Und dass wir da drin stecken, das liegt in erster Linie an uns selber, dass wir immer noch drin stecken. Der Gedanke, wenn es sich durchsetzen könnte, dann hätten wir einen Hebel in der Hand, um da rauszukommen. Meiner Meinung nach. Und dann anfangen wir halt, dass wir erkennen, was wirkliche Herrschaft ist und dann auch erkennen, wo wir die Freiheiten haben. Und die Freiheiten haben wir eben da, wo wir sagen, wir müssen uns zum Beispiel mit bestimmten Dingen eben nicht aussetzen, wenn wir nicht wollen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Anstatt uns darüber zu beklagen, ja, der hat das mit mir gemacht und der hat mich geschlagen und der zu sagen, muss ja gar nicht. Ganz genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau, Kurt. Ja, ich absolut volle Zustimmung, ja. Und weißt du, Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, mit den, weißt du, und jetzt mal im Ernst, da kannst du wirklich behaupten, ja, 20 Jahre, lalala, ja. Ich kenne Leute in meinem Job, die machen das seit 20 Jahren und die machen schon seit 20 Jahren Scheiße, ja, muss ich leider sagen. Die sind auch immer noch auf dem Standteil, von vor 20 Jahren, in manchen Aspekten, ja. Und das hat nichts zu bedeuten, ja. Ich kann 20 Jahre auch Bullshit machen. Ich kann auch 20 Jahre Bullshit lesen, ja. Und das ist halt einfach, ja, weißt du, ja, es ist halt schade, ne. Es ist halt, für mich ist es ein absolutes Armutszeugnis und eine Bankrotterklärung. Jemand, der sich seit 20 Jahren damit auseinandersetzt und diese ganz einfachen Dinge, die eigentlich ein Fünfjähriger begreifen kann, immer noch nicht verstanden hat. Die anderen Leute, die nur an ihrem Hamsterrad laufen, die sich gar nicht damit befassen, ja gut, da kann man sagen, okay, vielleicht nicht so die Zeit oder das ist denen nicht so klar oder was, aber jemand, der 20 Jahre sich schon damit befasst, ja. Also da erwarte ich schon ein bisschen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Also, aber mach mich weiter. Ja, so viel wollte ich gar nicht mehr sagen. Es ist halt wirklich, es wäre halt wichtig, dass wir endlich unsere Macht erkennen, was wir selber. Ich sage immer, wir müssen halt bei uns selbst anfangen. Das klingt wie eine Phrase, ist aber auch keine Phrase. Es wäre halt wichtig, nimm mal jemanden anderen rum, der müsste das machen, der müsste das machen, der darf. Es führt weg, es führt weg, es fällt dann wieder in dieses Spaltern her, wenn halt einer, ich sage, ich weiß nicht, Meri, ich bin ja auch für andere Gesprächskultur, für freundliche. Andererseits, man muss halt auch sagen, wenn sie wirkt und wenn sie manche Leuten zum Nachdenken bringt, ja bitte. Warum nicht auch eine andere Gesprächskultur, die ein bisschen heftiger ist, oder die ein bisschen, gerade wir Bayern nehmen ja auch kein Blatt vor den Mund. Also von dem her. Meri, ich will dir mal eine Frage stellen. Was ist dir denn lieber, ja? Wenn jemand jetzt was gegen dich hat, wenn er dir das Knall hat ins Gesicht sagt, oder wenn er scheißfreundlich ist zu dir? Was ist dir lieber? Mal ganz ehrlich. Ja, also darüber habe ich doch, ich habe doch gesagt, ich höre euch auch gerne zu, weil ihr eben nicht so seid und mal sagt, was ihr denkt. Aber es geht darum, wie mit gewissen Sachen umgegangen wird. Und das ist einfach nur mein Kritikpunkt. Ich will mich gar nicht zu anderen Sachen äußern. Also magst du lieber, also magst du lieber, also ist dir schon lieber, wenn jemand Knall hat, was sagt zu dir, als dass er jetzt irgendwie scheißfreundlich ist und er meint das gar nicht so. Ja, natürlich. Aber genau das kritisiert du doch. Aber genau das kritisiert du doch. Wenn dann Leute hingehen und sagen dann zu dir Knall hat was oder Toni hält da sein Schilddruck oder was, kritisiert du das. Dann bist du wieder beleidigt, weil jemand was Böses gesagt hat oder so. Das verstehe ich nicht. Das kommt immer drauf an, wie man das sagt. Also man muss nicht gleich immer so so unterschwellig und ja manchmal auch direkt. Nee, muss man nicht. Ja, aber wenn ich, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich der Meinung bin zum Beispiel, du bist ein Arschloch. Wie soll ich das denn anders formulieren? Das ist doch nur ehrlich, wenn ich dir das so sage. Aber aufgrund welcher, also jetzt, weil ich meine Meinung geäußert habe, jetzt gerade einen Kritikpunkt angegeben habe, also beziehungsweise vorhin, ne, also das kommt immer drauf an, in welchem Zusammenhang denn das alles steht. Ganz ehrlich, natürlich muss man ehrlich sein. Ich bin immer für die Wahrheit, auch wenn es dir wehtut. Aber man muss nicht gleich beleidigend werden und gleich so, so das Messer so in die Seiten pieken und so von hinten ankommen und so richtig scheinheilig und rattig. Ja, aber das machst du doch. Genau, scheinheilig und rattig, das ist genau das Gegenteil davon, ja. Mary, warte mal, aber genau das machst du doch. Ohne es vielleicht selber zu bemerken, ja. Wenn du hier reinkommst und sagst, ja, Kritik ist hier nicht erwünscht. Oder sowas. Genau das machst du doch dann. Und du attackierst mein Gefühl, let's play, und das ist nicht in Ordnung. Aber wenn du wirklich das Gefühl hattest, warum bist du denn da überhaupt reingekommen oder hast du überhaupt erst irgendwas gesagt? Weil anscheinend scheint es ja doch nicht so wirklich das Gefühl zu haben, sondern eher, nee, ich kann jetzt doch was sagen, so wie es ja sonst auch immer war. Ja, ich habe doch auch am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ich gerade nicht mehr sicher bin, du kannst ja nochmal nachher zurückspulen oder so, und es ist der Anhang, dass ich nicht mehr sicher bin, ob ich überhaupt noch was sagen soll oder warum ich überhaupt hier drin bin jetzt. Weil ich hatte... Ja, aber warum? Aber jetzt denk doch mal logisch nach. Ja, denk doch mal logisch nach. Darf ich mich nicht äußern? Ja, kannst du, kannst du. Aber ich glaube, aber guck mal. Und ich möchte jetzt eine Sache sagen. Meine Zeit ist mir gerade echt zu schade, mich jetzt auf den Altar stellen zu lassen und mit Steinen bewerfen zu lassen oder was auch immer. Von allen Richtungen, weil ich bin jetzt hier die Einzige. Und da habe ich gesagt, ja, Toni, super, super. Das finde ich wirklich... Ich finde das wirklich sehr schade. Niemals würde es mir gegenüber sitzen. Was? Tut mir leid, ich kann gerne über Sachen, aber ich lasse mich hier nicht immer so mit irgendwelchen Fragen so durch die Blume aus irgendeiner... Nein, nein, nein. Das ist hier ein Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass ich der Meinung bin, du wärst ein Arsch. Nicht, dass du jetzt der Meinung bist. Das war nur ein Beispiel, damit du mir erklären kannst, wie man das dann anders formulieren kann. Ja, und damit die Mehre nicht den Einzug hat, das ist ganz allein. Ich muss auch die Wahrheit nicht immer aussprechen. Das muss ich auch mal ganz klar deutlich sagen. Da kam es schon auf den Zusammenhang. Wenn ich einen einfach nicht mag, weil mir sein Gesicht nicht passt, dann muss ich nicht sagen, er ist ein Arschloch. Oder wenn ich einen zum Beispiel den Eindruck habe, das ist ein Narzisst und der will eine Aufmerksamkeit, dann ist das Allerbeste, ihn zu ignorieren. Schlicht dann einfach zu ignorieren. Denn wenn ich ihn beleidige, gebe ich ihm mehr Aufmerksamkeit. Also da gibt es schon unterschiedliche Taktiken, wie ich mit jemandem umgehe, der mir nicht gefällt, wo ich den Eindruck habe, der arbeitet entgegen. Das Allerste ist immer gesagt, meiner Meinung nach ignorieren ist das Allerbeste. Es kommt aber immer auf die Situation drauf an. Das ist schon klar. Aber meine erste Wahl ist ignorieren. Wenn ich irgendwas treffe, das mir nicht passt, ignoriere ich das. Wie gesagt, wenn jetzt einer mit dem Messer auf mich losgeht, schon klar, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wenn man im Verkehr zum Beispiel den Vogel zeigt, ignoriere ich das. Weil es ist mir wurscht, das geht mir irgendwo hinten vorbei. Und dann hast du genau das Allmacht. Ja, genau. Also übrigens, Mary, ich will nochmal was da sagen. Ich finde das wirklich sehr schade, dass du das empfindest. Und aber ich kann, ich bin mir aber auch bewusst darüber, dass ich da jetzt ewig rumheulen kann deswegen. Aber ich werde deine Wahrnehmung nicht ändern. Weil ich kann senden, was ich will. Wenn du das durch Filter betrachtest und da was völlig anderes ankommt, dann, ich kann nur das beeinflussen, was ich sende. Aber das andere, was da wirklich letztendlich ankommt, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und ich muss das dann halt leider akzeptieren, so schade es auch ist, dass die Message halt nicht ankommt oder völlig verzerrt ankommt. Aber was soll ich da machen? Also macht ruhig weiter. Aber Mary, eine Frage nochmal. Und es ist eine ehrliche Frage und ich weise auch die Antwort selber nicht 100%ig drauf. Wie sollen wir die Gesprächskultur verbessern? In dem Sinn, dass die Menschen freundlich und menschlich miteinander umgehen, dass sie sich nicht beleidigen, sondern dass sie die Fakten austauschen, die Argumente austauschen. Ich mache es halt so. Ich versuche es selbst nicht zu beleidigen. Ich versuche mit Argumenten zu kommen. Ich versuche, das Gespräch nicht auf die persönliche Schiene zu bringen. Aber darüber hinaus, was meinst du, was soll man machen? Reicht das? Oder haben wir da noch mehr Möglichkeiten? Oder was meinst du? Weiß ich jetzt gerade, ich bin mit meinem Kopf gerade echt gerade woanders noch, weiß ich nicht, was man besser damit machen kann, sich zuhören, ja. Sich auf jeden Fall zuhören. Wo bist du denn noch mit deinen Gedanken, Mary? Was beschäftigt dich denn noch? Weiß nicht, ich bin einfach so schockiert, einfach manchmal, wie miteinander umgegangen wird. Das ist keine Antwort auf die Frage. Das ist schon wieder eine Reaktion auf das Wie. Und das ist genau das Klimsy-Syndrom. Und du wiederholst dich. Das ist kein Klimsy-Syndrom. Das ist dasselbe Muster. Du kennst es nicht. Du hast mich gerade gefragt, wo ich mit meinem Kopf bin. Und ich gebe dir eine Antwort. Und die passt dir nicht. Und deswegen ist das ein Klimsyndrom. Aber das war ja gar keine Antwort auf die Frage eigentlich. Du hast irgendwas gesagt. Und du hast die Frage nicht beantwortet. Ich habe doch gesagt, dass ich schockieren bin. Da bin ich mit meinem Kopf. Das ist eine Unreflektiertheit. Ja, das ist ein großes Kino. Großes Kino. Echt? Mary, keiner will dir was lösen. Was war deine Frage, Toni? Na, du hast vorhin gesagt, dass du, ja, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. So, und dann habe ich dich gefragt, was ist denn das, was beschäftigt dich denn da noch? Ja, weil ich eigentlich gehofft habe, dass es mal um irgendwas Konkretes geht, ja, oder ein Thema oder ein Sachgebiet oder was weiß ich. Es hätte ja sein können, dass du zum Beispiel, lass mich mal ausreden, es hätte ja sein können, dass du zum Beispiel mein Kennedy-Video gesehen hast und total schockiert warst von der Niedertracht und Offenkundigkeit, wie hier die breite Masse belogen wird. Ja, das hätte ja... Ey, ich misse mal gerade hier was ein, was der Dings hier schreibt, der Kai, ne? Also das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich misse gerade mal gucken hier. Nee, das ist ja jetzt eigentlich eher hier allgemein. Und das hätte er auch mit Sicherheit in der Sendung gesagt, wenn er noch drin gewesen wäre. Hey, jemand aus dem Stream zu kicken, ist herrschhaft. Sehr schade. Und der Streit geht weiter. Kickt doch Mary und Kurt auch an. Und alle raus. Geht's noch? Der Toni macht alles kaputt. Raff das doch in sich mal. Ja, also ich muss sagen, ich muss sagen, Kai, du nervst mich nicht nur in der Sendung, sondern du nervst mich auch hier irgendwie. Ich glaube, ich kick dich einfach mal. Weißt du das? Also du bist einfach eine Nervensäge. Und sicher was sagen, Kai, als ich dir gestern fünf Minuten zugehört hatte, hatte ich schon einen Plan im Sack von dir. Aber ich wollte mir das wirklich noch ein bisschen länger antun, weil ich zweifle ständig an meiner Wahrnehmung. Ich denke dann immer, ach Moment, der Sam hat sich doch so nett mit dir unterhalten und so und alles und so, auch bei Discord. Ah, dann wird der schon irgendwie in Ordnung sein und so, ja. Nö. Ja? Ich habe mir wieder genau richtig gelegen. Ja? Und es hat mich nur noch mehr bestätigt heute. Dein ganzer Auftritt hier. Aber das war gestern schon relativ schnell klar. Ja? Das ist ganz einfach so. Ja? Also ich kann den echt nicht mehr ertragen, ja? Das ist einfach, äh, ja, ganz einfach. Aber sei froh, aber sei froh, aber sei froh, Kai. Bei mir weißt du wenigstens, wo du dran bist. Ja? Und das ist eigentlich sehr positiv. Es gibt ganz andere Leute, die sind scheißfreundlich zu dir und die lästern dann hinter deinem Rücken. Und das mache ich nicht. Ich sage es dir ganz klar. Ja? Fertig. Ja, sag ruhig, Mary. Sag ruhig. Ja, also das, was Toni gesagt hat. Und zwar, ich war einfach gerade nur mit den Gedanken dabei und das war nur eine Antwort auf deine Frage. Ich habe jetzt nichts an was Konkretes gedacht, was mich beschäftigt so in meinem Leben, sondern jetzt gerade. Deswegen konnte ich auf die Frage von Kurt nicht antworten, was ich mir konkret vorstelle. Da müsste ich mir erst Gedanken machen. Aber ich war mit den Gedanken gerade woanders. Also wenn du mich jetzt fragst, was mich in meinem Leben beschäftigt, würde ich dir eine andere Antwort geben. Nee, das brauchst du auch nicht so abwinken. Meine Antwort kann gar nicht falsch sein auf deine Frage, weil du weißt nicht, woran ich denke oder was mich beschäftigt. Also was beurteilst du und bewertest du das? Einen Moment, ganz kurz, ganz kurz. Let's play. Der Paul Paulson möchte gerne rein. Er sagt, er kann aber nicht... Ich habe dem doch schon längst den Hangout-Link geschickt. Der Paul Paulson, der hat gerade im Chat geschrieben, kann nicht anschreiben. Wie, kann nicht anschreiben? Moment, warte mal gerade. Irgendjemandem habe ich etwas geschickt, aber dann war das wohl nicht ihm. Wie, warum kann er nicht anschreiben? Was ist denn da? Warum geht das nicht? Keine Ahnung. Er schreibt mir... Sam Jones kann nicht anschreiben. Ich sehe den auch hier gar nicht, ehrlich gesagt, bei Discord gerade, den Paul Paulson. Er ist doch der, wo auch immer bei mir drin ist und so, ne? Oder nicht? Nee, du meinst den Prospect. Das kann auch sein, ja. Ey, du, Sam, dann schick du ihm bereit für den Hangout-Link, wenn das irgendwie nicht geht. Ich kann den ja aber nicht kopieren über Discord mit dem Handy. Ja, ja. Tja, also, wie gesagt, ich kann hier gerne nochmal, das Discord reinschreiben hier nochmal, also den, äh... Oder, weißt du, nee, ich schaffe das jetzt nicht. Er schreibt gerade, nein, nicht in den Stream, in den Discord-Text. Ah, er meint für den Eingangsbereich oder so. Okay, also, Paul Paulson, normalerweise müsste ich dich jetzt eigentlich hier... Warte mal. Moment. Oh, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich, ja. Äh, so. Aber er will nicht in die Sendung, oder was? Ja, doch. Ich habe geschrieben, der noch Kritik anzubringen hat, soll sich auf Discord melden. Daraufhin hat er sich gemeldet. Ah, gut, dann, dann, äh, warte, dann schicke ich mir das gerade nochmal. Moment. Und, so. Wie, ob ihr sonst noch reinwillt, wie gesagt, schreibt, schreibt gerne. Also, äh, ist überhaupt kein Thema. Äh, wir wollen uns das ja anhören, ja. Es sei denn, es sei denn, ihr fallt mir ständig ins Wort, oder den anderen ständig ins Wort, und seid total respektlos, dann muss ich euch dann irgendwann kicken, nachdem ich es euch zehnmal gesagt habe, aber, äh, ansonsten ist das echt alles cool, ja. Also, ja, macht ruhig weiter. Ja, das fand ich jetzt auch ziemlich übel von dir, Mary, dass du, dass du hier meine Frage ja als eine totale Unterstellung umgewandelt hast, ja. Ich habe lediglich gefragt, an was du gedacht hast, ja, und, äh, und hab da überhaupt nichts reinprojiziert, dann wirst du es jetzt sehr schön glumig ausgeschüttet. Tone, Tone, die Botschaft. Was ich da unterstehen würde, äh, es geht an. Tone, die Botschaft, bestimmte Empfänger. Ja, ja, ich weiß. So ist das leider. Es ist so. Es ist so. Es ist widerwärtig. Nein, du hast meinen Gedanken nur bewertet. Und ich, du hast meinen Gedanken nur bewertet, weißt du, und das ist einfach irgendwie abgetan. Ganz ehrlich. Nein, du hast bewertet, ja. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt, war an dir, ich habe die Beantwortung geantwortet. Du bist eine falsche Schlange, du bist eine falsche Schlange und kriegst es nicht mal mit. Oh Gott, ja, genau. Du kennst mich gar nicht, du kennst mich gar nicht, und beurteilst mich. Und das ist einfach nur, weiß nicht, du bist nicht mehr ganz normal da oben. Ich weiß nicht, du guckst irgendwie zu viele Sachen und du musst mal raus oder so irgendwie. Entschuldige, Mary, hast du jetzt schon gemerkt, dass du Tone beleidigt hast? Hast du schon gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Und das muss auch mal gesagt werden, ganz ehrlich. Das muss einfach gesagt werden. Und ich habe jetzt auch alles gesagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß dabei. Und ja, gute Nacht. Ja, tschüss. Ciao. Das war jetzt eine Verwünschung auch noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Mit der Betonung war das eine Verwünschung. Also ich habe nichts gegen die Mary, aber sie hat schon Taktiken drauf. Also typisch, ich hätte es fast gesagt, typisch weiblich. Aber ich habe gerade noch zurückgehalten. Ja, hi. Na? Dings ist jetzt hier drin. Bist du nicht auch, Ports Rack, bist du nicht ab und zu beim Irren mal drin gewesen in der Sendung mit uns da? Bist du der? Ja, ja. Aber man hört es auch schön an der Stimme. Ja, hau ruhig was raus. Kein Platt von den Mund nehmen. Einfach knallhart hier. Ich war ja eben am Fragen, warum ihr euch über andere aufregt. Das sind die Fehler des eigenen, die man beim anderen erkennt. Nur mal durch den Kopf gehen lassen, ob man da zustimmt oder nicht. Das ist der Grund, warum man getriggert wird. Ich habe gerade ein Déjà-vu erlebt. Da haben wir schon mal in einem Hänger drüber gesprochen. Ja, du bist schon mal bei mir gewesen. Ja, das muss... Und haben wir da schon mal das ein oder andere philosophisch erörtert. Na gut, dann bin ich wieder beruhigt. Aber bei mir gilt Sprachkultur, keine Beleidigungskultur. Ja, komm. Ja, ich weiß gerade nicht, wo dran ihr wart. Der Kollege hatte mich angeschrieben, dass der Let's Play mir doch einen Link geschickt hat. Dann musste ich erst meinen Planet Coaster beenden und dann konnte ich auch beitreten. Was habt ihr denn als letztes rumgeschwurgelt? Bestimmtes Thema oder ist offen? Oder sind wir immer noch beim Klartext reden? Ja, wir sind eigentlich immer noch beim Klartext reden, ja. Also, ähm... Ja, also ich weiß noch nicht, wie viel du mitbekommen hast von der Sendung jetzt. Wir haben uns auch, glaube ich, ziemlich im Kreis gedreht auch, ne? Also auch, weil Leute immer wieder rumgejammert haben und es ist auch immer wieder das Gleiche. Ähm... Ja, aber jammern ist nicht der falsche Weg und irgendwie jemanden seine Meinung einimpfen ist auch nicht der richtige Weg. Ich bin letztendlich zu der Erkenntnis gekommen, dass jeder durch sein Bewusstsein jeweils eine andere Realität besitzt als der andere. Im Grunde genommen können wir darauf stolz sein, denn das macht uns alle zu individuellen Persönlichkeiten. Ja, wobei ich muss halt sagen, also gerade mit der Realität und mit der Wahrheit, ne? Äh, man kann das ja zum Beispiel so sagen, wobei ich da ein Riesenproblem damit habe, aber ich kann es gerne noch mal sagen, man kann ja sagen, äh, es gibt meine Wahrheit, deine Wahrheit, die allgemeingültig akzeptierte Wahrheit und die Wahrheit, also das, was wirklich passiert ist, ne? Gibt es ja Leute, die auf diese Art und Weise, kann man das ja... Also, subjektive und subjektive. Ja, also wobei ich persönlich sagen muss, ich hab da wirklich eigentlich irgendwie ein Problem damit. Also ich, ähm, weil ich das sehr, sehr... Also man kann das gerne so machen, wenn man so mich will, aber ich finde das sehr, sehr irreführend und ich rede lieber dann von nicht meiner Wahrheit, sondern meiner Wahrnehmung. Ja, das finde ich also viel, viel präziser und, ähm, weil ich, also wenn, für meine Begriffe, wenn ich von der Wahrheit rede oder von der Realität, dann ist das einfach das, was ist. Ja, ob ich das jetzt mitkriege oder auch nicht. Ja, oder ich werde vielleicht nie rausfinden, das, was wirklich ist, ja? Aber das ist halt das, was wirklich ist. Und das ist für mich die Realität, ja? Unabhängig davon, wie ich das betrachte, ja? Also, er erinnert übrigens auch drin, aber mach ruhig noch weiter hier, Dings. Ja, ähm, also fünf... Mit Realität meine ich auch, du hast eine andere Realität als ich. Ich hab auch eine andere Realität als der Toni. Nur, äh, das bringt dann nichts, wenn ihr mir erzählen wollt, wie die Wirklichkeit aussieht. Weil ich durch mein Bewusstsein meine Wirklichkeit habe. Dass das, wo ihr dann sagt, für euch ist das die Wahrheit. So, ihr könnt aber nur so reden. Ihr könnt jetzt nicht euch da hinstellen und sagen, das ist die Wahrheit. Weil, das werden wir wahrscheinlich alle nie zu 100 Prozent rauskriegen, die richtige Wahrheit. Doch, doch, das ist das Ziel. Ja, aber... Und der Weg, und der Weg. Das wäre doch alles... Sind wir doch mal ganz ehrlich. Der Mocton Kennedy, das wäre doch alles... Ich würde es lieber löschen. Und ich glaube auch, das ist gelöscht. So richtig wird man das nicht mehr beweisen können. Hey, hallo, hallo. Hast du es gesehen? Der Beweis ist da. Ich hab gesehen. Ja, aber man... Es gibt so viele Sachen. Ich argumentiere doch mal dagegen. Wenn... Stört dich das? Siehst du es nicht so an? Ist es ein Beweis oder ist es kein Beweis für dich? Für mich kein Beweis. Für mich wäre es ein endgültiger Beweis, wenn ich selber dabei gewesen wäre. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber das sind für mich Beweise. Wenn ich es am eigenen Leib gesehen habe. Ansonsten kann ich mir da nur Mutmaß holen. Weil es gibt immer eine Gegenseite. Also der erzählt dir das, der andere erzählt dir das. Und die Wahrheit befindet sich irgendwo in der Mitte. Aber da draus zu finden, mit den Irrwegen, die da gesetzt sind, glaube ich, keiner... Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Also ich hab da einen Film gesehen und es gibt da auch genügend Zeugenaussagen, dass das da vor Ort passiert ist. Die ganzen anderen Zusammenhänge sind da. Dann der Machtwechsel und so weiter. Das ist doch alles... Aber ich sag nicht Wissen. Ich glaube, dass Kennedy so beseitigt wurde. Also ich halte das durchaus für möglich. Aber wie gesagt, ich bin nicht dabei gewesen. Ich kenne auch die damaligen Umstände zu dieser Zeit nicht. Und wieso sollte man das Video löschen? Weil es wahrscheinlich wahr ist. Aber... Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das ist mir nicht gut genug. Globuserdler gehen auch vom Globus aus. Für die ist das bewiesen. Also da... Nur weil irgendeiner das sagt, muss das noch lange nicht so sein. Das ist... Wer dann darauf eingeht, dass das so ist, der lässt sich ja in dem Moment beeinflussen. In dem Moment, wo man Input aufnimmt, der nicht mehr neutral aufgenommen wird, sondern auf eine bestimmte Sache hin zielt, ist das manipulierbar. Dann ist man manipulierbar. Ganz egal, in welchem Gebiet man das einsetzt. Dann hörst du nämlich zwangsläufig auf das, was andere dir sagen. Ohne das zu überprüfen. Das tust du doch aber nicht. Hä? Ich kommentiere doch nur das, was ich da gesehen habe. Nein, das kannst du ja. Wenn das für dich die Wahrheit ist, ist das ja vollkommen legitim. Oder bewiesen ist. Von mir wirst du so keine Einschränkungen erwarten können, dass ich jetzt erzähle. Da erzählst du scheiße. So bin ich nicht. Wie gesagt, Leben und Leben lassen und jedem seine Meinung lassen. So mache ich zum Beispiel meine Haar aus. Bei mir hat jeder immer sein Recht, seine Meinung frei zu äußern, ohne dass der andere den beleidigt. Es sollte eigentlich gängige Gesprächskultur auf YouTube sein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht so gegeben. Kurt, du wolltest was sagen? Kannst du gerne. Ja, richtig sehr an den Tone. Und zwar, weil du gerade den Globus ins Spiel gebracht hast. Und jetzt ist es halt wirklich so, es gibt unterschiedliche Weltbilder. Die einen glauben an den Globus, die anderen an die flache Erde und ich glaube, du bist ja mit der konkurren Erde. Meiner Meinung nach ist doch nicht die Hauptfrage, welche Form hat die Welt, sondern wie kommen wir trotz unserer unterschiedlichen Weltbilder miteinander aus und versuchen gemeinsam die Wahrheit zu finden. Könnt ihr das akzeptieren? Oder wir sagen, nein, wir müssen die Wahrheitsfindung bevorzugen oder nein, die Wahrheit hat ganz hinten dran zu stehen, Hauptsache, wir kommen gut miteinander aus. Wir setzen ja da die Akzente. Wenn ich sage es ehrlich, mir ist das miteinander gut auskommen, in dem Sinne wichtiger, weil es, sobald wir uns die Köpfe einschlagen über Wahrheiten, dann kann ich auf die Wahrheit pfeifen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin auch auf der Suche nach der Wahrheit ständig, aber es soll nicht sozusagen das Leben auf dieser Welt kaputt machen. Was du da meinst kurz? Also, dann ist mir das auch wichtiger. Das ist ja Zusammenleben. Das ist, guck mal, der Krieg, der mit den Weltbildern entsteht. Ich laufe nicht rum. Also, bis vor kurzem, als mich hier dieser Spacko so getriggert hat, wo ich ja übelst abgegangen bin, was soll ich da machen? Aber ich laufe nicht rum und sage jetzt einem Journalisten und sag mal ganz kurz ruhig, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber, Sam, warum hast du den Kommentar ausgeblendet? Frank Goldmann, wer Morpheus im Profilbild hat, kann nicht alle Latten im Zahn haben, kann nur Drogendealer sein. Da feiere ich, das feiere ich total ab. Ja? Ich finde das total kräftig. Und ich möchte wissen, warum, warum du das rauslöscht. Ja, weil das eine Behauptung ist, wenn hier die falschen Leute zuhören, können eventuell Leute bei ihm kommen. Das finde ich, das ist dasselbe wie mit dem Stalker von vorhin. Ich habe ihn ja, ich habe nur den Kommentar gelöscht. Ich habe ihn nicht geblockt oder so. Er kann ja noch weiterschreiben, aber Drogendealer. Nein, das ist etwas, da kann die Polizei zu ihm kommen. Oh nee, ne? Ja, dann kommt sie halt, dann wird sie feststellen, dass ich kein Drogendealer bin, aber dann soll die Polizei bitte eräutern, von welcher IP dieses gemeldet wurde. Okay, wenn du kein Problem damit hast, dann kann ich ja dann stehen lassen. Okay. Nein, es geht nur, dass ich mag das sagen. Was sagst du denn dazu? Also ich finde, das ist eine Ironie, mich nicht zu überbieten. Das ist total witzig. Ich war mal gerade, du rutschst weg. Und ja, was war denn jetzt überhaupt? Ja, ich wollte gerade einen Kommentar vorlesen, ja, und den hat gerade Sam ausgeblendet. Also Frank Goldmann schreibt ja, wer Morpheus im Profilbild hat, kann nicht alle Letten am Zahn haben. Kann nur total witzig, ja. Und Sam sagt, das ist jetzt hier irgendwie, da könnte die Polizei bei ihm einreiten. Also, ja, könnte schon rein, theoretisch, aber glaube ich jetzt nicht, dass das passieren wird. Also, ich fand das jetzt, ich fand das jetzt auch nicht so wirklich schlimm, also, um ehrlich zu sein. Ja. Oder? Ich finde es jetzt aber auch nicht dramatisch, dass das jetzt, wenn Kommentare von Frank Goldmann gelöscht werden, also, ich fände das noch nicht mal dramatisch, wenn den jemand komplett dauerhaft blockieren würde, ja. Aber an sich, die Aussage, zum Unabhängig, davon, wer sie getroffen hat, das fand ich jetzt nicht so mega scheiße. Also, ich kann es überleben. Okay, dann weiß ich Bescheid. Frank Goldmann, Frank Goldmann, hör auf zu behaupten, wo du keine Beweise hast. Das ist doch, ich finde das so witzig. Ich finde das witzig. Entschuldigung, du hast ja jetzt hier den Gesprächsfluss unterbrochen habe, ja. Aber mich hat das kurz ein bisschen getriggert, ja, ein bisschen ablenken. Von dem Geschwurr, Weitermachen. Wenn ich wüsste, wo ich noch dran gewesen wäre. Ja, aber ich müsste mich nochmal bedanken hier. Die Zukunftszahlen sind voll krass, irgendwie bei 700 Aufrufen jetzt. Und die Kommentare sind auch super. Ich habe eigentlich gedacht, dass da auch ganz viel rumgetreut wird. Aber bei dem kleinen Video betreffend der Gravitation da ist das ganz anders. Da wird wesentlich mehr getreu. Da musste ich viel rauslöschen. Aber das Kennedy-Video wird eigentlich die Kommentare wie wir einen ganz tollen Kommentar hinterlassen. Grüße an dieser Stelle. Jo, es rollt, aber sie ist flach. Na ja, wir waren eigentlich beim Krieg, beim Zusammenleben oder bei der Frage nach der Wahrheit. Die Frage nach der Wahrheit ist Teile und Herrsche. Das sieht man im Weltbild. Globalisten gegen Flacherdler und die wollen dann noch die Konkav-Ärdler sich da einmischen. Nee, nee. Das gibt dann drei Streiten sich, der vierte freut sich oder zwei Streiten sich, der dritte freut sich. Das ist immer so. Eigentlich muss man mit den anderen Meinungen nicht konform gehen, sondern lernen, sie zu akzeptieren und eine Einheit zu werden. Naja, das geht aber nicht, wenn die meisten Modelle einfach Täuschungen sind. Und ich habe den Beweis in meinem Logo hier, in meinem Profilbild. Weiß nicht, was es da noch zu diskutieren gibt. Ich habe einen anderen Beweis. Für mich Beweis. Okay. muss ich aber auch nicht kundtun, weil ich ja meine Ansicht habe und du deine. Wenn ich jetzt meine Ansicht rausballere und dir sagen würde, das ist falsch, dann gäbe es ja wieder Stress. Verstehst du das Prinzip? So ist das ja aufgebaut. Das ist auch in der Weltpolitik so. Wenn du das machst, was den anderen nicht passt, dann fängt an, der andere sich aufzuregen. Die Frage ist, wie man sich jeweils immer selbst zu dieser Situation positioniert. Und ich bin mir einfach sicher, dass die Erde flach ist und dass die anderen Konzepte alle von der heliozentrik abgeleitete Täuschungen sind. Das ist nur die Meinung, die ich einfach vertrete. Für mich. So, fertig, aus. Ja, das ist akzeptabel. Da sagt ja auch keiner, niemand irgendwas. Diese Globus-Äffler sind auch immer ziemlich viel auf Schwung aus. Ich meine, ich kenne die ja jetzt auch schon mittlerweile ein paar Sendungen. Die sind heavy unterwegs. Ja, aber gestern die Geschichte... Die haben das Gehirn an die Tür abgegeben. Also weiterdenken ist bei denen nicht. Die Zeit kannst du dir sparen. Also Globalist gestern in der Sendung noch mal Daumen hoch, Let's Play. Also noch mal Werbung für die gestrige Sendung. Wie hieß die? Hangout Saloon 6. Guckt da noch mal rein. Es wurde jetzt komprimiert in dem Video und schön zusammengeschnitten, was da eigentlich abgelaufen ist. Und ja, großes Kino. Ich habe das gestern gar nicht so mitgekriegt. Ich war viel zu getriggert. Ich hatte das Gefühl, der Globalist ist Flacherdler. Ja? Ja, das... Da habe ich so ein inneres Gefühl so. Er würde gerne, kann aber nicht so richtig. Naja, ich hatte ja auch mal Frage und Antwort mit dem Globalisten. Ist eigentlich ein gesitteter Gesprächspartner, der meistens auch zu Spitzen neigt. Spitzen nenne ich diese Triggerpunkte, die manche probieren zu setzen. Psychologie über YouTube können, glaube ich, schon 700 oder 800-seitiges Buch drüber schreiben. Das ist krank. Warum sind alle still? Sind wir abgekackt? Ah ne, okay. Ja, äh, ich sehe gerade YouTube nicht. Deswegen frage ich, ich suche nämlich gerade den Kanal. Ich habe intern mal den Videolinke geteilt. Wovon? Ich habe mich gerade selbst gehört. Grauenvoll. Ah, da gibt es eine Rückkopplung. Naja, ich habe schon... Ja, ich merke schon. Müsste weg sein. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ja, jetzt doch wieder clean. Scheiß Technik. Wieso Gaming? Ja, ich gucke das immer im Nachtmodus. Ach so, da ist das neue YouTube. Ich habe das direkt wieder umgestellt auf altes YouTube. Mein Fenster sieht anders aus. Ich muss ja meine Hangouts auch immer über Google starten. also über Chrome. Weil der Firefox die Scheiße nicht mehr erkennt. Liebe, liebe, liebe Anna, warum warst du denn raus? Erzähl doch mal was. Hallo. Hallo. Hallo, Anna. Ja, ich bin erst nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht, was ich heute alles geredet habe. Und was geht es denn überhaupt? Hallo? Klartext. Okay. Heute haben sich die Beteiligten Hauptsache auf Toni eingeschossen gehabt. Da bin ich dann rein und habe ihn in Schutz genommen. Es geht darum, ob er Beleidigungen, ob das der Walzfindung dienlich ist oder der Kajak sagt, wenn wir vernünftig miteinander reden würden könnten, die könnten mehr Leute auf seinen Kanal locken oder es könnte vorbeibringen. Da war die Mehrheit und gesagt, ja, eigentlich darf man hier keine Kritik äußern. Und da hat sie doch was gesagt. Sehr ergiebig war es nicht, ehrlich gesagt. Ich meinte, die Kieferbraut? Mary Jane, ich weiß nicht. Ja, ich muss aber zugeben, ich war wieder frech. War aber wieder nötig. Ja, ich muss schon auch sagen, es gibt Leute, die so sensibel sind, die fühlen sich dann durch sowas so, wie soll ich sagen, zurückgestattet, dass sie dann komplett auf eine emotionale Schiene kommen. Das habe ich bei der Mehrheit irgendwie auch den Verdacht gehabt, dass die, ich möchte nicht sagen, dass das Denken ausgeschaltet hat, aber es ist ja dann so auf so ein emotional und gefühlsmäßig gekommen und das Wort irgendwie, es ist dann für eine Diskussion nicht unbedingt dienlich in diesem Zusammenhang. Man kann auf emotionaler Ebene auch diskutieren, so ist es nicht, aber da muss ja dann das Umfeld passen. und hier, da war halt, das ist ja jetzt, bleib, sondern ich möchte eine klare, klare Aussage hören und das ist dann in dem Fall schwer möglich. Aber erinnert, du hast ja jetzt die Chance, praktisch die, die weibliche Kritikfähigkeit, weil es wird ja den Frauen immer unterstellt, dass Frauen gerne kritisieren. bist du noch da. Na ja, gut. Der Kai hat halt auch dann hier die Feminismuskeule geschwungen und so, es war, es war schon großes Kino. Gut, dass Kai überhaupt so lange da war, hat mich sowieso bewundert. Ich dachte gestern schon, das hält er vielleicht eine Stunde aus. Ja, das ist so. Also ich wusste, er passt halt nicht zu euch. Das ist so. Und ja, deswegen hat mich voll gewundert, was überhaupt noch drin ist. Ja, aber... Aber Moment, er hätte eigentlich nur rausgeflogen, weil er dem Hoff ins Wort gefallen ist. Hätte er das nicht gemacht, er ist bestimmt noch hier drinnen. Ja, ich habe es ja auch nicht so mitbekommen. Wie gesagt, ich habe ja alles verpasst. Wer zu spät kommt, der schafft das Leben. Ja, die Daily Soap. Hammer. Die Vorhaut, dass der Daily Soap verpasst. Ja, genau. Ne, sorry, ich wollte ja jetzt nicht ins Wort fallen. Ich finde, das sind super Studien, die wir hier hinlegen. Ja, so Verhaltensstudien sind das. Ich finde das total spannend. Also, es betrifft ja nicht nur einen selbst, ja, für einen selbst ist das ja auch so eine Art Psychotherapie, ne, aber interessant sind halt die anderen Menschen, wie die so reagieren und was die so antreibt. Finde ich super spannend. Ja, und auch diese, diese, diese Widersprüchlichkeit, die man selbst in sich auch, selbst auch oft entdeckt. ja, aber wo halt bei anderen Leuten irgendwie diese, 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 diese Reflektionsfähigkeit fehlt und dann irgendwie, ja, diese Luftschlösser weitergetragen werden. Das finde ich super spannend. Super spannend. Großes Kino. Habt ihr mich jetzt vorhin gehört? Ich habe nämlich geredet. Ich glaube, ich habe mein Mikro ausgehört. Ne, wir haben dich nicht gehört. Ja, weil ich mich groß war. Ja, ich finde allgemein, wenn man in der HO-Szene ist, das ist ja sowieso alles total bekloppt und man muss schon damit rechnen, dass da so ja, unangenehme Dinge passieren, sage ich mal. Es gibt natürlich HOs, die sind, die achten sehr darauf, dass dass man sich nicht streitet und wie auch immer. Ich fand das als ich beim Ian in der Sendung war und der wurde gehackt und dann liefen da schwulen Pornos. Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ich hatte mit allem gerechnet. Ich denke mir, Alter, warum bin ich rausgeflogen? Ich habe da ja nichts gesagt. Dann gucke ich auf den YouTube-Kanal, dann läuft da irgendwie hier Schemail und so gedönst und voll out und ich habe es gefeiert. war eine Klassische Böse. Muss man mit rechnen. Da kam ich gerade drauf, weil Anna das sagte. Ist mir aber auch schon passiert. Zum Glück kann man das selber dann im Video-Editor, ich denke, den es jetzt glaube ich gar nicht mehr gibt, kann man sowas eigentlich rausschneiden. Aber muss erst mal rausnehmen. Was mir in dem Zusammenhang wirklich übel aufstößt, ist diese Intransparenz vieler Leute. Also das nicht nur auf Unwissenheit basierende Video-Mitschnitte dann gemacht werden, ja so und dann auch gezielt eingesetzt werden. Nee, auch das Unterhaltung und Konfrontation in Hangouts dann einfach gelöscht werden. Klimsi ist da ein super Beispiel für. Es gibt aber auch ganz andere Wurstgesicht und so, Konsorten machen das auch. Die lassen da immer irgendwelche Raketen steigen und dann lassen sie sie nicht trennen. Also ich habe vielleicht ein oder zwei Videos rausgenommen aus unterschiedlichen Gründen, aber ansonsten sind meine ganzen Hangouts, die sind noch da, kann man sich angucken. Und Let's Play macht das genauso. So Let's Play weiß ich nicht, Let's Play hat sicherlich auch ein oder zwei Videos mal rausnehmen müssen, sich das erst mal anschauen zu lassen oder da irgendwelchen Zeichen oder Situationen oder Aussagen, wo andere, die in der Sendung beteiligt waren, dann gesagt haben, hier, mach das mal nicht. Also ich hatte diese Situation auch mit Raven, der mich da gebeten hat und ich das dann auch gemacht habe und das nicht veröffentlicht habe. Aber daran erkennt man das auch super, welche Intention eigentlich dahinter steckt und dass das eben nicht die Transparenz und die Aufklärung und die Wahrheit ist, sondern der Weg des Einschränkens und der Intransparenz und der Herrschaft und Macht tendiert in diese Richtung. Die Lüge, die Sünde, die sich von der, also nicht von der Wahrheit entfernt, sondern die Beschreibung für das Wort Sünde sich vom rechten Weg wegbewegend. Das ist die eigentliche Definition von Sünde. Im übertragenen Sinne kann man das auch auf die Wahrheit ausweiten. Also von der Wahrheit weg. es ist schon nicht falsch interpretiert. Finde ich super interessant. Ich würde gerne über Sünde reden. Was ist Sinn? Wir singen das Lied. Oder was meinst du mit Sinn? Ja, was Sünde bedeutet. Sünde ist keine Sünde. kann es nicht geben. Die Sünde müsste da aufgetreten worden sein, wo metaphorisch rumgeschwurbelt wird in religiösen Schriften, als wir von dem Baum gegessen haben. Du kannst aber keinem sagen, dass er da Böses getan hat, weil der kannte bis dato ja gut und böse nicht. Also, wenn du nichts Böses tust, kannst du auch keine Sünde haben. Das ist ein typisches Kirschengeschwubel. Ja, ich meine, Sünde ist immer auch eine Frage der Sichtweise. Und wenn wir jetzt, du hast jetzt den Baum der Erkenntnis, von dem der Mensch gegessen hat, dann kam der Sündenfall. Ja, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja, aber kam ja die Sünde. Ja, aber könnte das nicht auch so bedeuten, dass sozusagen die Menschen haben sozusagen über ihr über ihren Tellerrand hinaus geschaut und erkannt in welcher Situation sie stecken, dass sie eben, wie soll ich sagen, nicht mehr ins Ding gebunden waren, sondern selbst zu denken angefangen haben. Dass es praktisch eine Weiterentwicklung war, die jemandem nicht gepasst hat. Wenn ich sozusagen jemanden abhängig machen will, muss ich denen davon überzeugen, dass wir im Gehege bleiben sollen. Das kann ich so alle möglichen Methoden erreichen. Zum Beispiel, indem ich die Menschen vorgaukelhe, er ist in einer geschlossenen Umgebung und kann da nicht raus. Und wenn er dann drin ist, dann meine ich jetzt nicht örtlich, ich meine es eher geistig. Und wenn jetzt da, solange die da drin sind, sind sie auch gut beherrschbar. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme, Moment mal, ich könnte jetzt auf die Idee kommen, aus diesem Gehäuse auszubrechen, dann ist das eine Art Erkenntnis, die vielleicht den Menschen weiterbringen könnte, die aber für den, der es beherrscht, der den Menschen beherrscht, schädlich sein kann. Könnte mir folgen, was ich meine. Ja, aber ich sehe das Konzept wiederum anders. Ich sehe, die Sünde beruft sich darauf auf die Materie. Als wir angefangen haben, metaphorisch, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse bedeutet eigentlich das Wissen über die Dualität heute. Also wir leben in einer Welt, die dual aufgebaut ist. Jeder hat zwei Gehirnhälften, zwei Augen, zwei Ohren, zwei Hände, Mann, Weib, gut, böse, heiß, kalt, groß, klein, tausend Sachen gibt es da. Ratio und wie hieß denn der Scheiß? Ratio und Aktio? Irgendwie so. Ich kenne es jetzt nur unter das Gesetz der Kausalität, Ursache und Wirkung. Das sind auch wieder zwei Dinge. Gehören aber zusammen. Und für mich ist die Sünde halt, wenn man das Materielle über das Geistige stellt. Also sprich, es gibt ja Leute, die für Geld uns verkauft haben. In dem Bezug jetzt, was Menschsein angeht. Und hast du nicht gesehen. die haben ja auch die entsprechenden Gesetze gemacht, dass sie uns diese juristische Person überstülpen konnten. Das haben die für Geld gemacht. Also diese Menschen haben materielle Güter, die sogenannten Satanisten oder Eliten. Die machen alles auf weltlichen Dingen. Zum Beispiel diese Kinderopferung und Vergewaltigung des Berufsjahr auf weltliche Begierde. Das hängt damit zusammen. Das tut dem Körper gut. Und Geld. Ja, man ist zufrieden, wenn man genug Geld hat und hast den nicht gesehen. Das ist in Wahrheit richtiger Satanismus. Materie. Und dagegen kämpft halt das Geistige. Und du musst zwar die Materie nutzen, um selber zu überleben, aber genauso gut solltest du auch deinen Geist benutzen. Und ich glaube, die Menschen haben angefangen, die Materie, also ihr Leben hier als Realität anzusehen, weil sie leben ja hier, haben einen schicken Körper, aber sie sind nicht das Gehirn, sie sind auch nicht der Gedanke und nicht das Bewusstsein. ist manchmal schwer zu erklären jemandem, die sich spirituell dafür nicht interessieren. Also auf Wikipedia, also jetzt unabhängig davon, ob das glaubwürdige ist der nicht, steht Sünde ist ein religiös kontinuierter Begriff. Im christlichen Verständnis bezeichnet er den unvollkommenen Zustand des von Gott getrennten Menschen und seine falsche Lebensweise, daher das Übertreten von oder Herausfallen aus der göttlichen Gesetzordnung. Diese Trennung kam der biblischen Erzählung zufolge durch den Sinnfall zustande, durch das Essen vom Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Sünde besteht nach christlichem Verständnis in einer Abkehr von Gottes Willen, im Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen des Bösen, oder in sich verführen lassen. Bei Paulus erscheint die Sünde als eine unheimliche Macht, die das Leben und das Zusammenleben bestimmt und die Menschen zu Sklaven ihrer Leidenschaft macht, denen sie entsprechend Autor Autor Leidenschaft gibt. Ich wollte noch mal auf die Gebote zu sprechen kommen. Gott hat keine Gebote gegeben. Gott wird auch einem nie Gebote geben. Erstens, wir leben hier auf einer Welt, wo eine anhaltende Schöpfung existent ist, ob die jetzt auf der Globus Erde, Flacherde oder Konkav Erde ist. Wir sehen das, jeden Tag geht die Sonne neu auf. Wie die jetzt funktioniert, scheißegal. Wir haben jeden Tag, wo wir schlafen gehen, morgens einen neuen Tag. Das heißt, wenn ich Gott wäre, ich hätte ja gar kein Interesse daran, euch einen Lebensraum zu geben, weil ich brauche euren Lebensraum nicht. Ich bin ja Gott. Und also dient Gott uns dadurch, weil Gott uns liebt und aus Liebe erschaffen und Gebote, ganz ehrlich, Gott hat nicht verboten, metaphorisch von dem Apfel zu essen. Er hat uns gewarnt, wenn wir von dem Apfel essen, werden wir sterben. In welcher Welt leben wir denn? Sterben wir? Das heißt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr materiell. Und das ist der Sündenfall. Vielleicht können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Oder du kannst es gerne noch zu Ende führen, weil ich das Thema eigentlich mega langweilig finde. Aber mach ruhig noch zu Ende. Ja, wir können von mir aus das Thema wechseln. Ist aber schade, dass der Toni jetzt gar nicht mehr drin ist, weil der hat das ja eigentlich mehr oder weniger nochmal angestoßen mit der Sünde halt. Ich würde mal gerne unseren nächsten Gast begrüßen. Wer ist so Sockeninspektor? Der Sockeninspektor. Der Sockeninspektor, oder? Ja, wunderschönen Tag. Ich muss erst mal fragen, ob ihr mich auch verstehen könnt. Ja. Ja, wir können dich verstehen, aber du bist so schlecht aufgelöst, irgendwie niedrige Übertragungsqualität. Ich bin das erste Mal in so einem Hangout. Ich muss vielleicht noch an den Einstellungen irgendwie was... Guck mal, guck mal oben. Da ist oben so eine Leiste und da sieht so aus wie mit dem Handy. Wie viel Empfang du da hättest? So Bandbreitennutzung steht da in der Mitte. Wenn du da drauf gehst, dann kannst du das hochregeln. Also eigentlich habe ich alle Balken und der Empfang müsste eigentlich relativ gut sein. Vielleicht habe ich jetzt gerade etwas zu leise gesprochen. Ist es jetzt vielleicht besser? Ja, das Bild ist nur so ein bisschen verpickst. Mit Artefakten ist aber nicht so schlimm. Erzähl ruhig. Du wolltest es auch in die Sendung oder was? Das haben mir Leute geschrieben. Das Bild, das habe ich so eingestellt, schwarz-weiß. Das gefällt mir so. Das habe ich bei meiner Webcam so eingestellt. Also wenn ich jetzt nur schwarz-weiß, wo ich rüberkomme, dann ist das schon absichtigt. Ja, es sind trotzdem Artefakte drin mit schwarz-weiß. Das macht aber nichts. Erzähl einfach mal, was ist dein Thema oder was wolltest du sagen? Heute ist ja Thema Klartext. Vielleicht hast du ja ein bisschen die Sendung verfolgt. Ja, und übrigens hier einer schreibt noch im Chat. Hallo Danny. Also hier Danny, hier Batman. Kommt da auch mal noch rein. Aber mit Batman-Outfit bitte. Aber erzähl ruhig Sockeninspektor. Okay, also einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, ich bin das erste Mal in so einem Hangout. Ich habe jetzt noch nicht so die Erfahrung. Mein Thema wäre vielleicht, bitte nicht böse nehmen, aber ist das wirklich euer Ernst mit der flachen Erde? Ich meine, ganz ernsthaft. Vertretet ihr wirklich ernsthaft die Absicht, euch in aller Öffentlichkeit hinzustellen und zu propagieren, dass die Erde wirklich flach ist? Das ist ja ziemlich so wahr. Bitte? Ich nicht. Also ich vertrete das auch nicht. Ich bin auch kein Flat-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth-Earth. Ich würde gerne wissen, ob das euer Ernst ist oder ob wir das wirklich glauben oder ob wir das noch vorschwitzen oder uns interessant machen oder sowas. Nein. Ich würde gerne wissen, ob das euer Ernst ist oder ob ihr wirklich dahinter steht oder ob das vielleicht doch nur so ein Gag ist oder so. Und vielleicht Prestige oder soziale Anerkennung zu erlangen oder sowas. Also sich interessant machen sozusagen. Nein. Nein, ich urteile ja nicht. Ich möchte noch wissen, was du meinst mit Ernst. Wenn eure tiefste Überzeugung ist, der Welt zu erklären, dass die Erde keine Kugel oder rund ist und dass die Erde flach ist, ob das eurer tiefsten inneren Überzeugung entspringt oder ob das vielleicht nur so eine fixe Idee ist oder ob euch da jemand, weiß nicht, ein Männchen in den Kopf gesetzt hat oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Deswegen, ich möchte gerne auf die Frage, warum ihr denkt, dass die Erde flach ist, eine Antwort haben. Warum? Na gut, also muss ich gleich am Anfang sagen, dieses Euer ist schon mal ein bisschen ein Fehlleiten, weil es gibt die Flacherdler nicht. Es sind ganz unterschiedlich. Die einer zum Beispiel ist mal in die Richtung tendiert, dann ist sie wieder zurück. Also der, ist jetzt dumm, dass auch gerade der Toni nicht da ist, der ist eigentlich der Überzeugteste in der Gruppe. Der sagt, das ist die Wahrheit und die muss man, weiß die Täuschung. Aber ich zum Beispiel habe auch kein Interesse, irgendwen zu überzeugen oder es in die Welt hinaus zu poseuen, weil ich bin der Meinung, wer hast denn den Stream verfolgt bisher? Ich habe mir ein paar Sendungen von euch angeschaut, ja, und es geht immer um die flache Erde, nicht immer, aber oft um die flache Erde. Da dachte ich mir, frag einfach mal nach jetzt, ja, also ich frag einfach mal. Aber wenn die kommt und du sagst, das ist jetzt nicht so extrem oder so, oder du akzeptierst auch die Meinung anderer Leute, ist doch in Ordnung. Ich bin jetzt hier nicht, um mich hier an diesem Hängart, um mich mit euch rumzuschreiten. Also ich möchte ja auch eine sachliche Diskussion führen. Nein, nein, wir haben hier einen Postreakt, der ist für die konkave Erde, das heißt, der ist von der konkaven Erde überzeugt. Das kann doch jedem, ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht nur sein Weltbild lassen, weil ich bin mehr für, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die angesagt sind. Und ich muss nicht, bevor jetzt wieder der Display mit seinen toxischen Elementen kommt, der hat auch recht. Also wenn da Leute da sind, die das Ganze unterminieren wollen oder sowas, das hat dann mit der flachen Erde an sich nichts zu tun oder mit was anderem. Es geht einfach darum, man muss wissen, was man will. Also ich, erst mal, wenn man auf der Wahrheitssuche ist, wissen, was man will, was man anstrebt, dann kann man sich Verbündete suchen. Also es ist klar, einer allein kann nichts bewegen. Ja, also. Also, und dann ist Spalten und Herrschen, ist ja ganz gezielt eingeführt worden, um eben dazu zu versuchen, dass die Menschen untereinander aufeinander losgehen, aber nicht das gesamte System in Frage stellen. Also das ist mein Anliegen, dass ich versuchen möchte, die Menschen insoweit darüber zu ermutigen, sich dafür zu interessieren, wie das System wirklich funktioniert und wie wir da rauskommen. Das war mein Anliegen. Ja, also kann ich das so zusammenfassen, dass alle 1, 2, 3, 4, 5 Leute hier mit mir 6 auf der Suche nach Wahrheit sind. Kann ich das vielleicht so besser auffassen? Ja. Also wir sind alle auf der Suche nach Wahrheit. Erkenntnis, Wahrheit und Erkenntnis, würde ich so sagen. Also ich suche nur Erkenntnis. Ja, ich möchte gerne vielleicht was zur Wahrheit sagen. Also, soweit ich noch weiß aus meinem Philosophiestudium, ist es so, dass Wahrheit korrespondiert mit Realität. Da wir aber nicht wissen, was real ist, was Realität ist, wissen wir auch nicht, was Wahrheit ist. Ich möchte das mal in Hand eines Beispiels versuchen zu erklären. Dann, stellt euch vor, ihr kennt doch sicherlich alle den Marokken-Märchen, was weiß ich, Hänsel und Gretel. Ja, das Märchen Hänsel und Gretel. Jetzt könnte ich behaupten, es gibt Hänsel und Gretel nicht, weil es nur eine Fantasiefigur ist. Jetzt kann ich aber auch genauso gut sagen, da es Märchen gibt und wir Märchen nicht leugnen können, können wir auch Hänsel und Gretel nicht leugnen. Und deshalb gibt es Hänsel und Gretel. Das heißt, es gibt verschiedene Wirklichkeiten. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Aufgrund dieser verschiedenen Wirklichkeiten konstruiert jeder sein eigenes Bild von der Realität. Und in diesem eigenen Bild von der Realität, unabhängig von Märchen, ist natürlich der eigene Wahrheitsgehalt eingebettet. Jetzt gibt es aber eine übergeordnete Wahrheit und die trifft uns alle. Und das ist der Alltag, ja. Im Alltag, da müssen wir funktionieren, da müssen wir miteinander klarkommen. Und da zeigt sich die oberste aller Wirklichkeiten, beziehungsweise die oberste aller Wahrheiten. Und da, glaube ich, da liegt der große Knackpunkt aller Wahrheitssucher. Die kommen im Alltag in der größten, in der aufdringlichsten aller Wirklichkeiten überhaupt nicht klar. Die meisten sind, ich weiß es jetzt nicht, haben vielleicht Probleme mit Freunden oder haben vielleicht soziale Probleme, sind vielleicht arbeitslos am Geld. Darf ich mal ganz kurz was sagen, ja? Ich muss ganz kurz was sagen, ich flippe hier gleich aus. Ja. Du bist auch Tonis Bruder, nicht wahr? Also mein Familienstatus, das geht ja niemandem was an. Für euch bin ich so... Hey, pass auf, ich glaube, die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, dass du ein mieser Idiot bist, der extra in einen Hangout geht, um seinen Bruder einzudrücken. Nein. Und ich weiß, ich bin auch der Meinung, dass Toni wahnsinnig ist, aber wenn ich seine Schwester wäre, hätte ich ein Funken Herz und einen Funken Anstand, würde das anders klären, aber nicht so. Du meinst, weil ich jetzt in diesem Hangout komme und mit euch überhaupt wagen möchte, dann rede ich automatisch. Das ist hinterforsich. Also ich finde, das ist ein bisschen weit hergeholt. Okay, pass auf, ich mache auf jeden Fall da nicht mit, ich bin raus, ciao. Ihre Beleidigung finde ich auch nicht ganz passend hier. Ist sie jetzt weg? Na, aber was ist denn deine wahre Intention, warum du im Hangout bist? Ja, ich möchte einfach mit euch reden. Warum? Nur weil ich mich ja gerade angeschaut habe. Und es geht um Wahrheit. Ich finde, dass du da ein paar interessante Aussagen gemacht hast. Wie kommst du da überhaupt drauf? Gibt es da irgendwelche Studien drüber, über den Großteil von Wahrheitssuchenden oder so, wie die jetzt im Leben stehen oder nicht? Oder wie ist das so? Du kannst doch eigentlich nur irgendwelche Einzelbeispiele oder sowas, wo du vielleicht den einen oder anderen kennst. Aber da jetzt wirklich auf große Masse zu schließen, wie machst du das? Woher hast du die... Ja, wie nennt man das? Also meine Referenzen ist... Was? Jetzt jetzt meine Referenzen ist... Ja, ich will wissen, woher hast du das? Also was führt dich zu der Annahme? Gibt es da irgendwelche Sachen? Wie kommst du da auf? Durch meine berufliche Ausbildung. Also ich bin Sozialbetreuer, Sterbebegleiter, ich habe Philosophie studiert, Theologie, ich bin ein ausgebildeter Seelsorger und aus all diesen habe ich halt eben auch mit den Erfahrungen, mit den Berufserfahrungen, mit den Erfahrungen, mit den Menschen, mit denen ich halt tagtäglich und im Alltag in Kontakt bin, habe ich halt eben diese Erfahrung gesammelt, ja? Und die dachte ich mir, gebe ich euch hier einfach mal weiter in Form von Fragen, die man vielleicht gemeinsam beantworten kann, ohne jetzt beleidigen zu werden, wie das die Ume Dome eben gemacht hat. Ich verstehe das aber nicht so ganz, wieso die jetzt hier so reingehakt hat, wo ihr Problem ist. Ich meine, nur da halten wir uns. Ja, vielleicht hat sie ja auch recht, vielleicht hat sie ja auch recht, das kann man jetzt, das weiß man natürlich nicht, deine wahren Intentionen, die kennst du natürlich nur du, aber vielleicht bist du ja wirklich aus genau dem Grund hier drin, den sie genannt hat. Vielleicht ist das ja so. Was? Vielleicht bin ich in Spiegelung, vielleicht bin ich auch in Spiegelung, vielleicht bin ich auch in der Kriminalpolizei, bin hier, um euch zu verhören, das kann ich mir auch sein. Ja, könntest du ruhig machen, auch dann würde ich mich mit dir unterhalten. Also ich habe da jetzt eigentlich kein Problem damit. Aber das weiß man ja nicht, also warum das jetzt so ist. Also ja, dann quatschen wir über das Thema. Ja, also dann erzähl mal. Ob wir uns kurz reden. Ja, also wir reden jetzt hier. Ja, ich bin in diesen Hangout reingekommen. Ja, ich habe erst hier irgendwas kommentiert, ich weiß noch nicht mehr, was es war. Ja, dann hieß es, komm doch rein in den Hangout oder irgendwie sowas. Dann dachte ich mir, ich fummle mich rein, ich bin mehr spontan, ja, es war nicht geplant. Und jetzt geht es hier um Wahrheit. Und ich habe euch eine der Wahrheitstheorien aus meinem Philosophiestudium versucht nahezulegen. Das ist aus dem kritischen Realismus- und der Systemtheorie. Ja, da gibt es Realismustheorien, Freiheitsgradtheorien, ja, Wahrheitstheorien. Ich dachte, es passt halt eben einfach hier rein. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Stimmen wir denn damit überein, wenn wir sagen, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, Wahrheit ist das, was wirklich ist? Das wäre jetzt die ontologische Definition. Das wäre jetzt das, was wirklich ist. Würdest du mir da zustimmen? Richtig, ja, das wäre jetzt die ontologische Definition von Wahrheit. Ja, also die Lehre vom Sein, aber auch die Lehre vom Nichts, ja. Es gibt zum Beispiel nichts, was Nichts ist. Und laut Heidegger ist das Nichts etwas Nichtendes. Da egal, auch immer. Auch das Sein gehört zur Wahrheit, zur Realität. Also der typische Existenzialist, der sagt zum Beispiel, ich begreife die Welt als real, weil ich diese Schale hier, weil ich die sehen kann, fühlen kann, daraus trinken kann. Das ist für mich real. Für andere Leute, wie zum Beispiel Platon, sind andere Dinge viel realer. Zum Beispiel die geistigen Dinge. Und so beschreibt Platon zum Beispiel den Menschen als ein beseeltes Wesen, dessen Körper nichts mehr als das Grab der Seele ist. Und der Mensch hat die Aufgabe, durch Philosophie sich von diesem Grab zu befreien, um die Wahrheit zu erkennen, indem er dem weiter strebt. Das wäre so eine philosophische, platonische... Also ich persönlich mache es einfach so im Alltag, dass ich versuche, von Bekanntem auf Unbekanntes zu schließen. Es mag natürlich auch sein, dass wir hier in der Matrix leben und dass sowieso alles nicht real ist. Ich versuche halt immer zu überlegen, die Wahrscheinlichkeit, was ist jetzt wahrscheinlicher. Und selbst wenn es so wäre, kann ich ja da jetzt relativ wenig machen. Und für mich ist zum Beispiel Dinge, die ich dann als real bezeichnen würde, dass zum Beispiel, ich habe jetzt einen Hammer an der Hand und ich lasse ihn fallen und dann fällt er auf den Boden. Also das ist jetzt wirklich passiert. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich kann es erfahren. Könnt ihr jetzt auch... Vielleicht bin ich ja auch gerade in einer schizoaffektiven Phase und das ist auch sehr real. Und ich denke nur, dass es so wäre und es ist gar nicht so. Das kann natürlich auch sein. Aber einfach mal, das sind halt für mich so Dinge, wo ich dann wirklich sage, das ist irgendwie greifbar für mich oder sowas. Das würde ich dann als Wahrheit bezeichnen. Oder kann diese Dinge ja auch überprüfen. Also, was ich quasi aus erster Hand quasi so erfahren kann. Was ich aus zweiter Hand erfahre oder so, was mir irgendjemand erzählt, das muss nicht unbedingt stimmen. Oder wenn ich irgendwie eine Videoaufnahme sehe oder so, das kann ja irgendwie auch bearbeitet sein. Das weiß ich alles nie. Aber wenn ich selber irgendwas sehe, dann sage ich jetzt mal, zumindest mal aus meiner Perspektive, ist dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das wirklich so ist. Also, so mache ich das halt im Alltag. Wie machst du das? Es kommt auch die Situation drauf. Weil natürlich im Alltag, sage ich mal, nehme ich die Dinge wahr und denke darüber nach und muss natürlich als Relevant einstufen. Und wenn ich zum Beispiel die Verkehrsregeln ignoriere und ich denke mir, grün ist nicht grün oder rot ist nicht rot, und ich fahre bei Rot über die Ampel, dann werde ich ganz schnell sehen, wie wahr doch die rote Ampel eigentlich gewesen ist und die eigentlich auf die rote Ampel hätte achten sollen. Wenn mir zum Beispiel jemand jetzt eine Theorie naheleben möchte von der Konstruktion der flachen Erde oder Konstruktion von Wahrheit, dann bin ich natürlich geneigt, über diese Theorie nachzudenken und die dann irgendwie mit meinen eigenen Erfahrungen zu verbinden und dann logisch abzuleiten. Das hat man dann Syllogismus. Und dann zu entscheiden, ist das jetzt wahr, wie hoch ist der Wahrheitsgrad oder der Realitätsgrad und wo bedarf es genauer antworten. Also so einfach ist es nicht, sage ich mal. Ja, dann lass uns mal tatsächlich drüber reden, ja, über die flache Erde. Inwiefern hast du dich denn, ich frage dich jetzt mal, inwiefern hast du dich persönlich denn damit befasst? Würdest du eher sagen, oberflächlich, oder bist du da schon mal so ein bisschen in die Tiefe gegangen, um auch wirklich zu begreifen, was da vielleicht der eine oder andere genau damit meint oder was er so für eine Auffassung hat? Wie ist das so? Ja, mit der flachen Erde habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, weil ich im Alltag mehr zu tun habe, um über die Erde nachzudenken. Ich gehe davon aus, dass sie rund ist und dafür ist für mich die Antwort eigentlich schon gegeben. Ich suche gar nicht nach dieser Art von Wahrheit. Meine Wahrheit hat auch gegründet, mit meinen Mitmenschen gut klar zu bauen. Ja, aber das hat das eine für mich mit dem anderen nichts zu tun. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann ja trotzdem mit meinen Mitmenschen klarkommen und trotzdem irgendwie flache Erde vertreten oder eben auch nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde, du stellst das auch ein bisschen so da oder du suggerierst auch, eine Wahrheit suchen da, dass er wirklich größtenteils irgendwie Probleme im Leben hat oder überhaupt gar nicht klarkommt. Und ich glaube, die allermeisten Leute, die in der Sendung drin sind, die kommen eigentlich prima klar. Oder die stehen mit beiden Beinen im Leben. im Berufsleben auch oder sonst irgendwas. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Also kann ich jetzt auch sagen. Also was meine Erfahrungen angeht oder so, die sind halt andere als deine halt anscheinend. Aber auf jeden Fall ist es einfach so, dass, ja, aber hast du denn, würdest du denn in Erwägung ziehen, dass es vielleicht gar nicht so ist? Dass du vielleicht nur denkst, die Erde ist eine Kugel und in Wirklichkeit stimmt das gar nicht? Oder glaubst du, das kann überhaupt gar nicht sein? Wie siehst du das eigentlich? Also ich habe, wie gesagt, über die flache Erde genauso wenig nachgedacht. Ehrlich gesagt über die runde Erde. Also ich nehme die Welt so wahr, wie sie ist. Das muss ich jetzt mal hier so sagen. Vielleicht bist du halt einfach ziemlich ignorant oder so. Aber das ist ja auch dein gutes Recht. Das ist auch dein gutes Recht, so zu sein. Aber was ich halt interessant finde, dass zumindest mal, wie ich das Gefühl habe, ist, dass du vielleicht da schon irgendwie Leute, vielleicht auch mehr oder weniger verurteilst, die ja dann vielleicht anderer Meinung sind oder sowas. Und ich würde einfach mal gerne wissen, warum nimmst du dir das raus oder so? Weil du hast dich, du sagst dir selber, du hast dich nicht wirklich befasst damit. Ja, und vielleicht ist es ja doch so. Ja, und du glaubst es nur nicht, weil du dich nicht damit befasst hast. Und dass du dann vielleicht den einen oder anderen verurteilst oder irgendwie verunglimst oder wie auch immer oder lächerlich machst. Und obwohl der vielleicht recht hat, vielleicht stimmt das ja sogar. Das wäre doch ziemlich idiotisch, oder? Wenn das dann rauskommen würde, oder nicht? Was würdest du denn dann denken? Stimmen wir vor, es käme jetzt raus, dass die Erde wirklich flach ist. Was würdest du denn dann denken über dich? Oder auch über bestimmte Videos, die du auch gemacht hast. Das wäre doch dann ziemlich dämlich gewesen, oder? Oder wie siehst du das? Wirst du doch bestimmt denken, Mann, das war echt blöd. Wie würdest du dann reagieren? Ja, ich merke schon, worauf du hinaus möchtest. Ja, also von mir aus können die Leute denken, was sie wollen. Ich bin doch nicht hier. Ich bin doch nicht hier, um anderen Leuten mein Weltbild aufzuschwatzen. Da bist du falsch. Ja, ihr habt euer Weltbild und ich habe meins. Aber was du was interessant findest, du willst mit uns, du hast ja gefragt, wie seid ihr so drauf, ne? Seid ihr so drauf, wollt ihr irgendwie an die Wahrheit ran? Oder vermeintliche Wahrheit, oder wie auch immer, ja? Und da kam dann die Antwort, ja, von den Leuten. Aber du selber bist doch gar nicht an der Wahrheit interessiert. Warum gehst du dann in eine Sendung mit sogenannten Wahrheitssuchenden rein? Irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre ein bisschen so wie, wenn ich Fleischesser bin und dann gehe ich irgendwo bei die Vegetarier rein, oder irgendwie, oder was das genaue Gegenteil ist. Oder ich bin irgendwie, ich habe gar kein Interesse an Gaming oder sowas, aber ich gehe da mit Leuten in den Hangout rein, wo über sowas gesprochen wird. Das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Also irgendwie, weil das lässt mich dann irgendwie vermuten, dass es vielleicht doch eine andere Intention gibt, dass da vielleicht einer vielleicht gar nicht so falsch liegt. Aber das kann ich natürlich nicht wissen, ja? Das ist natürlich reine Spekulation, ne? Jetzt darf ich was sagen. Ja, also ich merke schon, es habe einen Faden verloren. Nein, natürlich bin ich in die Sendung gekommen, um über Wahrheit zu sprechen. Und wenn ihr zum Beispiel, oder einige von euch an die Wahrheit der flachen Erde klagen, und ich an die Wahrheit einer runden Erde, dann sind das verschiedene Wahrheiten, die hier aufeinanderstoßen. Es gibt noch andere unzählige Wahrheiten. Ich habe zum Beispiel, ich habe ein Hobby, das ist Astronomie, ne, Astrologie, Astrologie, oder was Astronomie, die heißt es jetzt, mit dem Fernblas, mit dem Teleskop, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Saturn anschaue, durch das Teleskop, durch die Zintillation, durch die Luftschichten hindurch, wenn das so verschwimmt und so. Ja, und ich höre zum Beispiel, dass so manch einer sagt, die flachen Erde sind, das sind die Sterne, eine Projektion, eine reine Illusion, da frage ich mich, wenn ich jetzt durch dieses Fernblas schaue, ja, oder ich zähle die Sonnenflecken, und ich berechne die Sonnenenergie, wenn ich die Gruppe und die Flecken zähle, ja, mathematisch ausrechne, die Sonnenstrahlung berechne, ja, für den Tag, wo ich gerade durchschaue, dann habe ich Probleme zum Beispiel, daran zu glauben, dass das Weltall nur eine Projektion ist, wenn ich es doch selber berechnen kann, ja, durch mein, allein schon, wenn ich das Fernrohr aufstelle, Rektazension und Deklindation, die Mordkohle suchen wird alles, ja. Das sind prinziproke Radien der Geometrie in meinem Weltbild. Mag sein, mag sein, aber wenn ich jetzt mir halt eben die Sonne anschaue oder den Mond, ja, der halt eben eine gewisse Lichtzeit entfernt ist, ja, wenn man eher sagt, das ist alles nur eine Projektion, dann suche ich den Dialog mit euch, ganz offen. Wieso soll ich denn kein Foto von der Rückseite der Sonne fotografieren? Ja, wieso soll ich jetzt ein Foto von der Rückseite von der Sonne fotografieren? So weit denke ich doch überhaupt gar nicht. Wieso soll ich denn das jetzt machen? Oder ein Foto von der Rückseite des Mondes? Ja, warum soll ich denn immer nur eine Seite siehst? Das ist mir doch egal. Ich bin mit der Seite zufrieden, die ich sehe. Mit den Seiten, die ich sehe, bin ich vollkommen zufrieden. Ja, wenn ich zum Beispiel den Saturn sehe, ja, wenn er seine Ringe verändert, ja, alle zwölf Jahre, ja, dann kippen die nach oben, kippen die nach unten, ja, ich sehe schon genug von den Planeten. Also, das wird euch auch jeder andere Astronom auch bestätigen, ja. Aber wenn ihr jetzt der Meinung seid, die Erde ist flach und das Weltall gibt es nicht, wie kommen wir da jetzt aufeinander, wenn ich es doch sehe? Wenn ich es genauso sehe wie diese Schale. Aber ich bin kein Flachärtner. Ich glaube, du lebst in der Schale und nicht auf der Schale, die du da dauernd hochhältst. Naja, das mag sein. Das mag sein jedem. Das ist ziemlich interessant, was du sagst. Ja, und so konstruiert jeder seine eigene Wahrheit, sein eigenes Weltbild. Und jetzt komme ich auf den ersten Punkt zu sprechen. Das Wichtige ist doch, dass man im Alltag, in der obersten aller Wirklichkeiten, mit diesen vielen Ansichten klarkommt. Und da hat euer Kollege vorhin, ich weiß nicht mehr, wer es war, er hat gesagt, die Wahrheit ist doch völlig egal. Wichtig ist doch, dass man im Frieden zusammenlebt. Er hat doch vollkommen recht, was er gesagt hat. Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber noch drin ist, war aber schon nachgegangen. Das weiß ich nicht. Das ist ja auch sein gutes Recht dazu zu sehen. Aber für mich interessiert das halt. Deswegen machen wir halt eben auch solche Sendungen halt. Und du bist halt nicht an der Wahrheit interessiert. Und deswegen frage ich mich halt, woran bist du interessiert? Was ist deine wahre Intention? Warum bist du hier? Und da habe ich noch keine befehligende Antwort bekommen, ehrlich gesagt. Sorry, ich muss kurz widersprechen, aber die Wahrheit ist nicht egal, solange wir nur in Frieden leben. Das ist ja genau das Argument, womit die Menschheit immer wieder versklavt wird. Ja, ich möchte recht gut auf die Frage antworten, dann kann es ja weitergehen. Ich bin schon an der Wahrheit interessiert. Ne, das bist du nicht, weil du sagst, du sagst, das ist dir einfach egal. Also Hauptsache, du kommst in deinem Alltag klar oder so. Und gerade auch zum Beispiel solche Themen wie die Weltbilddiskussion, da sagst du, das interessiert dich einfach gar nicht. Machst irgendwelche Videos über irgendwelche Leute, du hast dich überhaupt gar nicht befasst damit oder so. ja, ich blick bei dir irgendwie nicht so ganz durch. Ich mach kein Video über die Frage eher. Ja, aber du machst ja Videos über bestimmte Personen, die halt die Ansicht vertreten halt. Ist ja doch schon vorgekommen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dich das interessiert. Ja, du willst einfach dein Leben leben und ich glaube, ich glaube, das ist dir einfach egal. Also Hauptsache, das läuft irgendwie und ich glaube, das interessiert dich halt gar nicht so wirklich. Ja, also den Eindruck habe ich. Ja, ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass du hier bist, um einfach nur über Wahrheit mal zu reden, weil das hat man, glaube ich, ziemlich schnell abgehandelt eigentlich das Thema. Ja, also für mich, für mich ist das einfach nicht zufriedenstellend. Also ich, ich überlege mir die ganze Zeit, was könntest du sonst noch für Intentionen haben, die du uns aber vielleicht nicht mitteilen möchtest, warum du halt hier in der Sendung bist. Ja, passt für mich alles nicht so wirklich zusammen. Aber ihr macht ruhig weiter. Darf ich gleich mal fragen, ich sage, Respekt, was du gesagt hast, am Gewicht, die Flachielle vereinfacht, haben Probleme im Alltag. Was würdest du sagen? Eine klare Frage? Keine behauptung. Nein, ist schon klar. Nein, es war schon klar. Nein, ich will auf was anderes raus. Würdest du sagen, dass unser Alltag oder so wie unsere Gesellschaft, die gerade funktioniert oder abläuft, ist das gut, schlecht, wünschenswert, soll es weitergehen? Was meinst du? Also unsere Gesellschaft schreibt förmlich nach Veränderungen. Ja, natürlich hat das auch verschiedene Facetten, wie sie sich das, wie die Gesellschaft das zum Ausdruck bringt. Die einen gehen demonstrieren, die anderen gehen wählen, die einen werden kriminell, die anderen versuchen, sich beruflich hochzufügeln, wie auch immer. Fakt ist, unsere Gesellschaft steht am Wande einer Umkehr. Und wenn wir mal ganz kurz einen Blick auf das Urteil der Geschichte werfen, Entschuldigung, in der klassischen Philosophie geht man davon aus, dass ein wesentlicher Wahrheitsgehalt zum Beispiel in der Realität der Geschichte liegt. Und in der Geschichte gab es immer wieder zu Phasen, Krieg, dann gab es wieder Krieg, da war wieder Frieden. Jetzt hatten wir ein paar Jahre lang Frieden, 40, 50, 60, 70 Jahre lang Frieden und jetzt wird wahrscheinlich wieder so ein Umbruch kommen. Ja, es muss nicht gleich Krieg sein, aber jetzt haben wir so eine gesellschaftliche Konstitution und da müssen einfach Veränderungen her. Man merkt ja jetzt auch, dass die Frau Merkel sich ein bisschen weit zum Fenster rausgelehnt hat. gesagt, ja, jetzt wird das Volk ein bisschen, jetzt besinnt er sich auch sich selbst, sage ich es jetzt mal, und fängt wieder an, wählen zu gehen. Und was macht sie? Wird die AfD und die AfD wird als Nazi bezeichnet und plötzlich sind Millionen Wähler automatisch auch Nazis. Ja, also stimmt. Naja, hab's ja verstanden. Das ist gut. Die Gesellschaft schreit nach Veränderung, also der Zustand der Gesellschaft schreit nach Veränderung. Jetzt meine Frage, wer glaubst, wird diese Gesellschaft eher verändern? Die Leute, die so optimal an diese Gesellschaft angepasst sind und darin super funktionieren oder die Menschen, die eben nicht an die Gesellschaft angepasst sind und draußen irgendwie rumlavieren und versuchen, damit zurechtzukommen und zu verändern? Was wäre deine Ansicht? Eine ganz, ganz tolle Frage, finde ich, Kurt, ja, natürlich die Menschen, die nicht angepasst sind, ja, weil Menschen, die nicht mit dem Strom mitschwimmen, ja, den Strom verändern, sage ich jetzt mal und damit auch die Gesellschaft verändern. Das sind meistens Künstler, ja, Dinge, also Leute, die so ein bisschen herausragen, anders sind als andere, ja, das ist richtig, definitiv, ja, solche Leute verändern die Gesellschaft, weil Leute, die angepasst sind, bilden ja diese großen Normenbreite, dieses Spektrum der Normen, ja, worin sich jetzt auch die Gesellschaft definiert, ja, also normale Leute verändern die Gesellschaft nicht, es müssen schon Leute sein mit Fähigkeiten, die natürlich auch die Gesellschaft davon überzeugen können, dass es nur mal an der Zeit ist, einen anderen Weg einzuschlagen. Was sagst du zum Spruch von Krishnamurti, es ist kein Zeichen von geistiger Gesundheit, perfekt an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Da muss ich vollkommen recht geben, ja, also, ja, also, ich wollte nur raus, du bist also nicht der Ansicht, wir sollen alles erwerden, wie die, wie die, die Menschen, die an die Gesellschaft angepasst sind und die brav an, also, nee, haltet dann, das ist Unsinn, das, nein, nee, das wäre ja, wie gesagt, dann wäre ich ja auch nicht anders als andere, dann wäre ich ja auch nur einer von denen, die versuchen würden, euch etwas aufzuzwingen, ja, nee, soll jeder machen, wie er möchte, ja. Okay, das ist schon klar, und du hast gesagt, du siehst die Welt, wie sie ist, da wäre meine Frage, siehst du die Welt, wie sie ist, oder siehst du die Welt, wie sie dir erklärt wurde, was du bisher gelernt hast. Wenn ich raus schaue, nur als ich sehe, wenn ich raus schaue, dann ist die Welt starr und der Himmel bewegt sich. Ja, super, genau der gleichen Ansicht bin ich auch. Ja, 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 ich sehe die Welt aus einer ganz anderen Perspektive. Es geht mir nicht um das geografische Interesse an der Welt. Mir geht es um, die Welt besteht für mich aus einer geistigen Sphäre, vor allem aus einer geistigen Sphäre, ja, natürlich sind wir auch vom geografischen Ding abhängig, ja, aber so weit habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Ich habe nicht, ich denke nicht so weit, um mir wirklich ernsthaft Gedanken zu machen, ist die Erde viereckig, rund oder ist sie wohl. Es gibt ja Leute, die denken, dass die Erde ein Hohlkörper ist. Das gibt es auch. Ja, so weit habe ich nicht gedacht. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt Erkenntnis über das Weltbild. Ich habe nur einen Ausschnitt, genau wie ihr auch, nur einen Ausschnitt gesehen von der Welt. Ja, und Zeit meines Lebens werde ich auch nie die ganze Welt begreifen. Ja, greifen, ja, aber nie wehgreifen im Sinne von die Welt in allem sehen. Das ist glaube ich, das sind ja zu klein, die Menschen. Ja. Das sehen viele Flacherdler ähnlich. Wie gesagt, es gibt ja die Flacherdler nicht, aber die, mit denen ich hauptsächlich zusammen bin, die sagen eigentlich ganz klar, wir können eigentlich nur den Globus mehr oder weniger falsifizieren. Wir können also sagen, was nicht stimmt. Aber wir können kein Modell anbieten, weil wir nicht in der Situation bin, auf gut Deutsch, wir wissen nicht, wie die Welt aussieht. Wir können nur sagen, dass sie der Globus, dass es so die offizielle Version, dass die stimmt, können wir praktisch mit 100%, also mit 99%iger Sicherheit ausschließen. Und jetzt meine Frage, kannst du dir vorstellen, dass wir auch in dem Bereich, wie auch in anderen Bereichen betrogen werden, dass uns da was vorgegaukelt wird? Kannst du das vorstellen oder hast du das noch gar nicht überlegt oder ist das kein Thema für dich? Ja, schwierig. Also wir werden in sehr vielen Dingen manipuliert, das wissen wir, das wissen wir selber, das reicht schon, wenn ich den Fernsehapparat einschalte und mir Werbung angucken zum Beispiel, ja, die Werbeprofis mit ihren neurolinguistischen Programmierstrategien, die Leute so ein bisschen übers Ohr hauen, ja, das auch, ja, in Nachrichten generell, ja, also wir werden schon manipuliert, aber auch das ist nicht so relevant für mich, ja, weil ich weiß, wenn ich manipuliert werde zum Beispiel, wenn ich den Fernseher einschalte, ich habe keinen Fernseher, ja, also wenn ich da zum Beispiel nicht mehr manipuliert, ja, wichtig ist, glaube ich, dass jeder sich sein eigenes Bild von der Welt macht, völlig unabhängig von dem, was andere Leute einen versuchen zu sagen, ja, 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 ich meine, vielleicht, also da macht das doch zum Beispiel so jemand, ne, der jetzt irgendwie, da irgendwie der Sache auf der Spur ist oder sowas und das ist ja nicht jetzt gerade etwas, wo man sich sehr beliebt damit macht in der Gesellschaft, ja, und der versucht sich doch sein eigenes Bild zu machen, aber das gefällt er doch dann auch wieder nicht, oder? Es geht nicht darum, was mir gefällt, es geht nicht, es geht kaum nicht um mich, ja, es geht darum, dass wenn ich, wenn ich jetzt hier in die Sendung komme, dass wir uns mal bald unterhalten, ja, ich habe jetzt so gerade das Gefühl, also ihr engt eure Perspektive der Wahrheit ein auf dieses geografische Weltbild, es gibt auch viele andere Wahrheiten, ja, die Wahrheit zum Beispiel, dass wir gerade in meinem Hangout sind, ist auch eine Wahrheit, ja, die Wahrheit, Mich würde mal die Wahrheit interessieren, warum du wirklich hier bist, das wäre doch mal eine interessante Wahrheit, über die wir reden könnten, ne? Warum ich hier bin, ja, mit euch zu reden, ja, die Wahrheit. Ich rede eher über den, über den, den tieferen Sinn, ja, nicht nur mit uns, mit uns zu reden, es gibt ja da doch, es gibt ja doch etwas noch tiefgründiger, was? Mein eigentliches Motiv, warum ich hier bin. Ja, du denkst vielleicht, ich bin jetzt ja auch mit den Tests, und es gibt ja auch noch, aber mein eigentliches Motiv. Wir reden hier über die Wahrheit, wir reden hier über die Wahrheit, also dein, dein, dein wahres Motiv, warum du hier bist, also dein, wenn man das mal etwas weiter spinnt noch, also etwas, äh, mehr ins Detail geht, oder so, ja, oder, was, was ist denn so dein, dein wahres Motiv, warum du hier bist, gerade heute, zu dem Zeitpunkt jetzt, und, äh, gerade mit den Neuern hier drin sind, ja. Ich kann es mir erlauben, heute mal noch so am Rechner zu sitzen, weil hätte ich jetzt morgen Frühschicht, müsste ich um 4.50 Uhr aufstehen, da ich morgen Spätschicht habe, habe ich halt nochmal den Rechner angelassen, ich war bei YouTube, und habe gesehen, dass ihr live seid, ich habe mir gedacht, ich schaue mir das an, habe mir auch einen Kommentar dann, äh, dann, und, äh, dann kam dann irgendwie von irgendjemand die Einladung, also, es war eher spontaner Zufall, ja, es war nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt, wenn ich sagen will, ich habe jetzt geplant, bei euch in die Sendung reinzukommen, das wäre gewohnt. Leider, dass das geplant ist, glaube ich auch nicht, weil, sogar, nicht mal ich habe geplant, heute die Sendung jetzt zu machen, also, deswegen glaube ich auch nicht, dass du das von längeren Hand geplant hast, hier reinzugehen heute, also, aber Moment, ich habe dich doch im Chat gefragt, ob du rein möchtest, du, meine, du hast, du hast so geschrieben, also, du hast mir den Eindruck vermittelt, so wie du geschrieben hast, dass du schon rein möchtest. Natürlich würde ich rein, welche, welche, warum nicht, wenn ich bin, wie jetzt jemand sagt, ja, willst du rein, um solche Nein sagen? Okay. Das ist doch jetzt kein Verbrechen. Nein, nein, aber so wie du geschrieben hast, hat das für mich vermittelt, als du hier diskutierst, also, weil es ging ja eigentlich hier in dieser Sendung um Kritikpunkte, und ich habe ja geschrieben, wer Kritik anzubringen hat, soll sich melden, und so wie du das formuliert hast, habe ich, wie bitte? Ich hoffe, ich habe mit meiner Kritik nicht so sehr über die Strenge geschlagen. Nein, darum geht es gar nicht. Ach, ist gut, dann habe ich was falsch verstanden. Ja, aber vielleicht, wir machen mal mit dem eigentlichen Thema weiter, ja, also, du sagst ja selber, an die Wahrheit, da werden wir vielleicht gar nicht rankommen, unter Umständen, ja, es gibt allerdings so bestimmte Sachen, die erschließen sich schon, haben wir ja vorhin gesagt, ich lasse einen Hammer fallen, oder so, der fällt auf den Boden, aber wir können ja mal ein bisschen weiterreden, und so, und zwar über das eigentliche Thema heute, Klartext, auch Kritikpunkte, auch an der Moderation, an mir, an Toni, ja, wie hier diese Sendung läuft, und so was, und da würde mich auch mal total deine Meinung interessieren. Erzähl mal. Was ich oft mitbekommen habe, ist jetzt nicht böse gemeint, aber es fällt mir schwer, manchmal zuzusehen, zuzuhören, weil das liegt wahrscheinlich auch an der Technik, manchmal ist es so, jemand möchte was sagen, hat jetzt wirklich auch diesen Redebedarf, und den Moment, wo er was sagen möchte, wird er unterbrochen. Das ist für einen Zuhörer immer sehr schwer, dann den roten Faden zu verfolgen, wenn plötzlich eine andere Information aus dem Hintergrund, aus dem Tenor des Gesprächs, in den Vordergrund kommt, und plötzlich ist der rote Faden unterbrochen. Ja, also als Moderator, finde ich, ist es immer ganz wichtig, immer den roten Faden im Blick zu behalten. Was ist denn eigentlich, wenn der Moderator ständig unterbrochen wird, und der Moderator darauf hinweist, dass es bitte zu unterlassen ist, und das nicht passiert? Was soll denn der Moderator, was soll denn der eigentlich dann machen? Nache Linie fahren, du bist der Moderator, du wirst die Richtlinie in der Hand, wenn Leute sich nicht in deiner Regel enthalten, dann sollen sie später noch mal versuchen. Was? Dann sollen sie später noch mal versuchen, dann schickst du sie höflich wieder raus, und sagst, das kann ich noch mal versuchen. Was hältst du denn davon, hast du das vorhin gesehen mit diesem Kai? Warst du da schon drin gewesen in der Sendung? Hast du das mitbekommen, der Dialog, und auch, wo er dann die Sendung verlassen hat? Nee, tut mir leid, habe ich nicht. Hast du nicht mitbekommen? Okay. Das hätte mich mal sehr interessiert, deine Magen wird so. Ja, als ich, vielleicht noch zwei, drei Minuten, ja, und dann, da war ich jetzt auch schon drin, aber bei euch. Also, ich habe die Sendung jetzt verfolgt. Okay. Ja, okay. Ja, also, das ist schon wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer ihr habt, keine Ahnung, ja, wie gesagt, es sind ja sehr viele Zuschauer, ja, und das ist wichtig, vielleicht, das mache ich auch manchmal bei meinen Videos, langsam sprechen, langsam und deutlich sprechen. Manchmal komme ich auch in meinen normalen Alltags-Tätestil, da der aber regional spezifisch mit einem Akzent versetzt ist, kann das nicht jeder verstehen, gerade dann über das Internet, wenn es dann zur Störung kommt, ja, deswegen sage ich immer, wenn ich jetzt hier so irgendwie was mache mit Videos, versuche ich mal langsam und deutlich zu sprechen. Ja, das ist auch so eine Sache vielleicht. Okay. Kann man es akustisch nicht so nachvollziehen. Das gilt aber teilweise auch bei der Technik. Ja, hier, damals verschreibt, vielleicht später, jetzt Blenden Talk, nur für Kanal, ich bin raus, auf Discord bringt nichts. Sag mal, ich würde mal gerne eine Frage stellen, Patrick, beantworte mir das jetzt, zumindest mal hier im Chat. Warum gehst du da jedes Mal raus, überhaupt? Du kannst doch da drin bleiben, du kannst doch, ich bleibe doch auch, ich habe mich noch nie abgemeldet da. Man kann ja trotzdem die App schließen und dann, verstehst du, du meldest dich da jedes Mal ab und hast dann immer wieder Probleme reinzugehen. Warum bleibst du denn dann nicht einfach drin? Du kannst auch die Signale abschalten, also, dass du da nicht jedes Mal benachrichtigt wirst über alles. Das kann man alles deaktivieren. Also, ich verstehe das irgendwie nicht. also, jetzt, ich kann, ich kann auch nicht zaubern. Ich weiß auch nicht, wie ich dich jetzt da wieder reinholen kann, wenn das nie geht. Also, das ist halt, ja, also, ich hätte schon interessant gefunden, wenn du noch mal reingekommen wärst oder sowas. Ja, macht ruhig weiter. Ich weiß jetzt nicht, worum es ging. Ich habe jetzt mit Patrick gesprochen, über Discord. Also, das war jetzt, der hat jetzt keinen anderen betroffen. Da habe ich auch was von Sünde gehört. Da ging es um den Begriff Sünde. Ja, und das Thema Gott finde ich auch ziemlich interessant. Ja, Gott ist auch ein Schöpfer, ein Schöpfer. Also, erst mal ist Gott ein Begriff, den die Menschen geformt haben. Ja, also, der Mensch war ja da, sage ich jetzt mal, und dann hat sich die Sprache entwickelt und irgendwann trat der Begriff Gott in die Sprache, sage ich jetzt mal. oder im ersten Kapitel Johannes. Im Anfang war das Wort, ja, und das Wort war bei Gott, ja, sage ich mal, der Mensch hat einen Begriff geschaffen und damit auch Gott, sage ich jetzt mal. also, muss ja eigentlich Gott nach der Menschheit da gewesen sein und jetzt könnte man die Schöpfungsgeschichte so ein bisschen auch in Frage stellen. Aber das hat jetzt nicht viel mit Sünde zu tun, nicht wahr? Nee, wir müssen jetzt auch nicht so tief gehen, also, muss nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, du schwafelst einfach jetzt irgendwas, damit du überhaupt was sagst, aber das klingt jetzt nicht so voller Enthusiasmus, dass du irgendwie deswegen jetzt hier reingekommen bist, dass du jetzt unbedingt darüber reden willst, dass du jetzt den totalen Gesprächsbedarf hast oder so, das klingt für mich irgendwie nicht so. Ich möchte mich ja nicht aufzwingen. Also, wenn ihr in meiner überdrüssig seid, ich gehe auch wieder raus, ist kein Thema. Ich bin nicht da drüssig, aber ich versuche das einfach nur irgendwie gerade den Zusammenhang zu finden. Also, ich verstehe das alles nicht so ganz. Ich versuche das irgendwie zu analysieren, aber ich bin da noch nicht wirklich schlauer geworden. Naja, so richtig schlau bin ich auch nicht raus geworden. Deswegen habe ich einfach mal gefragt. Ja, vorhin wie gesagt, ebenso das Thema Sünde. Da habe ich jetzt einfach weiter assoziiert. Ja, Sünde ist ja ein Begriff, der viel mit der biblischen Theologie zu tun hat. Also, da kommt auch der Gottesbegriff ins Spiel. Ja, das habe ich ein bisschen über Gott philosophiert. Ja, Sünde und Gott sind natürlich Begriffe, die wir als sprachliche Abbilder in uns tragen. Ja, und da bin ich auf 1. Kapitel Johannes gekommen. Ja, im Anfang war das Wort. Und das Wort war Okay, okay. Kassler, ich warte mal. Warte mal. Damals, ich schreibe ganz einfach PC aus, Discord aus. Hä? Moment, aber ich mache doch auch meinen PC aus und bin trotzdem noch angemeldet bei Discord. Ich verstehe das nicht, warum du dann jedes Mal da raus bist. Das ist wie ein absolutes Rätsel. Ich kenne auch sonst keinen Mensch, der da so viele Probleme hat. Das ist irgendwie total komisch. Was? Let's play raus mit dem Schwurbler? Ja, ja, also ich... Erzähl mal irgendwas, was mich interessiert. Keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas Interessantes oder so. Das ist irgendwie alles so langweilig auch. Das kenne ich auch irgendwie alles schon. Das ist einfach... Hau mal irgendwas raus, dass das hier mal wieder ein bisschen Leben reinkommt oder so. Ja? Mach mal irgendwas. Ich möchte ganz gerne wissen, warum die junge Dame so beleidigt wurde vorhin, warum sie mich totgegangen hat. Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Ich weiß sie das überhaupt. Tja, vielleicht hat sie einfach deine wahre Intention erkannt, warum du ja drin bist und war deswegen sauer. Weil sie angeblich meine wahre Intention erkannt hat, wie sie mich beleidigt hat. Das ist sehr klug von der Frau. Das hat ungeheuer intelligent. Aber es ist doch besser, Klartext zu reden und dann zu jemandem zu sagen, was man denkt, als irgendwie scheißfreundlich zu sein und permanent rumzuschwurbeln. Oder ist doch kacke, sowas, oder nicht? Ich habe auch gemacht das Wort Beleidigungs einfach, ohne dass ich antworten kann, aus dem Hängerantrag. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wenn mir jemand im Alter begegnet, dürfte er mir vorbei, sagt, ich bin ein Arschloppen verschieben. Was ist denn das für eine Art? Ja, mag sein, aber die ist ja trotzdem noch da, oder nicht? Ich erinnere mich doch noch im Chat, oder was, glaube ich. Und, ja, ich glaube, die kann sich das ja im Nachhinein reinhören, wenn sie jetzt weg ist. Aber du kannst ja gerne darauf antworten. Also, mach doch ruhig. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Ähm, Toni, Mahoney, was? Let's play, weil du nicht, weil du Discord auf dem Handy hast, er nicht? Ach so, deswegen. Ach so, weil, das kann sein, dass ich ja dann quasi immer noch, aber Moment, ich habe doch schon mein Handy ausgemacht und mein PC war aus und ich war trotzdem noch angemeldet. Ja? Das ist doch, äh, komisch. Äh, äh, ja, aber sag ruhig noch, also ruhig noch deine Antwort an Enna, und dann würde mich gleich schon noch interessieren, wie dieser Reife das ist. Aber erzähl ruhig noch, also antworte ihr doch darauf, was ihr vorhin gesagt habt, da. Jetzt bin ich jetzt müsslich, ich habe nur das Wort Idiot. Also, was ich halt eben weiß, eben, das gibt es oft im Alltag. Die Leute haben immer, sage ich mal, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sage ich mal, oft immer so ein bisschen große Klappe, aber wenn sie dann wirklich, sage ich mal, auf den Meter ankommen, sage ich mal, im schlimmsten Falle, dann ist die große Klappe ganz schnell weg. Ja, deswegen finde ich das immer, wenn mich jemand schon mal beleidigt, dann nicht gleich abhauen. Ja, also warum ich sage nicht mal, wie man sich kenne. Hallo, bei dir nicht? Ja, bei dir nicht. Ja, bei dir nicht. Okay. Tut mir leid, dass ich dich Idiot genannt habe. Ist okay, ich bin nicht nachtragend. Alles okay, aber ich habe eine Frage. Kannst du verstehen, warum Menschen wie ich, also ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, immer noch, kannst du das nachfinden? Kannst du das verstehen, warum ich mich aufrege, dass du gerade hier bist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ist das für dich normal? Wieso normal? Ist jetzt nicht verstehe, heißt es so lange nicht, dass es unnormal ist, wenn du jetzt hier bist oder wenn du dich aufregst oder mich zum Grund geben, dann saufen wir. Darf ich dir ein Beispiel nennen? Ja. Stell dir vor, ich hätte einen kranken Bruder. Denn ich bin der Meinung, mein Bruder ist krank, da läuft irgendwas falsch, keine Ahnung. Der ist in der Öffentlichkeit und spricht darüber. und keine Ahnung, also ich bin so ein Mensch, ich würde privat hingehen und mit ihm reden, aber ich würde niemals, ich würde nicht ansatzweise auf die Idee kommen, in der Öffentlichkeit meinen Bruder so hinterfotzig, also so richtig, das ist ja, das ist ja ekelhaft. das ist ja eine Bloßstellung, das ist ja ekelhaft, was du machst. Verstehe, kannst du mich wirklich? Also siehst du das nicht so? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht von dieser Welt, aber das ist in meinen Augen ekelhaft. Wenn du Dinge als ekelhaft und abstoßend beschreibst, dann bitte red doch mal Klartext, jetzt ganz konkret, ohne irgendwelche Umschweifmasse, wo ist das Problem? Habe ich dir jetzt irgendwas getan? Was hast du jetzt mit dem kranken Bruder? Du hast mir nichts getan, aber ich sehe das und kann nicht, weiß ich nicht, ich muss dazu was sagen. Was ist dein Bruder? Ich habe schon mal gesagt, also meine soziale Rolle, mein sozialer Status und wenn ich hier irgendwo verhandelt bin, das hat doch hier nichts zu suchen. Ja, aber ich glaube, das ist der zentrale Kern, warum du überhaupt hier bist. Vermute ich jetzt jedenfalls. Wer kauft dir das ab? Kein Mensch kauft dir das ab? Kauft mir das nicht ab, ja, aber es ist nur mal so, manchmal muss man Dinge ein bisschen objektiv sehen, ja, und ich werde mich in manchen Dingen einfach ein bisschen zurückhalten. Ja? Ich werde doch jetzt hier nicht im Hangout meine Familienverhältnisse offenlegen. Das tust du aber, das hast du schon getan, das wissen wir alle, was da abläuft und du tust es gerade wieder. Du glaubst, wir merken das nicht. Das sieht doch jeder, was die Hintergründe, das sieht doch jeder. Das kannst du gar nicht beurteilen. Du kennst mich überhaupt gar nicht. Wir wissen es doch, wir wissen, dass du sein Bruder bist. Und jeder kann sich doch denken, warum du hier sitzt? Ja, weil er hast mir zum Beispiel gesagt hat, dass das der Bruder von Toni ist. Wusstest du schon? Dann lehne ich mich jetzt mal ein bisschen zurück und er möchte, ich möchte, dass er jetzt ein bisschen was von mir erzählt, vielleicht kann ich ja noch etwas von mir selbst erfahren. Doch, jetzt. Wie Toni gerade. Ja, jetzt. Jetzt, sorry. Und da jetzt, aber so, wie er gerade erzählt hat und so mit dem Zurücklehnen, genau wie Toni. Ja, da hast du recht. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, du bist doch Tonis Bruder. Oder habe ich gelogen? Ich habe schon mal gesagt, meine Familienverhältnisse werde ich doch hier nicht in der Öffentlichkeit ausbauen. Also ja, okay. Aber dann hast du verstanden, was ich dir sagen wollte. Darum geht es mir. Es ist angekommen bei dir, warum ich mich geärgert habe und so weiter. Und warum ich dich Idiot nannte. Idiot war vielleicht ein falsch gewähltes Wort. Es war ein falsch gewähltes Wort. Es tut mir leid. Du möchtest auch, das Video zu sprechen kommen, auch von Toni Maroni. Sehe ich das richtig? Was ich gemacht habe. Du möchtest auch, das Video zu sprechen kommen, was ich über Toni Maroni gemacht habe. Sehe ich das richtig? Du kriegst doch auf den Punkt. Da müssen wir nicht um heißen Keil drumherum reden. Ich spreche gerade darüber, dass du sein Bruder bist und ihn in der Öffentlichkeit bloßstellst. Das ist der Punkt. Ehrlicher kann ich das nicht ausdrücken. Oder was wir können. Wie du darauf kommst, dass ich hier diese Person in der Öffentlichkeit losstelle. Das erklär mir jetzt bitte mal. Ist das denn ernst? Was hast du da jetzt gemacht? Was die nicht so bloßstellt? Ich komme mir jetzt echt blöd vor, weil ich muss Menschen erklären, was daran Kacke ist. Und bist du natürlich ein interessantes Mädchen. Das passt doch. Du bist ja... Ja, wie Toni. Du redest sogar wie Toni. Na ja, pass mal auf. Ja, das ist... Was habe ich denn jetzt so Schlimmes gemacht? Also, mich triggert das. Mich triggert das. Deswegen wollte ich das Beispiel nennen. Keine Ahnung. Also, wenn ich krank wäre oder mein Bruder und wenn das so ablaufen würde bei uns in der Familie. Wow. Also, ich habe hier schon viel mitgemacht. Ich habe auch letzte Woche hier viel mitgemacht. und ich nehme das Ganze nicht ganz so ernst und bin da eigentlich ziemlich locker. Darf ich bitte ausgehen? Ich bin eigentlich wirklich ziemlich locker, was das Ganze hier betrifft. Diese ganze HO-Kacke hier. Ich habe mir vorgenommen, keine Ahnung, ich schreibe wahrscheinlich ein Buch darüber, bin gerne da, ich höre mir gerne alles an, beobachte das und so weiter, halt mal kurz den Mund. Und ich, das, was ich jetzt sehe, hat mich vorhin wahnsinnig gemacht. Das macht mich jetzt, ich bin immer noch auf 180, weil ich sowas nicht begreifen kann. Ich kann das nicht fassen. Das ist, meine Welt kann das nicht annehmen, sowas. Weil es Familie ist. Weißt du, was Familie bedeutet? Ich glaube nicht. Du bist das Opfer. Du bist die, die eigentlich, wenn du das Gute will, ja, und eigentlich bist du jetzt hier das Opfer, nicht mal. Du kannst überhaupt nichts dafür. Das willst du uns jetzt wahrscheinlich erklären, oder? Wir waren gerade bei dem Thema, dass du uns gerade erklären, was ich jetzt so schlimm es gemacht habe. Genau. Ja, und ich, habe ich das jetzt nicht? Hast du das jetzt nicht verstanden, was ich meinte? Du hast uns versucht, du hast versucht, deine Repräsentation zu retten, das war alles. Genau. Ich habe dir gerade meine Gefühle erklärt, warum ich so entsetzt bin. Ich möchte jetzt nochmal eine Antwort auf die Intention von dir, warum du denkst, dass ich jetzt hier etwas Schlechtes über den Toni Mahoney erzählt habe, was da jetzt so schlecht war im Video. Das wollte ich jetzt gerne wissen. Das war alles. Okay, die Tatsache, dann lass uns doch mal ausreden. Ja, bitte. Die Tatsache, dass du sein Bruder bist und dich hier reinsetzt und über ihn redest, als ob er ein Fremder wäre, ist schon allein ein Grund für mich zu sagen, das geht gar nicht. Wir wissen alle, dass ihr Brüder seid. Und das ist jetzt alles, oder? Oh Gott. Ich glaube, du bist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich, nee, geht gar nicht. Also, wenn du dich wohl damit fühlst, wenn du denkst, dass es, das entspricht, bitte? Ich glaube, du hängst dich ein bisschen, du hängst dich so ein bisschen weit raus. Ja, du warst am Anfang ein bisschen beleidigend, ja, das habe ich noch so verkraftet, das ist okay. Ja, aber wenn du dann das nicht richtig begründen kannst, wieso, weshalb, weswegen, und du stammelst dann hier, was rum, dann kann ich mit dir auch... Okay, okay, wie soll ich das denn jetzt noch begründen? Ja, du hast überhaupt nichts gesagt die ganze Zeit. Du hast nur geredet, aber nichts gesagt. Genau. Und du versuchst mich jetzt hier als schlechten Menschen hinzustellen, hinzustellen. Nein, ich habe dir gesagt, warum ich mich über dich ärgere, warum mich das triggert, warum ich, warum diese Gefühle entstehen, wenn ich das sehe, weil ich dann gleichzeitig an meine Familie denke, an meinen Bruder und frage mich, wie, wie, ja, ich frage mich, wie Tony sich fühlt und, ähm, keine Ahnung, ich habe es auch nicht mit Tony, Tony und ich, ja, ist auch so eine Sache. Ich würde ihn auch am liebsten den ganzen Tag mit irgendwas kritisieren und weiß ich nicht, er triggert mich ohne Ende, genau wie du. Aber, ähm, ich bin der Letzte, der dich hier, triggern heißt auslösen, ja, dich reizen, meinst du das damit? Ja. Ich bin der Letzte, der weder euch, noch Alf, noch Let's Play oder dich, wenn ich hier zum Ausrasten bringen möchte. Ich bin eigentlich nur hier reingeguckt und ein bisschen überwachen. Ich will ja gar nicht, ich will ja gar nicht, die Kritik ist es nicht, dass du mich triggerst. Meine Erklärung ist einfach nur, du triggerst mich. Ich wollte das einfach nur mal sagen. Okay? Dann werde ich dir hiermit hoch und heilig versprechen, dich nie wieder zu triggern. und ich hätte mich... Nein, das interessiert mich nicht, ob du mich noch mal triggerst irgendwann. Darum geht es nicht. Mhm. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du das normal findest, ob das für dich echt normal ist, sowas. Ich wollte die Gefühle nicht verletzen, ich wollte dich nicht triggern. Ich wollte dich nicht... Du musst auch jetzt nicht verarschen, verstehst du? Nee, ich meine es ernst. Du machst das genauso schlecht wie Toni. Nee, ich meine es ernst. Ich meine es ernst. Nein, nein, meinst du nicht. Wir beenden das Gespräch und dann ist es dann... Gerne, gerne. Ich wollte vorhin einfach nur sagen, dass ich diese Aktion in Kacke finde und deswegen bin ich rausgegangen und dann hast du wieder angefangen über mich zu reden, hat mich wieder getriggert und ich bin reingekommen, dann zu erklären, warum das mich getriggert hat, warum ich das gesagt habe. Jetzt weißt du es, ich bin wieder raus. Ciao. Das leute ich jetzt nicht. Egal. Also ich verspreche hoch und heilig ja niemanden mehr zu triggern. Also es war auch nicht meine Intention, über Toni Mahoney zu reden. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Jetzt sind Toni Mahoney und das, was ich ja gerade mache. Zwei völlig verschiedene Sachen. Aber der Toni war doch vorhin hier in der Sendung drin. War das denn eher für dich, wie soll ich das jetzt sagen? Hat das eher dazu beigetragen, beigetragen, dass du in die Sendung rein wolltest? Oder war das eher, dass du gedacht hast, ja, ich gehe jetzt da rein, aber mir wäre eigentlich lieber, dass der Toni nicht drin wäre? Also was? Soweit habe ich nicht gedacht. Ich habe, wie gesagt, kann ich nur mal sagen, wie ich das vorhin war. Entweder du redest jetzt klartigst hier oder du bist raus. Ich habe keinen Bock mehr auf den dummes Geschmobel. Ja? Da war vorhin eine Sendung drin und du willst mir jetzt erzählen, du hast nicht so weit gedacht, dass dich das interessiert. Wen willst du denn hier verarschen? Das ist eine Scheiße. Dann möchte ich jetzt gerne lieber halt sagen, euer Let's Play, dein Let's Play, dein Gesprächsrunde, die halt am Ende nicht so weit als ein Vernehmungsprogramm ist. Was hast du, mich einzunehmen? Ja, mag ja sein. Ich wäre bestimmt ein toller Stasi-Offizier gewesen. Aber, nee, jetzt mal im Ernst. Wen willst du denn hier verarschen? Das ist, Anna hat es, finde ich, super auf den Punkt gebracht. Was soll das denn alles? Ich würde jetzt an deiner Stelle mal ganz tief in mich gehen, mal ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen und mal nachfühlen, mal nachforschen, was bei dir gerade schiefläuft, mein Freund. Ich bin hier gerade auf Entdeckungsreise, ja, und ich stelle dir konkrete Fragen und du weißt schon wieder aus, ja? Du brauchst mir doch nicht so erzählen, dass du nicht so weit gedacht hast und dass es dir vollkommen gleichgültig war, dass Toni in dieser Sendung war. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wenn du eins machst, wir können uns unterhalten, sag nicht, oder du stellst mir Fragen und quetschst mich aus. Wenn es kein Unterhalten mehr, dann ist es ein Verhörer. Ich lasse mich nicht verhören. Dann tschüss, dann geh raus, wenn es dir nicht passt. Fertig. Ich lasse mich nicht verhören, wenn es dir nicht gefällt. Ja, dann geh doch raus, wenn es dir nicht gefällt, ja? Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach unglaubwürdig, was du halt eben von dir gibst, ja? Und auch die ganze Art von, wie du mit Anna gesprochen hast, ja, ich wollte dich ja nicht überfordern und sowas, ja? Das ist passiv-aggressiv, ja? Und gerade du solltest das eigentlich wissen, was das bedeutet, ja? Mit irgendwelchen Dingen da oder was, oder dich hier reinzusetzen oder so, ja? Man kann nicht nicht kommunizieren, ja? Sogar, wenn man sich da reinsetzt und gar nichts sagen würde oder so, ja? Das ist einfach, nee, also da brauchst du mir einfach nichts zu erzählen, ja? Das war so weit, habe ich nicht gedacht, dass mein Bruder da drin war. Was soll denn das? Was ist denn das? Weißt du, weil da kannst du auch rausgehen eigentlich, weil dann bringt das eh nichts, das ganze Gespräch. Das ist alles nur geschwobelt, das ist alles nur um den heißen Brei rumreden, anstatt mal auf den Punkt zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich euren Anforderungen nicht entspreche, eure Fragen nicht beeintworte, kann ich eh, ja, ich glaube, ja, das ist ein ganz schönes Armutszeugnis aus, mein lieber Mann. Das mag ja sein. Ich glaube eher, dass du ein Armutszeugnis ausstellst, wie du mit deinem eigenen Bruder umgehst, ohne Scheiß, ja? Also ich muss ja wirklich sagen, das ist das Allerletzte, wirklich jetzt. Also es ist einfach für mich wirklich, ey, ohne Scheiß, ich glaube, sowas würde ich nie machen. Weiß ich nicht. Also das ist irgendwie, es gibt einfach Grenzen für mich oder sowas, ja? Und das ist einfach, ich finde das einfach sowas von erbärmlich einfach. Und dann, und vor allem, anstatt das jetzt mal auf den Punkt zu bringen oder sowas, um hier wirklich Klartext zu reden, schwobelst du hier rum. Ja? Und das finde ich, das macht das auch schlimmer. die ganze Zeit mit einem Bildschirm unterhalten. Das ist die Wahrheit. Und ich werde mich von diesem Bildschirm vor mir nicht triggern lassen, mein Freund. Selbst wenn zehnmal Let's Play draufsteht, und das, mein lieber Freund, ist die einzige Wahrheit. Ja, weißt du, ich glaube, ich glaube, du bist einfach hier fehl am Platz. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was du überhaupt hier willst. Einmal, du wirst mich noch eingeladen, ich konnte reinkommen. Ich wusste ja nicht, wer du bist. Ich wusste, ich wusste ja nicht, wer du bist, als ich eingeladen habe. Das ist mir ja später klar geworden. Der, der überhaupt noch nichts weiß, nicht wahr? Was? Ach, schon gut. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Wie, was weiß ich nicht. Da reden wir sowieso die ganze Zeit immer noch vorbei. Wie wollen wir es jetzt handhaben? Wollen wir die Sachen gut zu Ende bringen oder sollen es wieder ein bisschen Also entweder, also entweder, entweder du kommst, entweder du kommst auf den Punkt und redest hier Klartext, dann können wir gerne weiterquatschen oder du schwurbelst weiter und habe ich keinen Bock drauf. Verstehst du, was ich meine? Da ist mir nämlich wirklich meine Zeit zu schade. Ganz ehrlich. Was? Wahrheit ist wichtig, dass wir die Wahrheit oder eine Wahrheit, eine von diesen Schienenwahrheiten, Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ich muss mich jetzt leider von dir verabschieden. Ja, das war Sockeninspektor. Ich kann mir das Geschwurbel nicht mehr anhören, ja. Ich kann mir das Geschwurbel nicht mehr anhören, ja. Nach allem, was passiert ist, er ist hier nur Sanddruck. Ach, so weit habe ich nicht gedacht. Nö. Ja? Ekelhaft. Ich finde es wirklich widerlich und ich kann Anna wirklich super gut verstehen. Ja? Ich habe doch gar nichts gemacht. Erinnert euch das an irgendjemanden? Ja, bin ich kürz. Also, das, was da zwischen Ihnen, Leute, läuft, das geht mich nichts an. Das möchte ich auch nicht so kommentieren. Mich hat eher der Chat schockiert. Ich finde es ekelerregend, wie sich Leute auf das Privatleben von Tony Mahoney so aufgeilen können und so dreckige Kommentare und so falsche, so provokant schreiben. Ich finde das echt ekelerregend. Ihr solltet euch alle schämen. Schämen euch. Ich kann dir nur voll ganz zustimmen, ja. Ich finde es auch ekelhaft und das ist wirklich ein Unterschied. Uns wird ja so viel jetzt vorgeworfen, ja. Aber bestimmte Dinge machen wir eben nicht, ja. Dann könnt ihr euch gerne nochmal die Sendung mit Ian angucken und das Privatleben von Ian. Die hat sich da zahlen wohl, Basti und alles. Wir direkt eingesprungen. Nee, bla bla. Das machen wir alles nicht, ja. Und, äh, ja. Und, äh, wer wirklich auf dem Plan erschienen ist und wer quasi das initiiert hat, das war ja ganz klar, das war ja ganz klar Tonis Bruder, der mal ein bestimmtes Video gemacht hat, ja. Wodurch überhaupt erst auf ihn aufmerksam, äh, wo überhaupt erst Leute auf ihn aufmerksam wurden, ja, durch den ganzen Kram und so, ja. Und er sich hier reinzusetzen und zu sagen, ja, nee, so weit habe ich nicht gedacht, dass der Türen hier drin ist oder so, ja, nee, ich bin, will nur hier über Wahrheit reden. Das kann er vielleicht einem Fünfjährigen erzählen oder seiner Oma oder wie auch immer. Und das ist einfach, äh, weiß ich nicht. Also, wie blöd hält er uns denn? Vielleicht war das ja auch genau das Ziel, dass wir irgendwann dann, weil immer nur geschwurbelt wird und das dann mal irgendwann so eine Reaktion kommt und dann sagen kann, oh, die waren aber gemein, ich habe doch gar nichts gemacht, ne? Was ist das hinterher für eine Sache? Ja, Vivi ist drin, das freut mich. Du bist ja leider, hast dich ja von Discord verabschiedet, ansonsten würde ich dir gerne auch mal den Hangout-Link schicken und Toni kann dir aber trotzdem schicken und du Bock hast, äh, reinzukommen. Ähm, würde mich jetzt sehr freuen. Äh, Toni, was hast du zu der ganzen Sache da? Ich fand das total strange. Also, ich konnte damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ja, kleinen Moment. Ja, dich, auch mal ganz. dich, 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 Ding, 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 ding. Ja, ich muss einmal kurz ein Kommentar hier vorlesen. Der Konrad Zellner war klar, dass Letz Hitler keine vernünftige Gesprächsführung hinbekommt und schließlich spannt. Dann macht es mal weiter schlecht, ihr pseudofreiheitlichen Tragöden oder Tragöden. Ja, Konrad Zellner, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ja. Wer hier keine vernünftige Kommunikation zustande gebracht hat, das war der Sockeninspektor, hat ihn permanent nur rumgeschwobelt. Er ist überhaupt gar nicht wirklich auf den Kern der Sache zu sprechen gekommen und wollte uns hier für dumm verkaufen. Ja, und das ist auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem Gesprächspartner, finde ich. Und dann noch so zu tun, Enna, ich wollte dich nicht überfordern. Was meinst du denn damit? Ja, was soll das? Was soll das? Konrad Zellner. Ja, ich bin mit Absicht rausgegangen, bei, ja, bei gerade das, was Stefan versucht hat, hier zu transportieren. Nämlich, dass er gesagt hat, Familie gehört jetzt hier nicht her, ja. Aber es steht im direkten Gegensatz zu dem, was wir hier eigentlich besprochen haben, nämlich die Wahrheit. So, und ich fand das eigentlich richtig und wichtig auch von Enna, dass sie da auch rausgegangen ist. Und ich finde das super, wenn ich mich also von der eigenen persönlichen Betroffenheit mal ein bisschen freimache, dann, das habt ihr ganz gut hingekriegt. Ja, also ich habe mich hier komplett rausgenommen, weil ich seit der ganzen Kontroverse noch nicht ausführlich den Dialog hatte mit meinem Bruder. Den möchte ich auch nicht auf Telefon oder digital irgendwie beschränken, sondern einen direkten Kontakt. Und der ist seit der ganzen Kontroverse noch nicht entstanden. Und deswegen setze ich mich auch nicht in den Hangout mit ihm. Weil sich auch für mich die ganzen Zusammenhänge und Hintergründe noch nicht erschlossen haben. Das möchte ich Auge in Auge klären. Und das hat er hier versucht auch, genauso zu transportieren und aufrecht zu erhalten. Aber, ja, ihr habt das, ja, die Intention schön rausgekitzelt. Und, ja, und ich möchte auch nicht über diese privaten Dinge sprechen, ja. Solange ich mich mit meinem Bruder darüber noch nicht Auge in Auge unterhalten habe. So, und, ja. Man kann halt nicht von Wahrheit reden, wenn man auch in gewissen Wahrheiten nicht ins Auge blickt. Was ist denn deine Meinung, warum der jetzt konkret hier drin war? Keine Ahnung, vielleicht wollte er wirklich nur über Wahrheit reden. Ja, aber dazu sagen, ja, soweit habe ich jetzt aber nicht gedacht, dass der Toni da drin ist. Ach so, hoppla, der Toni ist da drin. Wenn wir das mal runterbrechen, dann ist ja jemand, der momentan bewusst den Faktor der Ignoranz und Gleichgültigkeit im Kauf nimmt, um sein eigenes Weltbild verkrampft aufrecht zu erhalten. Das ist so mein Gesamteindruck. Ja, ihr habt das super rauskristallisiert. Also, wenn man sich gewissen Zusammenhängen verweigert, ja. So, ich bin da schnell bei William Paley, bei diesem Zitat in Bezug auf Ignoranz. Und da hat man einfach nicht den Anspruch, von Wahrheit reden zu können, wenn man das Mittel der Ignoranz und Verdrängung benutzt. Und ja, was auch gar nicht richtig aufgegriffen wurde in der Runde, beziehungsweise auch von Stefan, ist mein Einwurf oder die Intention in Bezug auf das Wort Sünde. Und ich musste selber jetzt in der Zeit, hatte ich Gelegenheit, das mal rauszusuchen, weil man findet es nicht gleich. Ich weiß auch gar nicht, wo ich es her habe. Aber das ist mir in dem Zusammenhang auch mal wichtig, weil das Geschwafel, was abgelassen wurde, was ich bis jetzt gehört habe, diesbezüglich, ist halt einfach auch sinnfrei. Also, Sünde stammt aus dem hebräischen Begriff Chath, C-H-A-T, Apostroph A-T, für Verfehlung. Und dann AWON, A-W-O-N, für Schuld, als bewusstes Abweichen vom rechten Weg und Pescha für Auflehnung, Rebellion. Also für mich steckt wirklich ganz, ganz viel in diesem Begriff auch drin. Und ja, der wurde auch von meinem Bruder da jetzt nicht aufgegriffen. Und ja, ich kann ihn jetzt gerne Sackeninspektor nennen, aber es ist für alle offenkundig, weil es hat auch schon Videos gab. Ja, also deswegen verstehe ich das nicht, dass der Sackeninspektor da jetzt hier irgendwie so eine Anonymität wahren wollte. Ja. Und es hat da auch schließlich persönliche Gründe, warum ich den Dialog hier drüber nicht gesucht habe. Und es war für mich unheimlich interessant, das jetzt zu beobachten. Und zwar, ja, und ich kann, und ich freue mich eigentlich, dass Anna dieses Gefühl so geteilt hat. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, ich würde das gerne als Akte erlegen, ja. Solange ich mit meinem Bruder noch nicht darüber geredet habe, Auge in Auge. Es kann es nur in irgendeiner Form von Schlammschacht enden. Ja, weil man nicht weiß, ob man da mit ehrlichen Gedanken konfrontiert wird oder nicht. Ja, das ist, ja, war nicht so schön. Aber, it's the life of public. Stefan hat die, für mich ist er halt, ich kann das auch nicht unterdrücken. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit vom Sockeninspektor reden. Ralf ist noch mal drin. Wer wüsst denn du noch mal genau? Erzähl mal. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Noch mal bitte. Falls du uns verstehst, drück mal Fünf oder sowas. Bist du da abgehakt? Ja, du bist der Roboter, Ralf. Ralf reicht's. Wrecking Ralf. Wir hören dich nicht. Der hört uns wahrscheinlich auch nicht. Ja, hoffe ich, ich wollte noch kurz was sagen. Ja, sag euch. Also, sorry, dass ich da so reingeplatzt bin und dass ich, ja, wie der Chat meinte, rumgeschwurbelt habe. Aber ich konnte das jetzt wirklich nicht so stehen lassen. Also, meiner Meinung nach weiß jeder, dass es sein Bruder ist und es ist offensichtlich, was das da gerade war. Aber was war es denn? Warum genau war er denn drin? Ich habe ja auch so meine Vermutungen, aber was denkst du denn? Ja, um Toni bloßzustellen. Ich meine, es gibt genug andere HOs und es gibt genug andere Menschen, keine Ahnung. Ich kann ja jetzt nicht erzählen, dass das jetzt Zufall war. Und das, keine Ahnung, das hat mich jetzt so getriggert. Zumal das ja auch, wenn er sieht, sein Bruder ist drin, dass dann halt entweder das ein Grund ist, um gerade da reinzugehen und mit dem zu reden oder eben eher zu sagen, ne, mein Bruder ist da drin, da gehe ich jetzt nicht rein, weil da ich noch privat irgendwas vorher erklären will. Aber sozusagen, oh nö, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm oder so. Das ist ja wohl der Gipfel der... In diesem Zusammenhang möchte ich die Leute noch mal dran erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ich nämlich mit der Irrenanstalt auf Sendung war und wir gerade diesen Polizeieinsatz besprochen haben, ja, und es genau in dem Moment mein Telefon geklingelt hat und mein Bruder mich angerufen hat, obwohl ich seit Monaten nichts von ihm gehört habe. Und er hat mich dort vorgewarnt. Ja, mir wurde hier... Ja, mir sind die... Ich habe auch Ärger mit der Polizei und hat da irgendwas erzählt, bla bla. Versteht ihr das? Ich habe mir aber gerade noch was ganz anderes überlegt, Toni. Weißt du auch was? Nämlich, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, über die Sache. Und ich hatte da ähnliche Gedanken wie du darüber, interessanterweise. Aber mir fällt gerade noch was ein. Wenn es noch vielleicht eine ganz andere Erklärung gibt, da weißt du jetzt aber natürlich mehr dazu, dass vielleicht dieser Einsatz nie stattgefunden hat und dass er dir vielleicht auch nur Angst machen wollte, damit du dann aufhörst damit, damit bei dir nicht auch die Bullen einmarschieren. Weißt du was, was ich meine? Ja, das muss man alles bei solchen, ich sage mal, Analysen in Betracht ziehen. Das fühlt sich noch nicht gut ein, weil es ist halt Familie. Ja, aber wie gesagt, jeder muss gerade auch in seiner Öffentlichkeitsarbeit immer durch seine Arbeit und durch die Hangouts und whatever, da Rede und Antwort stehen und da irgendwas machen. Ich fand das voll krass, dass er hier reingekommen ist und die flache Erde als Thema aufgegriffen hat und Wahrheit diskutieren wollte. Obwohl er sich den Zusammenhängen vollumfänglich bis jetzt verweigert. Das finde ich voll krass. Das hat eine, nicht nur in Form von Hochnäsigkeit, sondern auch so, das ist so rotzfrech. Rotzfrech. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist echt hart. Ralf ist jetzt noch mal drin. Ralf, sag noch mal was. Jetzt wird mal gar nichts mehr. Ja, Ralf, soll wohl nicht sein. Also, geht wohl irgendwie nicht gerade bei dir. Schade. Kannst vielleicht noch mal switchen, dass du dann vielleicht einfach über, nicht über WLAN, sondern halt ansonsten irgendwie noch Möglichkeiten hast, da über das Handy oder was, noch mal da was. Vielleicht hast du ein bisschen Datenvolumen, vielleicht geht es da irgendwie besser. Ich habe keine Ahnung. Aber so geht es da leider nicht. Wir hören nichts. Wenn du uns jetzt überhaupt hörst. Ich hoffe, dass du noch irgendwie die Sendung... Was? Hat der denn das Mikrofon entmutet? Er war eine ganze Zeit mit gemutetem Mikrofon. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn er das auch zum ersten Mal macht, dann denke ich, muss man dem das erklären. Mikrofon. Ja, aber was mich schon ein bisschen ärgert ist, dass ich da jetzt dann am Schluss auch so überwärgert habe. Dass ich da jetzt auch so emotional geworden bin. Weil genau das wollte der ja. Und das ärgert mich eigentlich wieder, dass ich mich da so hab triggern lassen. Aber ich hatte auch keinen Bock. Allein schon die Schwarz-Voist-Dualität in der Kamera. Aber ja, egal. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock, da jetzt noch stundenlang weiter zu schmurbeln. Über nichts. Ja? Ich meine, ihr kennt das sicherlich schon, dass ihr Sendung gesehen habt. Und wolltet unbedingt da rein. Und hattet voll den Redebedarf. Ihr wolltet unbedingt was sagen zu dem Thema. Und wart da richtig dabei. Und das war einfach nicht der Fall. Da saßt du einfach nur so. Und so Alibi-mäßig mal über irgendwas. Ja, so und so. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wie Sockeninspektor zur Herrschaft steht. Ich glaube, da hat er sich wahrscheinlich noch gar nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Genauso wie bei anderen Sachen auch. Ich bin Domina-Fan, ne? Also ich lasse mich gern von Frauen beherrschen. Echt jetzt? Ja, klar. Da stehe ich voll drauf. Ja, das ist aber kein Zwang. Ja, klar. Die sollen mich ja zwingen, auf die Knie zu gehen. Und wenn ich nicht... Ja, das schlägt. Gibt so einen Knapps auf den Arsch. Nee, ist Spaß. Nein, das ist... Deutsche Typen gibt mir. Okay, du bist selbst einverstanden. Du sagst, ja, du möchtest es. Ach so. Das Wesen des Zwangs ist es, das ist, dass es gegen deinen Willen geschieht. Und das ist das Wesen von Herrschaft. Deswegen hat Domina und Tralala nichts mit Herrschaft zu tun. Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Aber... Rape-Domina käme. Das ist doch völlig egal, was da gemacht wird. Wenn du vergewaltigst, sag mal so. Wenn du vergewaltigst. Auf die Straße und kriegst K.O.-Tropfen oder... Dann geschieht es gegen deinen Willen. Dann ist es Zwang. Dann ist es Herrschaft, ja. Wenn ich das geil finden würde. Wenn was? Wenn ich das geil finden würde. Ja, na dann... Musst du trotzdem die Entscheidung treffen, wie du selbst dazu stehst. Ob du das willst, haben willst und Ja sagst. Oder ob du selbst sagst, ja okay, weißt du, toll ist, ich finde es zwar toll, aber ich lehne es eigentlich ab. Ja, das hat Toni gerade unsere Gesellschaft. Warte mal, warte mal. Das ist das Wesen des freien Willens. Ja. Das herauszukreisen. Hab ich den oder hab ich den nicht? Auf hinaus. Den freien Müll. Genau. Und diese ganze Notlügen und Relativierung und so versuchen, diesen Kernaspekt zu verwischen. Hab ich einen freien Willen? Was bedeutet der freie Wille? Worauf beruht er? Nämlich auf dem Selbsteigentum. Ja. Wir driften ein bisschen ab. Aber es ist vielleicht auch besser so. Mal wieder Themenstruktur ins Gespräch bringen. Naja, es ist ja ziemlich müßig jetzt, weil die zentralen Personen, die es eigentlich ging, warum ich überhaupt die Sendung gemacht habe, ja nicht mehr drin sind. Ja. Deswegen ist ja eigentlich, ja, können wir doch gerne noch irgendwas anderes labern, wenn ihr noch irgendwie was besprechen wollt. Ich glaube, ja, Tony ist ganz einfach. Tony ist von seinen Aufforderungen unter YouTube so verstanden, dass er das jetzt mit dem Tony machen könnte. So wie der Tony gerade erzählt hat. So ein Gespräch. Wahrscheinlich hier. Wenn er nicht unter vier Augen will, dann macht er das halt hier im Hangout. Ich glaube, das war dem seine Intention. Nicht einen Tony bloßstellen. Weil du hast ja... Aber hat denn der Tony... Aber Tony, hast du denn jemals gesagt, dass du nicht unter vier Augen mit ihm sprechen willst? Oder hast du denn da die... Ich muss... Er ist ja nicht. Ich habe eine kontroverse Diskussion mit ihm gehabt bei Facebook und auch eine Situation. Und da habe ich einfach nur geschrieben, die Diskussion ist beendet. Das sind die letzten Worte, die ich an meinen Bruder gesendet habe. Und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich keinem öffentlich draußen da nichts mit ihm abtun werde oder mich da äußern werde, solange ich ihn nicht direkt getroffen habe. Aber ich habe ihm das nicht gesagt so. Ich habe ihm das so nicht gesagt. Das ist nur eine persönliche Entscheidung gewesen. Also jetzt nimm mal hier an Posrak oder wie auch immer man das ausspricht. Guck mal, wenn das wirklich seine Intention war, hier reinzukommen, hätte er es doch sagen können. Er hätte sagen können, ich bin hier drin, um mit meinem Bruder zu sprechen. Tony, komm rein oder sowas. Hätte er doch sagen können. Wäre doch nichts dabei gewesen, oder? Wenn er deswegen reingekommen ist. Aber er hat ja nie direkt gesagt so, dass er Tonis Bruder ist. Insgeheim wussten wir das ja. Aber gesagt hat er es so nicht, weil er hat ja immer gesagt, zu Familienverhältnissen äußert er sich nicht. Ja gut, aber dann war das doch wahrscheinlich dann nicht so eine Intention, hier reinzukommen. Ja, ich denke, der wollte ihm Tony unterschwellig vermitteln, dass die sich halt nochmal privat unterhalten sollten. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Also ich fand es jedenfalls echt ziemlich strange. Ja? Ja, irgendwie kam es auch so fort, dass es um eine Blutstellung ging oder sowas. Ja, aber das musste ja nicht unbedingt stimmen, ja? Weil das ist ja nur das, was ich empfangen habe. Aber vielleicht sei ja was völlig anderes gesendet. Ja? Ich weiß nur, ich bin mir nur ziemlich sicher, dass das, aber was der da gequatscht hat und wie er das dargestellt hat, dass es nicht die Wahrheit war oder zumindest nicht die vollumfängliche Wahrheit. Ja? Und ich fand das auch mit Anna und so, ja, ich wollte dich ja nicht überfordern. Das hat doch jeder gemerkt, oder nicht? Ja. Also. Ja. Ja, Vivi, bist du noch im Chat oder so? Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mal wieder reinkommen würdest. Ehrlich gesagt. Aber ich will jetzt auch nicht zu Kreuze kriechen oder sowas hinterher laufen. Aber ich wäre froh, wenn du mal wieder reinkommen würdest, ehrlich gesagt. Ja? Wer vielleicht würde jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Schwung reinbringen in das Ganze. Ja? Ja. Falls das noch jemand rein will, könnt ihr mir gerne schreiben. Das war auch eigentlich nicht geplant. Ich wollte überhaupt eine Sendung machen. Das war nur, weil ich da mitbekommen habe, dass da irgendwie gestänkert wird und so. Und, äh, ja, und ich wollte auch nicht, weil gerade hier, äh, unser Kai auch so ein Schwobelprinz ist. Ähm, mh, wenn man das nur unter vier Augen klärt oder sowas, dann heißt es hinterher, das habe ich so nicht gesagt oder sowas. Ja, dann lieber hier in die Öffentlichkeitsherren. Und, äh, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte nach fünf Minuten schon einen Plan im Sack. Ich kann euch sogar sagen, das ist jetzt hier eine krasse Überhauptung. Das ist eigentlich nur eine Vermutung. Ich glaube, der steht doch daheim ziemlich unter dem Pantoffel. Der hat überhaupt nichts zu melden, ja, bei seiner Frau. Also ich habe den Eindruck, ja. Ich hatte noch ganz, ganz andere Eindrücke, als er da reinkam, dass es einfach so ein Schwobel ist. Und mir kam das wirklich so vor, als würde ich hier irgendwie als Betriebsleiter, ich bin kein Betriebsleiter, aber als würde ich, wenn ich das wäre, einen Vorstellungsgespräch führen und da ist jemand drin und der irgendwie jetzt irgendwas schwobelt. Ja? Also so, mein Vater zum Beispiel, der ist Unternehmer, ja. Und der kennt solche Leute auch zu Genüge und hat überhaupt keinen Bock drauf. Wenn da so jemand reinkommt, ist der eigentlich ziemlich schnell fertig mit dem. Ja? Das ist genauso wie Leute, die Bewerbung schreiben, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen oder so irgendwas. Diese Flossgelden. Ja? Die Leute wahrscheinlich vom Arbeitsamt oder von der Schule oder wer auch immer denen das eingedrichtert hat. So funktioniert das nicht. Ja? Bewerbungen sind generell sowieso scheiße, aber wenn dann überhaupt eine Bewerbung, dann so eine Kacke da reinzuschreiben oder so einen Müll dazu erzählen, ja. Und immer so allgemein und dralala und dieses bla 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 bla. Also ich müsste da wirklich recht geben, Toni, ne. Also gut, ich muss sagen, ich kenne jetzt aber auch nicht so viele Lkw-Fahrer, aber der hat für mich nicht gesprochen wie ein Lkw-Fahrer. Also so stelle ich mir das irgendwie nicht vor, ja. Das ist irgendwie... Also du bist jetzt bei Kämpfer. Ja, ja, genau, ja. Also das war irgendwie schon für mich, ja, das war ja auch für mich gezielt auch, ja. Wie er da gesprochen hat, wie er mal wieder abgelenkt hat, das und das, falsche Behauptungen mit eingeflochten und sowas. Ja, aber wir haben viel zu lange gebraucht. Also das hat am zweiten Tag da nochmal, wir hätten das am ersten schon, schon beim ersten Kontakt. Ja, aber ich muss sagen, weißt du, das ist halt immer so bei mir. Wir haben ja schon mal gesagt, ja, so Leute, die müssen wir gleich rausschmeißen oder so, ja. Aber das Problem ist, das Problem ist halt, dass, ja, ich zweifle da irgendwie trotzdem immer an meiner Wahrnehmung. Ich denke dann immer so, gerade auch jetzt hier mit Sam oder so, dass ihr euch ja nett unterhalten habt, da auf Discord und so, wo ich dann so denke, ja... Bei Sockeninspektor, bei Sockeninspektor hat es doch besser funktioniert. Ja, also ich hatte einfach, bei Sockeninspektor war es jetzt so, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, mir diese Kacke anzuhören und das wäre endlos weitergegangen, ja. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf, ja. Und dadurch wurde jetzt halt eine Situation erzeugt, wo ich nochmal gesagt habe, jetzt bringt es auf den Punkt oder so und dann ist er mit dem Geschwurbel gekommen und dann hatte ich halt auch einen Grund, ihn da zu entfernen aus der Sendung, ja. Das hat mich halt auch einfach unglaublich gelangweilt, muss ich aber auch sagen, ja. Und wie gesagt, da mit dem anderen oder so, ich wollte einfach mal, ja, das kann man, das im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, mit diesem Kai oder so, immer im Nachhinein, aber man denkt ja immer noch, ja, man will das irgendwie analysieren, man will sich irgendwie sicher sein, ja. Und so, ne. Und, ja. Vor allem, der war ja am Anfang sehr freundlich und sowas, ne. Und dralala und ha, ha, ha. Aber das war für mich nicht echt. Von Anfang an nicht. Ja. Und vor allem auch, es kann sein, dass er mich irgendwie ein ganz kleines bisschen besser leiden kann, aber gerade auch die Freundlichkeit gegenüber dir, Toni, oder so, die war für mich total, es war für mich die absolute Heuchelei, wie der gesprochen hat. Von Anfang an. Ja. Also, dass er uns irgendwas Schönes erzählt hat, was wir hören wollen. So kam er das von Anfang an vor. Also, das war für mich nicht authentisch. Ja. Und sein ganzes Geschwobel, wo er immer was erzählen will, wie oft der gesagt hat, oh, ich bin seit 20 Jahren dabei. Erstens mal, wie will man das überhaupt überprüfen? Zweitens, selbst wenn es stimmt, das ist das absolute Armutszeugnis, dass er dann immer noch bei dem Stand ist, wo er jetzt ist. Warum hat er eigentlich gesagt, so zwei, drei Jahre? Fand ich echt voll. Ganz einfach voll. Er hat seit 20 Jahren irgendwas gemacht. Aber jetzt mal im Ernst. Aber jetzt mal wirklich im Ernst. Aber das ist doch ein Armutszeugnis, wenn du 20 Jahre tatsächlich, gerade da hat er schon zugegeben, dass es nicht stimmt. Ja, weil er hat gesagt, 9-11, und das ist 16 Jahre her. Und nicht 20. Aber das hat er ja auch schon irgendwie mal zugegeben, kleinlaut. Aber das ist so ein Ding, ich meine, was sagt denn das darüber aus? Was sagt denn das darüber aus, wenn ich seit 20 Jahren mich mit diesen Dingen befasse und trotzdem nichts verstanden habe? Oder hat das ja sogar ganz ehrlich gesagt, dass er nichts gerafft hat? Aber das ist doch ein Armutszeugnis. Und dann ist es doch, wenn man sich nur ein paar Jahre mit irgendwas befasst hat, und dann wesentlich weiter ist, dann ist das doch eigentlich, was gibt es da zu lachen? Was gibt es denn da zu lachen? Das ist doch eher, er ist doch eigentlich eher lachhaft dann. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie lange man sich schon mit irgendwas befasst, sondern was halt wichtig ist, zu welchen Schlüssen bin ich gelangt halt eben? Ja, was war das endgültige Ergebnis? Und selbst jemand, der das noch nicht gerafft hat, warte ich gerade. Wovon? Na, davon, dass der Prozess bei mir vor zwei, drei Jahren losging mit der flachen Erde. Okay. Also, das Thema umschiffen. Ja, gut, dass das kann sein. Noch einen drüber setzen. Moin, ich mache das seit 20 Jahren. Ja, ja. Ja, was soll denn das? Weißt du, für mich war das so ein Schwätzer. Für mich ist das so jemand, ne, ich würde jetzt da sitzen, und so, kommt ein Bewerber und er erzählt mir, er beherrscht verhandlungssicher Englisch. Und dann fängt man einfach mal an, Englisch mit dem zu reden, verhandlungssicher. Und dann kommt das aber sehr schnell raus, ob er das wirklich jetzt verhandlungssicher beherrscht oder eben nicht. Ja, und so ein Zeug. Und das war für mich, war das einfach, nee, das war für mich einfach irgendwie vollmundig, irgendwas behaupten oder sowas. Ja, und komischerweise, andere Leute behaupten das nicht. Andere Leute, die ich kenne, die gehen nicht hin. Oh, ich mache immer schon seit 20 Jahren und das und das. Das für mich, wenn alle Leute, von denen ich das bisher gehört habe, in meinem ganzen Leben, ausnahmslos, waren alles Flachzangen. Ich kenne das auch. Die Leute sollten mal darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn Menschen einfach nur ehrlich sind, dann ausgelacht werden. Ja? Ja, zwei, drei Jahre. Da ist jemand ehrlich und wird ausgelacht. Ja, also was soll das? Was der Ray, Ray Uber schreibt, ich habe auch letztens mit diesem Kanal in den Discord geredet, sah es schon nach zwei Minuten genauso wie du. Ja, Ray Uber, du kannst übrigens gerne rankommen. Ähm, ja, also, also, weißt du, also wirklich jetzt alle ausnahmslos, die ich kenne, die immer sagen, entweder sind das Sprüche, oh, ich hatte schon die und die Schlägerei und, yeah, und dass die Leute, weiß ich nicht, wenn du dahin gehst, ey, was guckst du denn so blöd oder so? Nee, ich habe nicht geguckt, aber er hatte schon so viele Schlägerei und ist der super Schlägertyp, der absolute Prusli, ja, aber scheiß dich direkt in die Hose, wenn du irgendwas sagst, so Leute zum Beispiel, wo immer irgendwas da war, oder ich kenne auch Leute, gerade im Berufsleben, die eigentlich nur Kacke bauen oder wirklich unterdurchschnittlich ihren Job machen, ja, ich mache das schon seit 20 Jahren, ja, ich mache seit 20 Jahren irgendeine Kacke, ja, oder vor 20 Jahren war es vielleicht mal aktuell, aber heute in keinster Weise mehr, ja, oder sowas, das hat nichts zu bedeuten und vor allem ist das irgendwie ein, wie nennt sich, eine Drogen ist eine Täuschung. Eine Drogen ist eine Täuschung? Nee, ich finde eigentlich, eine Drogen ist, wenn die ehrlich gemeint ist, doch die Wahrheit, oder nicht? Ja, aber bei den meisten ist es, also wenn du irgendetwas androhst, dann solltest du auch zu 100% dazu stehen und das halt auch durchziehen wollen, ja. Ansonsten ist es eine Täuschung, ja. Ja. Klar. Und das meiste, und die meisten Leute, was? Ja, ansonsten ist es eine Täuschung, ja. Ja, also, und ich kann auch wirklich sagen, alle, zum Beispiel gibt es immer so Leute, ja, schau dir mal dem was zum Auge, wenn ich den sehe, ja. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, es gibt mit Sicherheit Leute, die machen das auch, aber ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemand, der das gesagt hat, das auch gemacht hat. Noch nie. Wirklich nicht. Ja. Und was ich dadurch erlebt habe, dass es gibt Leute, die haben das nicht rosatisch angekündigt oder so, die machen das halt einfach, ja. gut oft auch unter Alkohol einfluss, aber egal. Und, ähm, aber das ist, ja, aber die, die das so behaupten, also Leute, stell dich immer eine Frage, stell dich immer eine Frage, warum hat es jemand nötig, das und das jetzt zu sagen? Hm? Hat Vitali Klitschko es nötig zu erzählen, äh, ich hatte schon so viele Boxkämpfe. Nein. Der wird wahrscheinlich nie über sowas reden. Warum? Er hat es einfach nicht nötig, ja. Und, äh, jemand, der sich vielleicht intensiv befasst hat, mit verschiedenen Themen jetzt, äh, äh, Juhsas-Szenen oder so auch immer, und hat da jetzt irgendwie einen Überblick, der hat es einfach nicht, oder, warum hat es jemand nötig, das zu sagen? Ich mach das schon sehr, warum sagt das jemand? Was ist die Intention dahinter? Also nicht nur hören, was jemand sagt, sondern, warum sagt er das eigentlich? Warum hat er das nötig, das jetzt zu sagen? Ja? Das stimmt immer schon irgendwas nicht. Das ist genauso wie mit Leuten, die mit Geld prallen oder so. Was? Im Chat, ja, äh, GTR 2, wie testen wir Wahres mit Toni Mahoney? Ja, genau, schaut euch das Video an, und schaut euch das Video bitte in dem Bewusstsein an, dass das ein privates Gespräch war, welches, welches mir nach der Aufnahme erst, äh, äh, offenkundig wurde, ja. Das heißt, Jabba hat das verheimlicht, dass er das aufzeichnet, und hat mich danach erst, äh, gefragt, ob ich einverstanden bin, dass das veröffentlicht wird, ja. Deswegen bin ich auch so zurückhaltend, aber, naja. Ja, also wie gesagt, stellt sich echt mal die Frage, warum Leute einfach, verschiedene Sachen behaupten, oder warum sie sich hinstellen, und das geht auch noch weiter, zum Beispiel auch Leute, die mit Geld prallen, oder sowas, oder müssen da irgendwie immer, irgendwie, oder was nach außen tragen, und das ist auch immer schon, das ist auch immer schon eine Frage, warum macht das jetzt jemand, ja, oder warum so, so offensichtlich, oder so, ja, äh, auch immer schon, ja, einmal halt die Frage stellen, ja, äh, warum einfach bestimmte Sachen, oder warum jemand immer so, unbedingt herausstellen will, wie schlau er ist, oder so, oder was auch immer, ja, das kann man wirklich beliebig weit, weiterführen, und dann immer die Frage stellen, warum ist das so, warum macht der das, und Leute, ich kann euch sagen, das ist ja, befasst euch mal ein bisschen mit Praxeologie, oder so, es gibt immer einen Grund für menschliches Handeln, ja, und den gilt es halt eben herauszufinden, ja, und bei, bei manchen ist das halt völlig offensichtlich, warum sie so handeln, dann ist dann auch, äh, das ist dann auch, ähm, äh, konkurrentes Handeln, also, dass das passt einfach zusammen, das, was sie sagen, und was sie tun, es passt zusammen, ja, und, ähm, und bei dem einen oder anderen eben nicht, und ich finde, das war vorhin mit, äh, Stefan so in dem Gespräch, das hat irgendwie für mich alles nicht so zusammengepasst, und, äh, ich habe gerade, ich habe gerade ein sehr interessantes Bild entdeckt, äh, das brauche ich auch nicht zu teilen, das reicht, wenn ihr euch das vorstellt, ja, so ein, so ein Halloween-Kürbis, ja, wo innen so ein Lichtchen brennt, und da ist ein Text eingeschnitzt, in den Halloween-Kürbis, und da steht drauf, sieht wirklich total cool aus, the Earth is flat, und dieses, äh, Bild teilt, äh, Flat Earth Matters, ja, und, ja, ich, ich muss das momentan so richtig, richtig abfeiern, ja, weil, ähm, für mich sieht es so aus, als wenn deine Wahrheit mit einer weiteren Täuschung, äh, und Verhöhnung transportiert wird, ja, denn wir alle wissen, was, äh, dass das Halloween-Fest, nicht nur, nach optisch, nach außen, sondern auch generell vom Wesen her, satanischen Ursprungs ist, egal, welchen Hintergrund das jetzt genau hat, ja, also es ist auch eine, eine, eine Lüge und eine Täuschung, und, äh, die Leute zelebrieren es, ja, es ist für mich manifestiert, das im höchsten Maß, die Unreflektiertheit, der Leute, die das dann teilen, ja, und ich, ich war kurz davor, da drauf zu klicken, das zu teilen, ja, das ist wirklich die Verhöhnung, das ist totale Verhöhnung. Das ist echt der Hammer. Ich finde das total toll. Also, wenn man das dann selbst erkennt, ja, also, ich finde das voll der Hammer, voll der Hammer, dieser Kürbis. Krass. Ja. Zurück ins Studio. Ja, ich muss mich mal ein bisschen ablenken. Ja, mir fällt jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr so wirklich viel ein, oder so, also wie gesagt, wenn noch Leute rein wollen, oder so, Batman, Batman, jetzt kommst du doch noch rein, ja, komm mal, mit Batman Outfit, und dann, ich bin Batman, ja, mit den Verbrechen hier, es wird immer schwerer. Ja, keine Ahnung. Ja, ich gucke auch gerade auf die Uhr und merke gerade, wie lange bist du eigentlich schon nach Sendung? Ach so, 16 Uhr, aber ich weiß nicht, ob ich noch lange mache, also vielleicht, vielleicht mache ich jetzt noch durch, bis 21 Uhr, wenn da noch irgendwie was passiert, was interessant ist, ansonsten, würde ich dann, denke ich, auch Schluss machen, so irgendwie, jetzt hast du noch Ende. Die, die hätte vorhin 80 Zuschauer irgendwie, oder so, 70, 80 Zuschauer, ist heute auch flache Erde live, ich habe jetzt noch mal geguckt, was noch so geht. Ich weiß es ja, ich sage gar nicht. Aber übrigens, ich würde sehr, sehr gerne, sehr gerne wirklich mal mit Cesar, eine Sendung machen, ja, vielleicht auch dann mit diesem Globalist und sowas, weil Cesar hat sich ja sehr, sehr viel befasst mit den ganzen Dingen. Flache Erde 72 Zuschauer. Ja, also das sagt doch schon einiges aus, ja. Und, weißt du, ich gucke mal, wie viele Zuschauer das vorher hatte, mal vor, keine Ahnung, halben Jahr oder so, aber, nee, egal, ich finde Cesar, ich würde den gerne mal reinholen und da auch mal dann, aber ich weiß nicht, wie der dazu steht oder ob der da überhaupt Bock hat und der ist ja da auch mit Deceptions.org und alles und dann haben wir das ja kritisiert, ich habe keine Ahnung, wie der dazu steht. ich frage ihn gerne mal, ja, ist kein Problem. Ja, dass wir den mal reinholen, Globalist und sowas wählen und noch ein paar andere halt, ja, für mich hat sich das nicht erschlossen mit der, mit der Gravitation, also, dass, dass es dann wirklich Gravitation sein muss, ja, weil das halt gerade irgendwie eine passende Erklärung ist, also, wie gesagt, für mich, für mich hat sich das nicht 100 Prozent, Mensch, das heißt jetzt aber nicht, dass es keine Gravitation gibt, aber ich sage halt nur, dass irgendwie der Beweis für mich gefehlt hat, ne, das wäre mal interessant, auch dieses Kevin-Dich-Experiment nochmal genauer in die Lupe zu nehmen, ne, finde ich zumindest mal, ähm, ich finde das ganze Experiment total abstrus, ja, so, das wäre auch mal interessant, also, das sind ja, glaube ich, Kugeln oder sowas, ne, was passiert, wenn man ein anderes Element oder eine andere Sache da einsetzen würde oder so, ja, oder was wäre damit, oder geht das nur mit diesen Kugeln oder was, ne, das ist übrigens genauso wie mit diesem, das kleine Video von James Bond hat es wirklich böse, böse auf den Punkt gebraucht, halt, also, dieses Experiment einfach kein Beweis ist, sondern eher fürs Gegenteil, so, ja, und dann gibt es ja noch dieses Pendel da, wie nennt sich denn das nochmal, dieses, was irgendwie die Erdrotation beweisen soll, oder was? Fukuosche Pendel, ist das. Ja, das ist auch so ein Ding, ne, wo ich mir auch denke, okay, warum muss es gerade dieses Pendel sein, warum geht das nicht mit? Da haben auch ganz viele Mainstreamer, am Juppies, da auch schon Videos drüber gemacht mit so großen Kugeln, die da ein Pendel, ich finde das total, ich finde das mittlerweile total witzig. Hör mal die Frage, warum ist das jetzt ein Beweis für eine Erdrotation oder sowas, ja, äh, ja. Das ist schon total witzig, wie Leute auf der flachen Erde versuchen, irgendwelche Kugelgeschichten, ja, ich finde auch zum Beispiel das Rad, das Rad unheimlich interessant, ja, so als, als Funktion, ja, also die, es gibt eine Band, die ich total krass finde, weil ich da auch irgendwie so den Maurerbezug entdeckt habe, sie sagen es sogar in den, sie sagen wirklich freien Maurer in einem ihrer Songs, ich werde das glaube ich mal raussuchen, aber das ist so platziert, dass man es bewusst nicht so wahrnimmt, ja, ist völlig, völlig da, vielleicht sollte ich da mal ein Video drüber machen, auf jeden Fall heißt den ihr Label Kreismusik und ja, der Kreis, ja, finde ich unheimlich faszinierend, da ist das Rad drin und die Zeit ist da drin und boah, ja, und dies ist auch das Grundelement, ja, oder das, das, nicht das Genick, der Backbone, das Rückgrat, das ist das Rückgrat der Heliozentrik, der Kreis, das ist der, ja, versucht mal, das Weltbild philosophisch zu betrachten, finde ich hochspannend, ja, aber philosophisch jetzt aus dem, nicht aus dem, was als Philosophie definiert ist, wie Stefan das vorhin versucht hat, hier wieder einen Mann zu bringen, sondern indem man wirklich diesen gedankenfreien Lauf lässt und in diesem freien Lauf lassen in den Austausch gerät, und sich gegenseitig befruchtet, ja, das ist das, was für mich philosophisch ist, also wenn Leute sich ihren Gedanken freien Lauf lassen und dann neue Dinge entstehen, ja, und das ist nicht, was Psychologen oder was weiß ich als Philosophie da irgendwie definieren, das ganze Gespräch von den ganzen Griechen und, 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 muss ich da wirklich ein bisschen, ein bisschen befreien, ja, weil das alles Verklärung ist und Verkleisterung von, von, von ganz, ganz wichtigen Grundlagen, Lebensgrundlagen, Moral und so weiter, ja, oder Kreis, Kreismusik, gibt es auch einen Song und das steigert sich so, ich glaube, bei Pi ist das so, ein Song von denen heißt Pi, das ist, und, und, und der steigert sich zum Schluss und am Ende prüben sie, ja, der Kreis, boah, also das, was oben drüber steht, alles, ziemlich krass. Ja, mal sehen wir, wie gesagt, traut euch, traut euch, traut euch, ja, genau, ja, es hätte mich wirklich gefreut, wenn Vivi noch mal reingekommen wäre, ne, ja, wie gesagt, also, frag den wirklich mal, ja, also ich will da auch wirklich, ich will da auch keine Beef-Sendung machen oder sowas, ja, und, ich finde auch mit diesem Globalist, das finde ich weitaus weniger schlimm, als, als jetzt Tab, also, das Problem ist, hat eben, das Kombination mit Tab, er provoziert das ständig unterschwellig und das geht dann immer in eine bestimmte Richtung und ich finde, mit dem Globalist, also, ich fand den gar nicht so mega krass, ja, also, ich fand den, der, finde auch nicht, dass der irgendwie noch nachgetreten hat bei irgendwelchen Sachen oder da ist irgendwie, gut, du hast sehr geträger gefühlt von dem, das kann sein, aber ich fand den jetzt, das ging eigentlich, ich finde, mit dem konnte man sich eigentlich normal unterhalten, ja, über das Thema. Und mir geht es halt auch wirklich darum, weil ich es halt echt interessant finde, die Sache halt, ne, und ich da auch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen bin und so, ne, und, ja, das ist ja gerade so eine Sendung, wäre immer super spannend, dass jeder mal solche Sachen bringen kann und zum Beispiel er dann mit seinem Zeug und dann vielleicht César nochmal, was er dazu sagt, da muss man sich auch nicht alle Videos da irgendwie raussuchen, wo jemand mal irgendwo was gesagt hat, da hat man alles schön drin und hat die Ansprechpartner direkt parat, das finde ich eigentlich total geil, ja, und dann mal, dass man dann irgendwie dann halt weiterkommt oder sowas, ja, den Sinnwelle könnt ihr auch noch reinholen, ja, wie könnte man das reinholen, Toni, also ich, du, César, Sinnwelle, Globalist, wer noch, was hättest du denn noch so für Wunschkandidaten, die man da reinholen könnte? Ja, Du hörst übrigens dein Mikrofon noch stumm, also man hört nichts. Ja, Toni, du sollst dich ermuten, wenn du redest. Ja, ich hab's grad selber mitgedickt. Am liebsten hätte ich einen Liliozentriker, der so ist wie Kurt. Ja, so, so was. vielleicht sogar Sockeninspektor. Ah! In Bezug auf Heliozentrik, ja, so, wenn man genau nur dieses Gebiet, ja. Ja, also, wobei, wobei auch, aber das funktioniert ja leider nicht, weil er, weil er da ja nicht gewillt ist, sich mit, mit, mit anderen Theorien auseinanderzusetzen. Das ist ja müßig. Das war ja nur eine Spinnerei jetzt. Ja. Ja, also vielleicht, vielleicht fällt ja noch der eine oder andere ein oder so. Vielleicht sogar den Physiker hier, mit dem ich das Video gemacht habe, das wäre vielleicht auch nochmal interessant, wenn er Lust hat. Ja, das ist immer so, ich weiß, wie du meinst, du meinst Wetzelblauen, ne? Ja, Wetzelblauen. Ja, den hätte ich. Das Video ist schon über 100.000 Zugriffe. Ja, ich hab's gesehen, ja. Ich hätt den, ich hätt den auch mal sehr gerne drin, das Problem ist immer nur, ich hab den ja schon öfter mal die Sendung eingeladen und ich hab leider so ein bisschen Eindruck, das war übrigens so sehr, wie bei Schatz Krügel, den hatte ich auch öfter eingeladen, dass es einfach, dass es vielleicht so ein bisschen anruhigig ist, hier in die Sendung einzugehen, vielleicht auch für ihn. Das weiß ich nicht. Also, ich will jetzt nichts unterstellen. Also, ich hätt ihn wirklich sehr gerne drin, Wetzelblauen. Das hat eher was mit so einem gewissen Kontrollbedürfnis zu tun, ja. Also, da kann ich ihm auch zu 100% beipflichten, ohne, ich will ja jetzt auch jetzt hier nicht irgendeinen Kontrollwahn unterstellen oder so, nein, nein, so ein Bedürfnis danach, ja, solange man im Dialog ist, kann man das, kann man, kann man das besser für sich auch verfolgen, ja, und abklären und strukturiert rangehen und je mehr Charaktere da dazukommen, führt das halt dazu, dass die Eventualität, dass es halt dann auch zu Ausbrüchen oder so kommt, ja, das ist dann zu hoch, ja, und deswegen beschränkt man sich erstmal darauf. Also, ich möchte es nicht ausschließen. Da springt ein Punkt, das muss erstmal wieder einen Dialog nochmal herstellen und mal gucken, ob sich der Kenntnisstand da irgendwie über die Einstellung vielleicht auch verändert hat und wenn es sich dann nicht irgendwann bereit, auch mal in den Hangout zu kommen. Vielleicht findest du ihn ja mal irgendwie, du kannst ihn ja mal vielleicht anschreiben, aber ich habe dem so oft geschrieben, komm mir jetzt hier rein und so, bitte mal, oder was, keine Ahnung, ich will da auch nicht, das 100 Mal, was? So funktioniert das nicht, es ist zu, zu, zu trashig, die Leute sind da zu, die denken zu strukturiert, ja, so. Ich glaube, das ist aber auch so, weil das ist auch jemand, der ist ja seriös, ja, und das hier so vielleicht unseriös, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will da echt nichts Falsches sagen, also, das hat vielleicht ganz andere Gründe, weil er vielleicht wirklich gerade keine Zeit hat oder so, aber das waren auch für mich auch so die Gründe, warum ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Charles Krüger nicht da reinkam, ne, hat ja auch immer gesagt, ja, wir müssen sich besser vorbereiten und das und das und so, und deswegen haut es nicht hin und das war halt für mich irgendwie so, ich denke, eigentlich ist es auch die falsche Herangehensweise, ja, an solche Sachen, warum, warum sucht man sich immer Leute, die irgendwie eine Reichweite haben, ja, also zum Beispiel heute das mit, mit James Bond fand ich total geil, ja, wie er das Video da zusammengeschnitten hat, das sind eher so Charaktere, die würden mich in der Sendung viel, viel, viel mehr interessieren. Ja, aber hat denn, hat der Bildswald Blau denn so eine Riesenreichweite, er hatte so einen Riesenkanal, aber ich weiß es nicht. Hat er auch nicht in dem Maß, also das Video hat halt herausgestochen, das hat aber damit zu tun, dass sich, dass sich, sage ich mal, zwei Reichweiten überschnitten haben und dadurch entsteht dann, ja, so, das ist, also, also James Bond, ja, also übrigens James Bond, ähm, wie gesagt, also, da war doch irgendwas, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das James Bond war, ich müsste jetzt das Video und mir nochmal reinziehen, also wenn ich jetzt was halbeste sage, korrigiere mich gerne, ähm, dass ich da irgendwie dieses Spiel da gestreamt hatte, also Elex, und, dass der da irgendwie gesagt hatte, mit, ähm, dass man Menschen unter Naturschutz stellen müsste oder so, und dann, hab ich da, glaub ich, irgendwie gefragt, ja, wie meinst du denn das, der hat immer nur ausgewichen, immer nur rumgeschwurrt, die ganze Zeit, und dann hab ich gesagt, ich frag dich jetzt noch einmal, und dann kam nur wieder Dreck und dann hab ich ihn rausgeschmissen. Wenn das der war, also, es kann sein, dass ich da jetzt noch was verwechsle, ne, also, ähm, aber der ist doch, ist ja auch nur auf dem Gaming-Kanal jetzt, glaub ich, auch dann gesperrt, ne, also, ansonsten, wenn, wenn das Ding, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt wirklich nicht, ähm, ja, aber rein theoretisch könnte man den ja mal reinholen, aber haben wir nicht schon öfter mal gesagt, hier, komm rein, und er kam nicht rein? Übrigens, James Bond, wenn du zuguckst, hier, kommt auch rein in die Sendung. Du könntest uns das doch mal erklären mit dem Naturschutz da, also, weiß ich nicht. Ich hab das nicht verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht war das vielleicht so eine Form von Kryptosozialismus oder so. Keine Ahnung. Ich hatte doch irgendwie das Gefühl, dass vorhin dieser Kai, gerade weil vielleicht seine Freundin anwesend war, dann so drauf gepocht hat, oh, wie redest du denn mit einer Frau? Und so, ne? Das war übrigens auch noch so ein Punkt, ja. Ähm, ja. Vielleicht könnt ihr ja dann noch ein paar Punkte sammeln oder so, ne? Ähm, für mich war das übrigens so, äh, klar gibt's die Situation, da sollte man schon einer Frau helfen, aber, das war für mich so ein Ding, wo eigentlich klar war, die kommt doch selber irgendwie klar, und, ähm, und vor allem, für mich hat jetzt nicht eine Frau da irgendwie groß Sonderrechte oder so. ja, also mit einem Mann darf man abfällig reden, aber mit der Frau, das darf man nicht oder so. Ja, da muss man immer wieder das tun. Da soll man ja gleich fragen. Ich bin für Emanzipation. Ja, das ist ja das, was Leute nicht kapieren, ne? Frauen kämpfen von mal sagen müssen, so. Ich hatte übrigens mal... Frauen anschreien und Frauen nicht. Ich hatte übrigens mal, das war mal am Job oder so, weil irgendwie das Thema Gleichstellungspolitik kam, und, ähm, wo ich dann gesagt habe, äh, ich halte eher mehr von Gleichberechtigung, ne? Und, äh, ich hab das hat mal einen Punkt gebracht, ähm, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung und so. Äh, und manchmal eher als Hindernis an. es gibt auch Frauen bei, bei der Polizei, ne? Frauen. Wenn die jetzt zu einer Massenschlägerei, äh, gerufen werden, äh, Entschuldigung, wenn da Brecher stehen, da ist die Frau eher hinderlich für ihren Kollegen, weil der muss ja auch noch ein Auge haben auf die. Gut, das mag ich sagen. Gut, die Polizei ist jetzt auch so ein Beispiel, weil das ist ja, durch Zwangsgelder finanziert, das ist schwierig. Aber sagen wir jetzt mal ein Sicherheitsunternehmen. Normales, ja? Ja, oder Sicherheitsunternehmen. Aber ich weiß ja, weil es ist einfach so, ja, aber es ist einfach so, dass, ähm, wo es auf Körperkontakt ankommt, dass der einfach, äh, wobei ich kenne da auch die eine oder andere Dame, äh, die, der sollte sich auch nicht anlegen. Aber das ist, äh, trotzdem, ist es so, trotzdem ist es so, dass, äh, ähm, zum Beispiel, äh, ja, dass einfach der Unternehmer, der muss halt das Recht haben, da einzustellen, wen er will. Ja? Ohne, dass da jetzt zwangsweise gesagt wird, nee, es muss jetzt eine Frauenquote oder keine Ahnung was, ja? Und wenn der der Meinung ist, äh, der will jetzt dann nur Frauen einstellen oder was auch immer und das dann Unternehmen aber dadurch nicht richtig funktioniert in gewissen Situationen, dann hat er halt eben Pech gehabt. Aber, wenn du musst halt jeder irgendwie auch das, das Recht dazu haben, ne? Das ist halt so zu machen. Ne? Ähm, ja, also mir ist das alles ein Dorn im Auge. Also ich mag das alles gar nicht. Die Gleichstellungspolitik, Gleichstellungsbeauftragter, Betriebsrat, ich halte auch von Betriebsräten überhaupt nichts. Ja? Der Behälter schon mal. Also ich bin da wirklich, das ist alles so, wobei das jetzt eher wieder nachteilig ist für das Unternehmer in erster Linie, also für, aber das ist alles so irgendwie, wobei das kann ja für den, für den Arbeitnehmer auch nachteilig sein oder sowas, weil dann der Betriebsrat noch irgendwie was und, und so ein Zeug. Also ich finde da irgendwie, ja, keine Ahnung. Ähm, ich kenne da auch so ein paar Kandidaten, ich kenne da so ein paar Kandidaten, ich kenne da so einen, ne, äh, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir und, ähm, ist auch so einer, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also da hatte ich ein neues Unternehmen angefangen und ich hatte irgendwie mal zufällig Dienst mit dem und dann kam da irgendwie dieses Gespräch und da war ich von Anfang an und durch, ne, und der hat doch, bin ich mir auch ziemlich sicher, im Nachhinein, auf den Nachhinein eine Stimmung dagegen mich gemacht, ja, äh, und das, äh, war halt dann irgendwie schlecht, das hätte man da besser nicht angesprochen und das ist so jemand, der hat dann mal was Interessantes erzählt, ist er weggegangen und saß da rum und irgendwie waren die weg und dann kam wohl irgendwie mit, mit ein paar Kolleginnen war er weg und so mit ein paar Leuten und dann kamen wohl irgendwie so Russen und haben irgendwie die, die Kolleginnen oder ein, zwei Kolleginnen angemacht oder irgendwas, ja, es war so in der Grauzone, es war grenzwertig und, ähm, ja, und dann hat er irgendwie dann so erzählt, so, ja, aber im Nachhinein, ja, aber im Endeffekt hat er einfach dabei zugesehen, dass die da irgendwie angegraben wurden und so hat nichts gemacht und hat dann in meinem Nachhinein da gesessen, ja, aber wenn da jetzt noch was gekommen wäre, aber dann hätte ich aber hier, ne, oh, ja, und das war irgendwie so, stand dann noch da als super Weiberheld oder was, ne, wo ich mir dann echt dachte, du bist ein Feiglegen, du bist ein Feiglegen, ja, du hast nichts gemacht, du standst daneben und hast nichts gemacht und willst jetzt hier erzählen, aber wenn noch was gekommen wäre, dann hättest du aber und das fanden die Weiber sogar noch toll und da habe ich mir echt gedacht, was seid ihr eigentlich für armselige, ähm, weiß ich nicht, also wie er die Situation beschrieben hat, ich hätte da glaube ich anders reagiert, ja, und, ähm, es ist alles so, so, äh, weiß ich nicht, also, nee, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, dass halt eben, dass ich mal über sowas da gesprochen hatte und so und, ähm, muss ich sagen, seitdem habe ich auch solche Themen nicht mehr angefasst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, äh, das ist halt einfach, und was Leute für eine ganz komische Vorstellung haben oder so, und das ist heute wirklich weit verbreitet, dass die Frau um jeden Preis bevorzugt werden muss und das ist halt für Leute dann irgendwie Gleichberechtigung oder sowas, ja, das ist halt irgendwie und das ist halt dieses Erzwungene auch und so und für mich ist das eine Verhöhnung der Frau teilweise, ne, auch diese Frauenquoten oder sowas, ne, auch in, äh, in der Chefetage oder so, Vorstand oder wo auch immer, dass dann halt, äh, dass halt hier so und so viele und das ist für mich eine Verhöhnung, weil das zeigt ja einfach, äh, ja, du bist eine Frau, du bist zu schwach, du bist, du schaffst das einfach nicht und wir müssen dir auf die Beine helfen durch unsere Quote und dann kannst du es vielleicht auch schaffen, ja, aber richtige Frauen, selbstbewusste Frauen, auch durchsetzungsfähige Frauen, die brauchen keine Quote oder sowas, die schaffen das auch selber, ja, aus eigener Leistung schaffen die das dann halt eben dahin, ne, und die brauchen, und solche Frauen, die brauchen das nicht, ja, und für mich, für mich ist das einfach, äh, für mich ist das eigentlich sexistisch, ganz ehrlich, also sozusagen, nee, weil du eine Frau bist, deswegen müssen wir dich jetzt hier speziell behandeln oder sowas, ja, äh, also sehe ich halt völlig anders, ja, ähm, ja, apropos, äh, wo du das vorhin da erwähnt hast mit dem, keine Ahnung, dem Typ, der da, der da nicht geholfen hat, ich war letztes Jahr bei meiner Mutter und, äh, die schaut da auch immer so, scheiße, Punkt 12 oder so heißt die Kacke, da hat da irgendjemand gesagt, ja, die hätten, ein Freund und seine Freundin hätten da gezehrt, und dann ist so ein Schwarzer gekommen, der hätte die erst ausgeraubt, und danach hat er die Freundin aus dem Zelt gezehrt, und mit so einem Bein oder irgend sowas bedroht, und er hätte sie dann vergewaltigt, und der Typ musste zusehen, wie sie vergewaltigt wird, und der hat gar nichts gemacht, nicht nur eine Scheiße, ich habe mir erinnert, der arme Typ, ne, also der ist doch jetzt geschädigt für sein Leben, er musste zusehen, ja, der arme Typ, also was jetzt mit der Frau passiert ist und der so nicht geholfen hat und sowas, das ist alles zweitrangig, gut, je nachdem wie die Situation war, ich weiß es ja nicht, aber, ähm, aber, aber dass er zusehen musste, das ist ja wirklich mit Abstand das Schlimmste an der ganzen Geschichte, ja, muss man ja doch schon sagen, und ich merke das, ich merke das immer wieder, ne, Leute wie ich oder so, ne, hier dann, oh, der hat ja was zu Anna gesagt oder was auch immer, ne, und ich kenne so viele, die wirklich Frauen richtig scheiße behandeln, ja, und da sagt keine Sau was, da würde keiner hingehen und sagen, ey, was soll denn das und so, wie springst du mit der um, nein, ich bin der Böse, weil ich mal irgendwas gesagt habe zu Anna oder was auch immer, oder hier, ne, oder wir sind die Bösen, weil wir irgendwas mal kritisiert haben oder zu anderen Leuten mal irgendwas gesagt haben und wir sind ja so beleidigend und so, ne, aber dass man uns ständig Sachen unterstellt oder sowas, und das ist nicht beleidigend, nö, das ist völlig okay, ja, ich glaube, gerade bei Mary oder sowas, die schnallt das wirklich nicht, ich glaube nicht, dass es Absicht ist bei der, die haftet das einfach nicht, ich höre da noch einen kleinen sarkastischen Unterton, nein, der ist nicht, nein, eigentlich nicht, die rafft es wirklich nicht, die schnallt es nicht, oder, oder was meinst du jetzt genau, ne, vorher, das ist nicht beleidigend, dass sie uns hier Sachen an den Kopf werfen, aber wir sind die Bösen, also ja, ne, das ist ja klar, ich meine, das ist aber, wenn ich schon sowas sage, dann meinst du ja so ultra offensichtlich, dass man es echt nicht überhören kann eigentlich, aber, ähm, ja, weißt du, wie die Schlafschafe sind, ja, noch draufschreiben, dass sie ein Schafsinn, ja, eigentlich schon, ja, ja, so ist das halt alles, ne, irgendwie, ich weiß doch jetzt gar nicht, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, so, das war, weil ich jetzt nochmal diesen Typ da erwähnt hätte, dass er da dann sich groß hinstellen musste, und, ja, ja, das ist wirklich, ja, keine Ahnung, vielleicht wollte er dann irgendwie sich toll hier in der Öffentlichkeit darstellen, oh, guckt mal, äh, ja, ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht, ich weiß nur, ich habe mir diesen Typ jetzt lang genug angeguckt, ja, und, äh, habe einfach lang genug abgewartet, bis ich da irgendwie eine relative Sicherheit hatte, und, ja, und hatte dann auch irgendwann einfach keinen Bock mehr, ja, ja, der Chat geht auch gut ab, artgerecht behandeln, man soll Frauen artgerecht behandeln, ja, also, ich weiß es nicht, also, ich, äh, ja, und dann solche Kommentare wie, ein echter, was, habe ich das jetzt echt, ach komm, ein echt, ein richtiger Wehrmachtssoldat hätte nie, genau gesprochen, ja, das ist wirklich der Oberkraft, weil willst du wissen, was Wehrmachtssoldaten gemacht hätten? Das sind Menschen, die AfD-Fähige getötet haben, gut, aber das ist ja völlig okay, ne, aber, wenn der jetzt so, wenn der Frau das vorhin hätte, das war die SS, die Wehrmachtssoldaten, war die Armee, die Bundeswehr sozusagen, die, ja, und Wehrmachtssoldat töte, Wehrmachtssoldat töte, Wehrmachtssoldat töte nicht auf Befehl, oder was? Wenn du in den Krieg ziehst, und du stehst an der Front, äh, und du hast den Befehl vorrücken, ist der indirekte Befehl, mach alles platt, was dir auf dem Weg nach vorne, vor die Flinte läuft. Ja, aber er hat doch einen Tötetruppbefehl. Ist doch klar, als Soldat tötest du. Ja, aber er hat keinen direkten Tötungsbefehl. Die SS kriegt einen direkten Tötungsbefehl, wie bei meinem Uropa zum Beispiel. Okay. Durch Genickschuss, also Schuss in den Hinterkopf, hinten ins Genick rein. Ja, du meinst jetzt Wehrmachtssoldaten, die haben nicht irgendwelche Leute mal mit Genickschuss umgebracht, oder so. Wie gesagt, wenn du da an der Front stehst, und es heißt Vorrücken, dann kriegst du nicht noch einen Befehl, du musst jetzt töten. Das ergibt sich aus dem Konsens. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht vielleicht irgendwie ein bisschen Haarspelterei ist in dem Punkt. Ja, Ich weiß aber, was du meinst. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Leute verurteilen, oder jetzt, ja, das waren alles Verbrecher, oder bla bla bla. Schönes Beispiel für den freien Willen, ja. Ich kann zum Beispiel sagen, warum mein Uropa zur Wehrmacht gegangen ist, und nichts mit den Nazis zu tun hatte. Mein Uropa hat ja in Stalingrad gefeitet. Ja gut, aber ich finde, das war ja jetzt nicht unbedingt alles freiwillig, dass man da drin war, oder so, ne? Ja. Ne, also mein Uropa hatte gar keinen Bock. Aber, was willst du machen? Und dann, auch noch in Stalingrad, wo du dir einen Arsch abfrierst, und dann bis in den 60er Jahren im Gulag warst, ich glaube, der hat gelernt. Heute wird er, also, ich denke damals, als er rausgekommen ist, wird er sich auch sagen, ja, ja, ich gehe auch noch mal zur Armee, alter, leg mir Marsch. Auf keinen Fall. Mein Uropa ist mit 18 eingezogen worden, als die Zeit war, wo diese Teile von Ostdeutschland an Polen unrechtmäßig verteilt wurden, weil Polen Teile von der Sowjetunion für die Ukraine und noch irgendwas, da komme ich jetzt nicht drauf, abgeben musste. dafür ist mein Opa einschen in den Krieg gegangen, weil die Polen dem seine Heimat illegalerweise genommen haben und die Deutschen vertrieben haben. Naja, so einfach ging das jetzt aber auch nicht. Nein, das ist jetzt eine kurze Form der historischen Abläufe, kann man überall nachlesen. Zum Beispiel auch so England und Polen eine sehr interessante Konstellation und halt die Achsenmächte sind eigentlich auch eine sehr interessante Konstruktion. Wenn man das bewerkstelligt hätte, dann wäre so was wie alle Fiktionen, so Nazis haben den Krieg gewonnen, wirklich real geworden. Das ist ganz komisch. Für mich ist das irgendwie alles eine Inszenierung. Das ist irgendwie ja, zwei Seiten, also zwei verschiedene Seiten und ein Geldgeber. Na gut, wie eben erzählst du das? Merkt man schon. Ja, aber daran erkennt man sowas. Und letztendlich ist mein Opa in den Krieg gezogen, weil die Polen einfach nicht klein beigegeben haben. Also was ich richtig absurd finde, ist eigentlich, ich habe mal so eine Dokumpe geguckt, so auch vom Krieg und da hat so Zwangseingezogene haben dann erzählt, ja, sie hätten über die Köpfe geschossen und irgendwie so eine Scheiße. Das ist der größte Dreck, den ich je gehört habe. Und wenn du da an der Front bist, dann geht es um dein Leben und dann schießt du auch auf die Menschen. Egal, ob du freiwillig da bist oder mit Zwang. Ich kann mir keiner erzählen, dass der dann ja, über die Köpfe geschossen hat, oder so eine Scheiße. Ja, aber ich sage mal, wenn du plötzlich zur Armee musst, ansonsten wirst du hier hingerichtet, wegen Hochfahrer, wenn du dann zur Armee musst und es heißt wirklich dein Leben oder das Leben deines Gegenübers, würdest du dann die Waffe weglegen? Ja, ich würde mich nicht einziehen lassen. Dann würde ich mich lieber an die Wand stellen lassen. Ja gut, dann stehst du an der Wand und stirbst auch durch eine Kugel. Ja, aber so... Dann kannst du ja auch in den Krieg gehen. Aber damit haben ja meine Prinzipien bewahrt. Ich gehe nicht für irgendwelche Typen durch Zwang und so kämpfen. Okay, ich sage das jetzt. In dem Moment weiß ich das ja vielleicht noch nicht, aber so sehe ich das jetzt einmal und ich bin eigentlich auch so konsequent in der Sache. Ich bin auch so konsequent. Ich habe dafür einen Ausdruck. Ich sage immer, ich lecke keine Ärsche und lutsche keine Schwänze. Sondern ich lecke. Ja, ich will es jetzt nicht aussprechen. Wir haben schon genug über die Frauen... Das können wir können es doch nicht werden. Wir haben schon genug über die Frauen hergezogen. Also wenn Tonis Hashtag Herrschaftsgeseier ist, dann ist mein Hashtag dieser Spruch. Und das heißt immer, ich knie vor keinem. Muss ich ja auch nicht. Wenn man vor keinem kniet, ist man im Grunde genommen auch frei. Trotzdem würde ich, wenn irgendwie Bullen mal kämen oder so, mein privater Sicherheitsdienst hier anstürmt, würde ich mich trotzdem nicht wehren. Mal drauf geschissen. Und rechtmäßig werde ich mitgenommen. Wehren lohnt sich nicht. Wehren gibt nur blaue Flecken. Haue. Nur weil du dich ergibst, heißt das noch nicht, dass du mit dem konform gehst. du kannst ja immer noch deinen Mund aufmachen. Oder deine Gedanken. Die können dich immer einsperren, aber deine Gedanken werden immer frei sein. Das ist nur, wenn man Wert drauf legt. Also, wie soll ich sagen, wenn du so Wert drauf legst, dass du eine Wohnung hast und draußen frei bewegen kannst unter den ganzen Vollidioten da noch arbeiten gehen kannst, das ist wieder so weltliche Begierde. Ich mache das auch. Natürlich mache ich das. Ich nutze das ja zu meinem Vorteil. Aber mir ist auch egal, ob ich im Knast sitzen würde. Für mich ist das hier eh so eine Art Knast, auch draußen. Nur draußen in dem Knast kannst du tun und lassen, was du willst, weil der ist größer als so eine Gefängniszelle. Der ist aber im Grunde genommen nichts anderes. Irgendwie langweilt mich das Ganze. Ja. Einen Moment. Ich bin jetzt da gewesen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade Sachen durchkauern, die sind eh völlig klar oder so. Das ist jetzt für mich nichts. Das ist jetzt nicht die Offenbarung irgendwie für mich oder Ich bin ja auch nicht der Offenbarungsmeister. Die Offenbarung findet mir selber statt. Ja, es ist auch nicht böse gemeint. Es ist wirklich nicht böse gemeint. Das ist einfach oder einfach, dass es jetzt zumindest ein guter Hals für mich wäre oder so. Ich langweile mich gerade einfach nur extrem. Ja, dann schau noch mal ein Thema vor. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch weiterhabe. Ich sage, ich schreibe dir gerade zum Cross-Rack, du kniest sehr wohl oder zahlst du keine Steuern. Pass auf, die Steuer wird mir nach Einkommenssteuergesetz von 1930 geraubt. Ich gebe dir mal den Tipp, dich mal mit einem Steuerbeamten anzulegen. Sogenannten Beamten. In Klammern. Ich benutze ja hier deren Berufsbezeichnung. In deren Augen sind die Reichsbürger. Also in meinem Hintergrund hängt ja eine dicke Reichsfahne. Das sind einfach meine Wurzeln. Was nicht heißt, dass ich die vergessen muss? Hat noch irgendjemand irgendwas Interessantes? Ansonsten würde ich jetzt, ich warte noch fünf Minuten und da würde ich ansonsten Schluss machen, weil ich echt gerade langweile. Also das ist so ein bisschen wie als Kind, wenn man irgendwie im Geschäft ist und muss jetzt da Klamotten kaufen und wir gehen nicht vorher raus, bis du Klamotten hast. Dann dauert das so ewig und dann weh. Hau doch den Link einfach raus. Ja, das ist eine gute Idee, Toni, das werde ich jetzt machen und ja, gewisse Leute, die werde ich dann aber leider gleich wieder rausschmeißen, wenn sie reinkommen. Die wissen ja, dass ich momentan da keinen Bock habe und umso öfter die ungefragt reinkommen, umso länger wird es dauern, dass ich keinen Bock habe. Ja, ich werde jetzt den Link hier reinsetzen und vielleicht will ja noch der eine oder andere rein, vielleicht stimmt der Martin Hüla noch. Das wäre doch mal was. Ich glaube, der ist bei McDonald's. Spritzen Sie mir das Sprittenfett einfach pur. Wer auch immer das war, der sollte Synchronisierer vom Hüla werden. So. Was? Der Moonstar schreibt drüber mit Martin. Ja, also wirklich, dass man da jetzt so ultra krass dem was Böses wünschen würde, das ist ja nicht. Bernhard, der Devil B, du hast jetzt die Möglichkeit reinzukommen, Bernhard, da ist der Hangout Link. Let's play, lachen macht mir Angst. Ja, ich bin ja auch am Psychopath. Ich habe schon Psychopathen kennengelernt. Die lachen nicht laut, die werden noch nicht laut, sind einfach eiskalt. So wie auch immer. Übrigens, das sind auch, und das, ja, ich weiß nicht, ob der glaube ich ein Psychopath ist, aber, ähm, naja, aber so wie er vorgeht manchmal, kommt mir das schon, also er wirft dir einen Psychopath vor, weil du schreist, und er ist aber ziemlich korrig eigentlich, so, und, weil du schreist den Psychopathen sehr, sehr ruhig eigentlich. nicht. Du kannst auch, äh, das ist auch Psychopathen, die sind nicht unbedingt, aber, aber, äh, ich habe das jedenfalls ja so kennengelernt, dass die ja doch sehr kontrolliert waren, Ähm, so, hey Leute, der Hangout Link ist hier drin gepostet, äh, ihr könnt ja noch reinkommen, ja, Leute, ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, ihr habt noch drei Minuten Zeit, ansonsten will ich dann echt nicht mehr, ja, ich habe auch keinen Bock mehr endlos Hangouts zu machen, einfach nur als Selbstzweck, wo dann einfach nichts mehr ist oder so, dann ist das ja auch irgendwie blöd, ne? Ja genau, machen wir mal noch ein bisschen Werbung hier, nochmal im Chat, ja, ein neues Kennedy Video, ja, schade ich das ein, und das Video der Woche, was hältst du denn vom Mandela-Effekt gesehen auf den Kennedy, aufs Kennedy-Attentat? Ja, was hältst du davon? Ich wollte ja auch eben noch ein Schmimmsystem inspektieren, ja, erzähl, ich bin ruhig. Ja, der Mandela-Effekt, der tritt zu Tage, wenn zum Beispiel die Limousine war in den Sechssitzern, bei sechs Personen drin saßen, und selbst in dem Time-Life-Magazin von, aus dieser Zeit, also kann man so vergleichen, wie der Spiegel hier bei uns, sind die Originalaufnahmen dort drin, sichtbar, ja, also Fotos von diesen Sechssitzern, und gleichzeitig wurde auch immer in Farbbildern und als Spot-Highlight immer wieder der Viersitzer gezeigt. So, und das, ja, trägt aber nicht dazu bei, dass die, dass die Leute da jetzt mal kritisch mit der Geschichte umgehen, sondern das wurde komplett kaschiert. Ja, das, das ist aber auch so eine Kleinigkeit, die nicht jedem direkt auffällt. Ja, natürlich. Auch die, auch die ganze Kontroverse um den Wagen, dass der, das spielt da mit rein. Also, die haben den Wagen einfach weg, die haben den Wagen weggeschafft, ja, irgendwie, irgendwo, und war, bla, und haben halt tausend Geschichten erfunden. Und die Tatsache, dass halt, dass halt offizielle Medien da auch Falschinformationen, sicherlich sogar wissentlich, verbreitet haben, trägt halt dazu bei, dass dieses Gesamtbild weiter aufrechterhalten wird. Das Wesen der Täuschung. Das ist voll krass, voll krass. Aber so intensiv habe ich mich mit dem Mandela-Effekt noch nicht auseinandergesetzt. Da gibt es sicherlich noch andere Beispiele, ja, da war nur ein kleines. Das berühmt ist ja dieses Star Wars Ding so. Was James Earl Jones sagt, der hat gesagt, Luke, ich bin dein Vater. Nichts, nein, ich bin dein Vater. So wie es heute auch verkauft wird. Aber jetzt könnte ja sein, dass die da irgendwas umgestellt haben. Da gibt es aber noch andere. Bärenstein, Stain. Das traut sich gar nicht. Immer nur so ganz kleine Sachen. Und ich wollte eigentlich eben, als es noch so um die Welten ging, sagen, was ist denn, wenn jeder von uns in einer bestimmten Dimension lebt? Ihr auf eurer flachen Erde-Dimension, die Globalisten. Es gibt nur eine Realität und das ist halt auch das, was auch dem Transhumanismus, auch der virtuellen Realität, dem Space, tralala zugrunde liegt. Und es werden ständig neue Ebenen, neue Welten, Indoktrin, und das soll uns davon abbringen, an die Realität zu glauben. Das, was täglich für die Leute greifbar ist, soll uns immer weiter davon wegbringen. Das heißt nicht, dass es nicht den Monden gibt und dass es nicht wirklich irgendwelche Dimensionen gibt, wo es halt, ja, whatever. Aber ich bin ja eher für diese Bodenständigkeit auch, dass man guckt ja, deswegen vertrete ich das ja auch mit so einer Vehemenz, weil ich bin davon überzeugt. Das ist kein Glaubensmuster. Ich finde das total witzig. Wenn man sich anguckt, wie die Kugel in unserer Welt rumgereicht wird und wie unreflektiert die Leute da an nicht bewiesenen Theorien festhalten, dann ist genau das ein Glaubensmuster. Und ich sage, Wasser ist flach, also ist die Erde flach. Ganz einfach. Und das ist einfach zu subtil. Da muss doch was dahinter sein. Nee, ist so. Ganz einfach. Und weißt du, wenn ich sage, man hat gemessen, dass Wasser sich grümmt? Ja, ich habe das noch nicht gesehen. Das erschließt sich auch nicht. Wenn dann jetzt einer erzählt, ja, mit dem Laser und über die Distanz und blau. Kein Laser. Oder was auch immer. Holzkonstruktion. Aufgestellt am Meer. In Nepes, Florida. Beach. Ja. Keine Reises. Den wundert's. Weil die Kugelerde ja so ein großes Geheimnis ist. Ja, sagen wir so, die müssen ja ihren Scheiß da verzapfen. Irgendwie fliegen zu anderen Planeten, zum Mond. Warum kommt denn hier keiner rein? Warum trauen die sich nicht? Wie viele Zuschauer haben wir hier? Das sind doch 130 Zuschauer hier. Traut sich keiner. Wir haben Angst, wir Beißen. Ja, ihr seid doch die Bösen. Nicht mal die Trolle. Die müssen... Soll mal, soll mal einen Teppel reinholen. Oh, da willst du mich wirklich. Mit meinem antiken Radstreckenverleger. Guck mal, ihre fucking Gravitationswaage. Find ich aber ein schönes Wortspiel. Hey. Guck mal, Teppel, jetzt hast du wirklich mal wieder die Gelegenheit, hier reinzukommen. Ja? Jetzt hast du hier wirklich mal... Ja. Ja? Jetzt bist du aber schon weg. Scheiße. Na, keine Ahnung. Wer kommt jetzt gleich wieder? Ich glaube, ich habe ihn vergrault vorhin, als ich ihm gesagt habe, wenn wir jetzt 1930, hätten wir eher der KZ-Aufseher. Boah! Da könntest du nicht ganz Unrecht haben. Wo habe ich denn den Teppel? Martin Hüller. Leute, schreibt mal Martin Hüller ein, sobald Martin Hüller reinkommt. Die lachen dann einfach nur aus. Nee, Quatsch. Wir wissen doch, dass ein Haufen Leute hier zugucken, die nicht hier was schreiben. Ja? Das wissen wir doch. Leute. Ne? Also. Ne? Ihr habt jetzt die Chance, hier reinzukommen. Ja? Seht doch mal was. Basti! Ne? Basti hatte bei mir auch einen epischen Stream. Echt? Ja. Mit einem Sticker-Album. Habt ihr ja wieder seine psychotische Phase. Das war eigentlich ganz cool. Auf einmal so haut der Ball das so raus. Ja. Als Kind habe ich Sticker gesammelt. Zack. Da war dieses kleine Stickerbuch, was früher bei uns die Mädchen hatten, wo die ihre Sticker drin gesammelt haben. Die hat man auf dem Spiel getauscht. Und er immer so, ja, ich spare hier meine Sticker-Sammlung und so. Der Markus hat halt auch Übelts gefeiert. Der Mr. MS. Meine ich. Oder M-R-M-S. So heißt der. Ray, ja. Übelts gefeiert. Ray, Ray Uber hat übrigens eine gute Idee. Verlost McDonald's-Gutscheine im Stream, dann kommt er. Ich glaube, da müssen wir aber schon 50 McDonald's-Gutscheine hier irgendwie verlosen. Also auf einmal. Ich denke, wenn man eine Tonne Frittenfett benutzt, Frittenfett verlost, kommt er schneller. Ja, oder keine Ahnung, 500 Big Macs oder so. Aber dann diese riesen Big Macs da, wie du da, 500 davon. Ja genau, und da 500 Stück davon. Also komm. Was schreibt der 2M? Basti, Spasti hat jetzt neue Hangout-Freunde. Ja, und die wissen ja alle nichts von ihrem Glück, dass wir sie jetzt wirklich hier reinholen würden. So verzweifelt sind wir schon. Ja, wir sind so verzweifelt, dass es jetzt wirklich hier auf der Enterprise, alle anderen sind weg, die sind unter dem Planeten. Ja. Und da hatte doch mal irgendwie bei The Next Generation, da hatte doch dann mal die Dr. Crusher plötzlich das Kommando, weil alle weg waren. Ja, es war keiner mehr da und sie hatte dann mal das Kommando. Ja, ja, und so ist es jetzt hier. Es sind alle weg. Wir haben keinen mehr, den wir nach vorne an die Front schicken können. Es ist wie bei diesem Film Die Brücke, wo die Kinder dann nach vorne geschickt werden und wir haben keinen mehr. Also ihr seid jetzt wirklich das letzte Kanonenfutter, ja, was wir noch nach vorne schicken können und dann könnt ihr euch eine Kugel einfangen fürs Vaterland. Gratis. Jetzt. Zu verlosen. Ja. Wo sind sie, die aufrechten Patrioten? Also Leute, jetzt hier, habt jetzt hier wirklich, wobei ich muss ja sagen, ihr tut mir auch teilweise einen Gefallen, damit ihr nicht rankommt, weil dann kann ich mich schlussmannen, ich habe nicht mehr wirklich Bock, der Dennis ist drin, jawohl, ja. Jetzt geht ja mal noch ein bisschen was ab, Dennis. Dennis, hi. Grüße, Dennis. Moin, Dennis, ich glaube, dein Mikrofon ist stumm, obwohl du ungemutet bist. Nein. Ah, okay. Du musst mich hören. du hast gerade was gesagt, man hat sich nicht gehört, deswegen dachte ich. Alles klar bei dir? Machst einen zufriedenen Eindruck. Läuft, wa? Hast du mal ein neues Video schon gesehen? Nein. Nein. Der Dennis ist gerade wach geworden. Moin. Nein, ich bin schon die ganze Zeit wach, mir geht es nicht besonders gut. Was haben wir denn? Na toll, jetzt hast du ohne Katze. Ne Muschi. Ja, der Marvin wollte mal dem Dennis hallo sagen. Aber der ist gerade voll auf Speed. Ja, also er springt hier gerade so schön durch die Bude. Ich kann ihn nicht dazu überreden, sich zu entspannen. Toll. Alle haben so eine Katze, nur ich nicht. Ist das geil. Das ist halt guter Laune. Mit deiner Reichweite sollte es doch gar kein Problem sein. Ich habe die über Facebook gefunden. War ganz easy. Facebook? Und in Berlin gibt es genügend Katzen, die ein Zuhause vielleicht gebrauchen können. Ja, das ist mir schon klar. Aber mein Bruder hat giftige Pflanzen und solange mein Bruder giftige Pflanzen hier zu Hause hat, kann ich keine Katze bei mir zu Hause. Irgendwie geht nicht. Tja, Konflikt. Ja. Ich versuche mal erst, meine Pflanze loszuwerden. Das ist auch nicht so leicht. Ja, aber die Katzen fressen die Pflanzen nicht. Ich habe da gerade auch eine Pflanze. Nein, nein, nein. Ich hatte, da habe ich mir einen Kater, der hat andauernd die Pflanzen angeknabbert. Dann pflanzt er in den gleichen Blumentopf immer so eine Pflanze. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, müsste ich nochmal nachgucken. Es gibt so Pflanzen, die Katzen nicht gerne mögen. Vom Geruch her. Da halten die sich fern. Das pflanzen die oft in der Stadt in so Bete ein, damit da keine Katzen oder Hunde reinkacken. Das Zeug riecht übrigens wie Cannabis. Ich habe heute ein total krasses Video über Katzen gesehen. In Australien ist es so, dass es da eine regelrechte Katzenplage gibt. Und diese Katzen alle dafür, meistens so Hauskatzen, die draußen rumwildern, die dafür ursächlich sind, dass eine riesengroße Vogelpopulation niedergemacht wurde. Die Katzen sind zum Abschluss freigegeben irgendwie in Australien. Es gibt ganz viele Vogelarten, vor allem Erdvögelarten, also die Vögel, die auf der Erde irgendwie unterwegs sind. Die Katzenplage da zum Opfer fallen. Es muss aber schon Ewigkeiten so sein. Als die Siedler da irgendwie gekommen sind, dann muss das wohl richtig losgegangen sein. Im Hafen. Da waren dann bestimmt alle Chinesen hin. Nee, die waren Hundefreunde. Was sagt ihr denn dazu, dass jetzt bestätigt wurde, was diese sogenannten Nazi-Verschwörungstheoretiker seit Jahrzehnten gesagt haben? In Dresden wurden also doch tatsächlich Phosphorbomben abgeschmissen. Angebliche Verschwörungstheorie dieser bubu-bösen, braunen Nazis, die ja bloß die Geschichte relativieren und revisionieren wollen, bestätigt, dass also die Alliierten Kriegsverbrechen auf deutschen Städten abgeworfen haben, sprich Phosphorbomben. Also die Aussage, dass in den drei Tagen oder drei Nächten in Dresden tatsächlich zwischen 400.000 bis 500.000 Menschen umgekommen sein könnten, das muss nicht unbedingt wahr sein, aber das wurde dann zumindest erklären, wo die ganzen Menschen abgeblieben sind. Weil bis heute hat man ja immer gefragt, naja, wo sind denn die Leichen, wenn angeblich 400.000 bis 500.000 Menschen in Dresden waren? Weil die hat man ja nicht gefunden. Naja, klar, weil Phosphorbomben verbrennen dich zu Staub. Da bleibt nichts mehr übrig von dir. Wenn der Böhmchen gefunden hat da in Dresden, die übrig geblieben sind, die nicht gezündet hatten, dann ist also davon auszugehen, dass definitiv Phosphorbomben eingesetzt wurden. Jetzt kann man übrigens auch... Das ist ein heißes Thema, was du da auch aufreißt. Ich dachte eigentlich, das war vorher schon bekannt, dass solche Bomben eingesetzt wurden. Ja, Moment, Moment. Ja, bekannt war schon, aber weil das von keiner so genannt wurde, bestätigt wurde, ja, das sind braune Verschwörungs-Nazi-Theorien aufgrund dessen, weil damit will man ja nur den Holocaust revisionieren oder relativieren, oder man irgendwie die Geschichtsschreibung als lügnerisch hinstellen, um dann auch später den Holocaust als Lüge hinstellen zu können. Der Witz ist aber, was man nun als Lüge herausgestellt hat, also dass solche Leute wie ich recht hatten die ganze Zeit, ja. Jetzt kann man ja sagen, naja, Moment mal, wenn jetzt also sogar noch bezüglich Dresden die Geschichtsschreibung auch noch gelogen hat, ja, die Geschichtsschreibung hat uns belogen bezüglich der Reihenwiesen. Sie haben uns belogen bezüglich des Grauen von Cartoon. Blablabla, sucht ja was alles aus, da blablabla. So, ja, jetzt haben sie bestätigt, dass definitiv dort rüber geflogen ist, um für einen Friedensvertrag und man hat ihn ermordet und jetzt hat man auch noch bestätigt, dass jetzt auch noch in Dresden tatsächlich Phosphorbomben zum Einsatz kamen. Das ist ja das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, die Aussage der Nazis, dass der Holocaust eine Lüge ist oder zumindest ganz anders stattgefunden hat, wie uns die etablierte Geschichtsschreibung eingeredet hat. Jetzt war das übrig. Du hast aber sehr mutig, ja, Dennis. Ich habe nicht gesagt, dass der Holocaust eine Lüge ist, aber jetzt frage ich mich, wenn also da, ich sage jetzt mal, 1000 Sachen existieren, die man über den Zweiten Weltkrieg uns da erzählt hat, und von diesen Einzigen Dingen... Warte mal, Dennis, lass uns doch mal bei Dresden bleiben. Lass uns doch einfach mal bei Dresden bleiben und uns die Gesamtsituation zu dieser Zeit da mal anschauen. Ja, und wir alle wissen, das ist auch nichts Neues, dass Dresden in dieser Kriegssituation eine riesen Anlaufstelle für unendlich viele Flüchtlinge war. Unter anderem auch Juden aus dem Osten. Ja, genau. Die sind ja auch von den Sowjets geflohen. Das sind alles Leute, die aus den ehemals deutschen Gebieten, die auch aus Polen, aus Schlesien, sonst woher kamen. Die waren alle auf der Flucht vor den Kommunisten, ja, und zwar in Größenordnung. Und für, sage ich mal, diesen Sektor da, Polen, sage ich jetzt mal grob, Richtung Russland auch und oben auch Skandinavien, war Dresden wirklich eine Anlaufstelle auch für viele, viele Flüchtlinge. Und es gibt natürlich darüber keine Zahlen, weil in der Kriegssituation es jegliche Zählungen sind, sind da nicht möglich, weil das zivile Leben nicht mehr möglich ist. Ja, und was das jetzt mit den Phosphorbomben ist, ich habe da in letzter Zeit nichts von gehört, ob es da irgendwelche Medienberichte oder so darüber gab. Aber das ist halt auch so ein... Das ist alles egal. Es geht nur um den springenden Punkt, dass also jetzt sogar noch die letzte, bis auf der Holocaust natürlich, wobei, du weißt schon nichts, wir behaupten mal, dass der Holocaust natürlich immer noch felsenfest steht wie eine Einzelne. Da wurde natürlich nicht gelogen und übertrieben und untertrieben und verdreht und bla bla bla. Aber bis auf den Holocaust ist jetzt alles als Lüge enttarnt. Und es tut mir wirklich leid, also wenn ein Junge fünfmal Wolf ruft, also beim sechsten Mal glaube ich ihn definitiv nicht mehr. Und wir reden hier nicht von fünfmal, wir reden hier schon von über tausend Sachen. Und wenn über tausend Sachen gelogen wurden über die Deutschen, dann soll mir keiner mehr erzählen, dass auch bezüglich Holocaust, vergesst es Leute. Ja, aber trotzdem kommen wir, ich möchte da auch mal ein bisschen realistisch bleiben und die Leute mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das, was von vielen Leuten hier auch in Angst noch transportiert wird, ist eine traurige Realität, dass wir konkret hier in einer Situation leben, in dem das Diskutieren darüber schon einen Straftatbestand darstellen kann, weil die Juristriktion, sage ich mal, in ihrer Ausformulierung, dass das sehr, sehr schwammig hält. So, und in einer Zeit, in der solche Charaktere wie du und ich mit solchen Leuten wie Knacki und Strukturen konfrontiert sind, ja, bitte Leute draußen, lasst euch mal genau diesen Zusammenhang mal auf der Kleinhirnrönde zergehen. Ja, genau, pass mal auf. Ne, Toni, sorry, pass mal auf. Lass uns mal drüber reden. Also inwiefern unterscheidet sich jetzt von Knacki die Struktur von Dennis' Struktur. Ich kenne deine Stimme, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, ja, nein, natürlich komme ich dir bekannt vor. Mann, hör mal auf, Alter, ich kann gleich einen Haufen in die Ecke. Ne, der Punkt ist, Dennis, lass mal Butter bei die Fische machen. So, ne, und du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, was wir wissen. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über diese Strukturen, über die du dich so gerne unterhältst und die du auch gerne revisionierst und erzähl mir doch mal ein bisschen was, was Hitler für ein dreckiger, kleiner Hurensohn war. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Du hast viel gelesen, du hast das Schwarze Reich gelesen, du wirst sicherlich wissen, dass 24 ein paar, ich sag mal in deinen Augen, kapitalistische Schweine vor Hitler standen und ihm gesagt haben, du pass mal auf, Ali, du bist so ein cooler Typ, Polen hat gegen Russland verkackt und jetzt geben wir dir Geld, machen dich zum Reichskanzler und du ziehst gegen Russland. Komm, Dennis, Mann, ich bin vom SSL, du weißt, ich bin ein Troll und so weiter, aber ich möchte mal gerne, du weißt ganz genau, dass das, was du hier erzählst, absoluter Bullshit ist. Nein, du weißt aber absoluter Bullshit. Dennis, du weißt genau, dass das Bullshit ist. Wie können bitte es ja 1924 die Leute das ihm gesagt haben, wenn ja erst 1939 er dazu genötigt, nebenbei erwähnt auch noch gewesen war. Wenn du gesagt hättest, es ist jetzt 1934, dann hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, das könnte möglich sein, aber 1934 wurde er ja zur Autarkie gezwungen, womit also das auch völliger Blödsinn ist. Sollte es meine Geschichte ein bisschen besser nochmal dann auch... Nee, pass mal auf, komm mal, Dennis, pass mal auf, ich halte dich für wirklich nicht kernbehindert. Die Ansichten, die du vertrittst, sind konsequent... Du, ich glaube nicht, dass ich mich mit einem Sonnenstadtländer, der Kinder fickt und hier Satan holt dich und tralalala, weil ich nicht vor Traum übermauke. Dennis, Alter, ich bete im Monat mindestens einmal zu Gott und sowas, ne? Also ich werde keine Kinder vermeiden und ich werde auch Satan mitbekommen. Du, dir ist klar, dass die Polizei von euch allen die Adresse hat und wenn es dann hier losgeht, wirst du geköpft. Ich hoffe, das ist dir klar. Oh, ja. Denk immer daran, wenn du mit dem Teufel ternst, der wird ihm nichts noch gefickt vom Teufel. Ja, pass mal auf, mein Onkel ist damals mit 24 tödlich verunglückt und wenn die mich köpfen, pass mal auf, dann sitze ich neben meinem Onkel und ich werde auf euch herabblicken und werde mir denken, er ist halt bloß. Aber selbstverständlich. Ich habe mein Bestes versucht. Ich war immer ehrlich. Ich war immer ehrlich und korrekt. Aber du hast... Da kann ich mich genauso mit Knacki und da... Nein, pass mal auf. Dennis, pass mal auf. Du erzählst Menschen hier öffentlich, ja? Irgendwas von Wein oder von Wasser und trinkst selber Wein. Das ist der Punkt, mein Bester. Das ist der Punkt. Und du weißt auch ganz genau, dass Hitler ein großer, richtiger, fetter Hurensohn war. Und du weißt das. Und du weißt das und du predigst trotzdem Menschen... Öffentlich predigst du Menschen, dass sie diesen Mechanismus... Ja, der Adi war so ein cooler Typ und hast ihn nicht gesehen, der war für uns Deutsche. Du erzählst Scheiße und du weißt das auch. Und du weißt... Komm mal bitte mit einem vernünftigen Argument außer irgendjemandem. Ich sage ja auch nicht, Stalin war einfach ein Fettmop-Sylesen. Wer war denn... Wer war denn die zehn größten Geldgeber von Adolf Hitler? Erzähl mir das mal. Der erste, komm. Der erste, der am meisten Geld in Hitler finanziert hat. Wer war denn? Unter anderem Henry Ford. Okay. Nee, er war dritte. Aber okay. Nimm mal Henry Ford. Wo kommt denn der her? Also USA. Nimm mal USA. Du denkst noch in Nationen, arme Sau. Ja, ich... Oh Gott, bist du eine arme Sau. Überleg mal. Ich, der Nazi, muss sagen, du bist eine arme Sau. Nee, nee, bitte noch. Oh je, der denkt noch in Nationen. Nee, nee, wach auf. Wir können uns aber darauf einigen, dass die zehn größten Geldgeber des Faschismus... Boah, ich hab dich gerade mit deinen eigenen Auslangen gefickt, Idiot. Doch, du hast dich gerade selbst gefickt, du Schwachmarsch. Ja, ja, ich bin SSL. Deswegen hast du wahrscheinlich auch noch gefickt. Ja, ja. Also die zehn größten Geldgeber des Faschismus... Lutsch den Klin-Pifan da von Jörn Beck, Mann. Ja, die zehn größten Geldgeber... Lass dich von Giulia Silberberger ficken. Schieb dir irgendeinen Antipreis in Arnus. Ach du Scheiße, jetzt sind wieder die Juden an einem Schuld, ne? Ach du Scheiße. In Antipreis, du Vollidiot. Wasch dir die Ohren. Antipreis? Nee, aber... Ich wollte... Ich bin kein Arnuspreis, du Vollidiot. Ja, nee, das ist man nicht beleidigen können. Wenn es man nicht beleidigen kann. Wenn du so dumm bist wie Schiffer... Du bist so dumm, wie Michel Friedman hässlich ist. Oh, der will was heißen. Nee, so hässlich bin ich gar nicht. Aber pass mal auf... Doppelt so hässlich. Der Punkt ist ja, auf den wir uns einigen können, dass die zehn größten... Du hast wahrscheinlich Michel Friedman als Foto auf deinem Schreibtisch, ne? Ja, natürlich. Der Punkt ist aber... Sie ergibt das sogar noch so, oder bitte? Aber dennoch finden wir uns ja auf Augenhöhe. Der hat auf Zwangsprostituierte uriniert. Ja, das bin ich ja auch. Also ich bin ein Eskort. Ja, genau. Ergibt das so nicht so, ist doch fantastisch. Ja, ist wirklich gut, weil ich habe viel Sex. Nein, also pass mal auf, der Punkt ist, äh... Ja, 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 kürzest du nicht. Ja, 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 Coetus. Weil du bist so pervers wie ein Beckmann hässliches. Ja, 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 bin ich auch. Dennis, ja... Das ist super cool, ja, ja. Mal raten dir das gerade deine Anwälte über Skype, dass du so argumentieren sollst, oder warum teilst du ihn immer ins Wort? Also sind das... Nein, ich will gar nicht, dass so ein Stück Scheiße wie du überhaupt zu Wort kommt. Achso, ja. Davon habe ich gesehen nicht gerade als Publikum. Guck mal, ja, du siehst mich... Ich hätte so eine Versöhnung jetzt wie Tix, wenn du nervös bist. Nee, guck mal, pass mal auf, der Punkt ist... Also erstens greife ich dich persönlich nicht an. Du bist mir eigentlich völlig an. Nö, natürlich nicht. Nee, mach ich wirklich nicht. Dennis, du, ich wünsche dir wirklich, dass du irgendwann mal eine Frau findest, die du... Nein, nein, ach ja, du wünschst mir die Peste am Hals. Ja, deine faschistischen Gedanken schon. Ja, natürlich. Was hat das mit Faschismus zu tun? Ja, wenn du mich mal ausreden lassen würdest, dann könnte ich dir das erzählen. Ach, nee, ich. Ja, weil du halt ein Faschist bist. Ich will mich nicht mehr mit dir unterhalten. Ja, okay. Grinst dir weiter ein. Aber du hast recht, denn es ist gut. Ja, weil es ist auch für den größten Anteil, dass es Spaß war. Ich habe den ganzen Tag mal im Video gearbeitet. Da brauche ich mal ein bisschen Abwechslung. Ja, ja, dann hau mal rein. Hau mal dein Video raus. Ich möchte mir das mal angucken. Ist ja noch nie fertig, du Schmuck. Ich schmuck? Ja. Schmuck. Schmuck. Ich komme mit dir überhaupt gar nicht klar. Ich mag deine Ansichten nicht. Ich mag das Gedankengut. Ja, da fällt es mir leid, dass ich es... Ja, aber ich beleidige dich zum Beispiel nicht. Nee, ich bin etwas anderes. Guck mein Video. Ich teile es gerade im Chat. Ja, guck mal. Schick mal auch hier rein. Ich habe jetzt dein Chat nicht offen. Wer war der Assassine von John F. Kennedy? In einer bestimmten Sonnenstadt-Länder. Kein Jesuit. Ui, ein schön lang, das Video. Ja, anderthalb Stunden. Aber es lohnt sich. Ja, es sieht gut aus. Da kann man schön einen Popcorn-Abend machen. Wie lange hast du für gebraucht? Ich hatte das Problem, dass ich zwei Stunden aufgenommen hatte und eine falsche Maske auf OBS hatte. Das heißt, ich habe zwei Stunden umsonst aufgenommen. Insgesamt habe ich die ganze Nacht gebraucht. Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Eine ganze Nacht nur? Ja. Boah, ich arbeite an meinem Video derzeit schon mindestens eine gute Woche. Ja, das ist ein Re-Cut. Also, ich habe es zwar nochmal komplett neu eingespielt, aber die Vorlage existierte schon. Das heißt, ich hatte den Strang schon vorliegen. Ja. Und nebenbei, wenn sehe ich gerade, du hast jetzt deine Sendung hier Klartext mit TTA Dennis Ingo Schulz genannt. Da fühlt mich aber geehrt. Hallo? Wir hören dich. Ja, wo sind die denn jetzt alle? Hallo, Futschi. Na, ich sag's ja. Wenn man Sonnenstadtlandpest reinlässt, braucht man sich auch nicht wundern, wenn man auf einmal nicht alles verkackt und abkackt. So, jetzt bin ich ganz alleine. Das ist ja Wahnsinn. Jo, äh. Hört man mich noch? Huhu, mal gucken. Ja. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.